Lübbe Audio König Ludwig und der Tote Preuße von Kirstin Kaiser Es lesen Franziska Grün und Michael C. Koch Voll 1 für Herzogin Sophie und den Märchenkönig Er kommt nicht raus, eure Hoheit! Freiherr von Pfistermeister wischte sich eine Spur Schweißtropfen mit einem Taschentuch von der Stirn, das auch als mittelgroßes Tischtuch hätte dienen können. Er atmete mehrmals tief ein und aus, um zu Atem zu kommen. Die Treppen herauf in die oberste Etage waren steil und es war anstrengend, sie nach oben zu eilen. Dafür hatte man eine wunderbare Aussicht aus allen Fenstern. Ludwig? fragte Sophie, obwohl sie natürlich wusste, wen er meinte. Sie betrachtete die Leinwand auf der Staffelei vor sich, den Pinsel locker in der Hand. Welftredend, eure Hoheit! Von Pfistermeister navigierte eilig, aber gemessen um den Esstisch in Sophies Behelfswohnzimmer, auf dem sie Säckchen mit farbigen Pigmenten, unterschiedliche Pinsel, eine Flasche Leinöl, eine mit Terpentin und eine Mischpalette gestapelt hatte. Habt ihr geklopft? Sophie tupfte ein wenig lapisblau in den halbfertigen Alpsee. Dann verglich sie ihn durch das weit geöffnete Fenster mit dem Original, das unten im Tal in der Mittagssonne lag, gesäumt von Bäumen und herrlich gelegen vor den schroffen Amagauer Alpen, die sie jedes Mal aufs Neue beeindruckten. Mehrfach eure Hoheit! Von Pfistermeister postierte sich direkt vor ihrer Staffelei. Sophie schenkte ihm nur einen flüchtigen Blick, bevor sie sich wieder ihrem Bild widmete. Sie wusste, wie er aussah. Klein, mittleren Alters, mit der grauendem Spitzbart, Halbglatze, über die ein paar graue Haarsträhnen gebürstet waren, und Brille. Seine übliche Kleidung aus grauem Gehrock, dunklen Hosen und Lackschuhen war geschäftsmäßig und konservativ, wie er sich für einen der höchsten Beamten Bayerns gehörte. Doch sein gehetzter Gesichtsausdruck und die steile Falte über der Nasenwurzel verhießen ein drohendes politisches Inferno. Mal wieder. Laut genug? fragte Sophie. Wenn sie ehrlich war, hatte ihr Bild nicht viel Ähnlichkeit mit der Landschaft zu ihren Füßen. Irgendetwas passte nicht. Daffholf hat von der Wucht gefittert, übertrieb von Pfistermeister. Tatsächlich? Ihr See hatte die Form eines schiefen Eis, anders als der echte. Vermutlich war es das, was sie störte. Oder doch die Farbe? Von Pfistermeister hustete leise und vorwurfsvoll. Er faltete das Taschentuch und steckte es in die Brusttasche. Ja? Endlich schenkte Sophie ihm einen aufmerksamen Blick. Er weigert sich, die Tür zu öffnen. Er ist zu müde. Von Pfistermeisters lange Nase zuckte beim Sprechen, was die Brille darauf wackeln ließ. Und warum darf er nicht müde sein? Er ist der König. Wir brauchen ihn. Aber es ist erst ein Uhr. Mittag. Sophie betonte das letzte Wort. Nur für den Fall, dass das Sonnenlicht draußen von Pfistermeister nicht genug Hinweise auf die Tageszeit gab. Kann die Sache nicht warten, bis er wacher ist? Die Angelegenheit duldet keinen Aufschub, eure Hoheit. Es ist eine regelrechte Katastrophe. Von Pfistermeister holte das Taschentuch wieder hervor und zerknüllte es in der Hand. Das sagt ihr jeden Tag. Sophie strich etwas blau von ihrem rechten Daumen und Zeigefinger an dem Kittel ab, den sie über ihrem Kleid trug. Gestern war es eine Katastrophe, weil... Sie machte eine Pause. Was war es gestern doch gleich? Aber heute ist es eine größtmögliche Katastrophe, überging er ihrer Frage. Ein Desarfter mit einem großen D, sozusagen. Wieso? Weil von Gersen, der preußische Sondergesandte, schon seit drei Stunden unten auf den König wartet. Soweit ich weiß, macht der Sondergesandte das nicht zum ersten Mal. Das nicht. Aber anscheinend nimmt er es seiner Majestät übel, dass der ihn letzte Woche versetzt hat und stattdessen ausgeritten ist. Er hat gedroht, die Verhandlungen abzubrechen und unverzüglich abzureisen. Also der Sondergesandte, nicht seine Majestät. Und was denken Sie? Meint von Gersen es wirklich ernst? Er hat in meiner Gegenwart seinen Diener gebeten, die Koffer zu packen und eine Kutsche bestellt. Ist das alles? Nein, er hat Reiveproviant angefordert, sagte von Pfistermeister so bedeutungsschwanger, als verkünde er die Bergpredigt. Oha, machte Sophie unbeeindruckt. Es war die Farbe, die stimmte nicht. Da musste noch mehr Blau in die Mitte des Sees. Sie tupfte erneut etwas davon auf die Leinwand, schüttelte aber mit gerunzelter Stirn den Kopf, als sie das Ergebnis betrachtete. Oha? Von Pfistermeister wirkte, als ob er gleich einen Herzinfarkt bekäme. Oha? Seine üblicherweise tiefe Stimme sprang in die Höhe. Was soll ich sagen? Seine Majestät mag es nicht, unter Druck gesetzt zu werden. Und wenn von Gersen meint, es eilig zu haben, dann... Sophie schnappte sich die Mischpalette und tunkte den Pinsel ins Weiß. Vielleicht schaffte sie es damit, den Schaden auszubessern, den sie eben am Ammersee verursacht hatte. Von Pfistermeister warf die Hände in die Höhe, wobei das Tuch auf den Teppich flatterte. Wenn er abreißt, waren die letzten Monate umsonst. Ihr müsst mit seiner Majestät reden, eure Hoheit. Er muss den Sondergesandten empfangen. Unverzüglich. Ich? Sophie schaute von Pfistermeister dabei zu, wie er das Taschentuch aufhob und es zum zweiten Mal einsteckte. Sein Rekord lag bei sechs Mal in einer Viertelstunde. Wieso immer ich? Was ist mit euch oder von der Pforten? Sie kannte und schätzte von Pfistermeister seit ihren Kindertagen. Er hatte ihr oft genug mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Zudem war ihr bewusst, dass er mit seiner Aufgabe als Kabinettssekretär ein schweres Los gezogen hatte. Alle Anfragen an Ludwig gegenüber von Pfistermeisters Tisch. Und den Hauptteil seiner grauen Haare und diversen nervösen Marotten verdankte er der Tatsache, dass es fast unmöglich war, Ludwig dazu zu bringen, sich mit diesen Anfragen zu beschäftigen. Dennoch war sie entschlossen, sich nicht wieder in eines der ministeriellen Dramen um ihren ehemaligen Verlobten verwickeln zu lassen. Denn das endete regelmäßig damit, dass sie selbst den Ärger hatte. Entweder mit Ludwig oder mit einem seiner Minister und manchmal auch mit allen gleichzeitig. Auf euch hört er, sagte von Pfistermeister in ihre Überlegungen hinein. Wie bitte? Sophie legte die Palette wieder auf den Tisch. Der König hört auf euch! Von Pfistermeister zog erneut sein Taschentuch heraus. Das halte ich für ein Gerücht. Sophie blieb unschlüssig vor ihrem Bild stehen. Jetzt hatte der Ammersee in der Mitte einen weißen Fleck, was aussah, als ob es an einer Stelle auf den See geschneit hätte. Und das, obwohl die Bäume drumherum in voller Pracht standen. Sie seufzte. Bei Augusto wirkte es so leicht, wenn er zum Pinsel griff. Wieso war es das nicht, wenn sie es versuchte? Das letzte Mal war es aber so. Irgendetwas schien vom Pfistermeister an seinem Taschentuch zu stören, denn er schüttelte es energisch aus. Das war Zufall. Das Mal davor hat er mich rauskomplimentiert und anschließend fünf Tage gemieden. Und von der Pforten hätte es fast geschafft, ihn zu überreden, mich nach Hause in die Verbannung zu schicken, entgegnete Sophie. Damit stehen die Chancen immerhin 50 zu 50. Mich hat er die letzten zehn Male hinausgeworfen. Und das ist zurückhaltend geschätzt. Von Pfistermeister musterte sie eindringlich, steckte das Tuch ein und faltete die Hände vor der Brust dramatisch zum Gebet. Bitte, eure Hoheit! Wenn die Verhandlungen scheitern, dann hat der König gerade noch genug Geld, um die nächsten sechs Monate zu überstehen. Und das ohne die immensen Kosten der Baustelle. Er machte eine vage Geste in Richtung der neuen Burg Hohenschwangau und schauderte theatralisch. Das Ganze ist ein Albtraum. Allein das Abtragen des alten Schlosses hat Unsummen verschlungen. Und erst die Sprengungen des Felsgesteins, um Platz für die irrsinnige Grundfläche des neuen Schlosses zu schaffen. Nicht zu reden von all diesem neumodischen Unsinn, den seine Majestät plant, wie Heizungen, Aufzüge und was weiß ich. Es ist aber witzig. Ich dachte, Ludwig hat Einnahmen von über zwei Millionen Gulden pro Jahr. Das kann doch nicht alles aufgebraucht sein. Doch! Wie geht das? Der exaltierte Lebensstil, die vielen privaten Bediensteten, der aufgeblähte Verwaltungsapparat, die diversen Baumaßnahmen, sein Mizenatentum. Ihr meint Wagner? Unterbrach Sophie ihn, bevor er ewig so weitermachen konnte. Der selbe hat im letzten Jahr mehr gekostet als der Unterhalt all unserer Schlösser, murrte von Fistermeister. Jetzt dramatisiert ihr aber, oder? Ein wenig, gab er zu und tastete an seiner Brusttasche nach dem Taschentuch, ließ es dann jedoch stecken. Aber Richard Wagner ist teurer als die Staatsausgaben für zehn Minister zusammen. Und wofür? Ein paar laute theatralische Opern? Danach frage ich Ludwig sicher nicht, werte Sophie bestimmt ab. Das müsst ihr auch nicht, aber die Preußen bieten unter der Hand viel Geld für den Fall, dass wir uns einig werden. Bitte! Ihr seid seiner Majestäts Cousine, beste Freundin und Vertraute! Von Fistermeister holte jetzt doch wieder sein Taschentuch heraus und tupfte sich damit die Stirn ab. Er näherte sich seinem Rekord. Langsam machte Sophie sich Sorgen um ihn. Ich möchte euch wirklich helfen. Sie legte den Pinsel auf die Ablage der Staffelei. Aber auch auf die Gefahr hin, dass das egoistisch klingt. Ich kann nicht nach Hause. Eher springe ich mit Anlauf aus dem Fenster. Sie war froh, dass sie von Fistermeister gegenüber so offen sein konnte. Er würde es für sich behalten. Darauf konnte sie zählen. Das wäre zweifellos sehr schade, entgegnete vom Fistermeister ungerührt, aber mit einem funkentrockenen Humor. Besten Dank, entgegnete Sophie ebenso trocken. Keine Ursache. Und ich denke, ihr könnt beruhigt sein. Eure Mutter wird euch nicht gegen den Wunsch seiner Majestät nach Hause holen, solange hier nichts Ungebührliches geschieht. Und der König liebt euch wie seine eigene Familie, die ihr ja auch seid. Daran ist nichts Unschickliches. Und er würde euch nie heimwenden, wenn ihr dies nicht wünscht. Es wäre schön, wenn meine Mutter das ebenfalls so sehen könnte, sagte Sophie. Ich bin erst zwei Wochen hier und sie hat mir schon zweimal geschrieben und gefragt, wann ich endlich wieder nach Possenhofen käme. Und das, obwohl sie mir versprochen hat, dass ich den Sommer hier verbringen darf. Von der Pforten scheint Mama erneut auf die Unschicklichkeit meines Besuchs aufmerksam gemacht zu haben. Apropos Schicklichkeit, sagte von Pfistermeister und schaute in Richtung der Tür zur Mädchenkammer, die sich rechts an das Wohnzimmer anschloss. Wo ist eigentlich euer Ehrenfräulein? Sollte Erika nicht bei euch sein? Die habe ich zum Einkaufen ins Dorf geschickt. Sophie unterdrückte ein zufriedenes Lächeln. Sie hatte ihrer Kammerfrau so viele Aufgaben aufgetragen, dass sie bestimmt einige Stunden weg sein würde. Von Pfistermeister schmunzelte. Sophie vermutete, dass ihm nicht entgangen war, dass sie auffällig häufig ohne ihr Ehrenfräulein anzutreffen war und das besagte Ehrenfräulein fast jeden Tag aufwendige Einkaufslisten ausgehändigt bekam, deren Erledigung viel Zeit in Anspruch nahm. Wenn es euch beruhigt, sagte von Pfistermeister, dann unterstütze ich euch, falls von der Pforten wieder gegen euch intrigiert. Sicher? Sophie hob zweifelnd die Augenbrauen. Großes Kabinettverkretärs Ehrenwort. Von Pfistermeister machte einen angedeuteten Diener. Und werdet ihr auch Ludwig gegenüber für mich sprechen, falls er mir meine Intervention übel nimmt? Von Pfistermeister wurde bleich und nestelte wieder an seiner Brusttasche herum. Sophie seufzte. Ich ziehe meinen Kittel aus und wasche mir die Hände. Zwanzig Minuten später klopfte Sophie zweimal lang und viermal kurz an der Tür zu Ludwigs Schlafgemach, dem sogenannten Tassozimmer. Während sie auf eine Antwort wartete, starrte sie abwesend auf das dunkle, mit schwarzen Metallstreben verstärkte Holz, das sie immer an eine Tür in einer mittelalterlichen Festung erinnerte. Wie hatte es von Pfistermeister nur wieder geschafft, dass sie hier war und nicht oben in ihren Gemächern beim sorglosen Malen von Landschaften die vermutlich eine Sechsjährige besser hinbekommen hätte? Ich bin es, Sophie, rief sie nach einer gefühlten Minute, was eigentlich unnötig war, da Ludwig sie natürlich an ihrem verabredeten Klopfzeichen erkannte. Kann ich hereinkommen? Sie klopfte erneut im festgelegten Takt und wartete. Von drinnen kam ein dumpfer Schlag, wie etwas Schweres, das auf dem Boden aufprallte. Ludwig? Sophie lauschte und zählte stumm bis zehn. Dann drückte sie die Tür auf, die unverschlossen war. König Ludwig II. von Bayern stand mit ausgestreckten Armen in der Mitte seines geräumigen Schlafzimmers und schien die Decke anzubeten. Von dieser schimmerte Matt ein aus dem darüber liegenden Stockwerk beleuchteter, künstlicher Sternenhimmel, der das Zimmer in eine ewige Sternennacht tauchte. Ludwig selbst hatte die Idee zu der Installation gehabt, die ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit seit Jahren einen Schlaf unter den Gestirnen ermöglichte. Etwas, worum Sophie ihn beneidete und was sie begeisterte. Und nicht nur sie. Die Besucher und selbst die Bediensteten des Schlosses flüsterten über die Großartigkeit des Sternenhimmels und fast alle hätten viel dafür gegeben, sich ihn selbst einmal ansehen zu können. Doch Ludwig schützte seine Privatsphäre mit notorischem Eifer, daher war es nur wenigen vergönnt. Sophie selbst gehörte zu ihnen und schätzte sich glücklich deswegen. Sie war privilegiert, das wusste sie. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Zum Glück sorgte ein goldener Kronleuchter, der in einer quer durchs Zimmer gespannten massiven Kette hing, für mehr Licht. Die zusätzliche Beleuchtung war nötig, da momentan sämtliche Vorhänge geschlossen waren und nur durch die Ritzen ein wenig Tageslicht hereindrang. Das gedämpfte Licht reichte zumindest aus, um die prächtige Wandbemalung des Zimmers zu offenbaren, die in leuchtenden Farben das Gedicht »Das befreite Jerusalem« von Toquato Tasso illustrierte. Auch wenn Sophie das Kunstwerk schon oft gesehen hatte, nahm seine Schönheit sie immer wieder aufs Neue gefangen. Doch heute wurde sie durch Ludwigs Mob Siegfried abgelenkt, der etwas hinter sich herziehend rechts unter Ludwigs reich verziertem Holzbett verschwand. Auf dem Tisch an der Wand daneben lag der umgekippte, leere Papageienkäfig, dessen Tür offen stand. Auf dem Boden befanden sich ein wenig Sand aus dem Inneren des Käfigs und eine Tischlampe, die der Käfig beim Umfallen heruntergefegt haben musste. Ein großer Schrank, dessen Tür ebenfalls offen stand, kompletierte die Einrichtung auf der linken Seite des Zimmers. »Ja?« Ludwig wandte sich Sophie zu, ohne die Arme herunterzunehmen. Seine schwarzen Haare hingen ihm in die Stirn. Das Schlafanzugoberteil war hochgerutscht, sodass ein wenig blasser Bauch zu sehen war und einer seiner Pantoffeln fehlte. »Darf ich eintreten, Ludwig?« Sophie blieb kurz an der Tür stehen, die sie hinter sich geschlossen hatte, weil Ludwig es nicht schätzte, wenn Bedienstete von draußen in sein Zimmer schauen konnten. »Bitte!« Ludwig ließ die Arme sinken, bückte sich und zog auch noch den zweiten Pantoffel aus. Sophie kam näher und beobachtete ihn dabei schweigend. Ludwigs Stimmungsschwankungen waren legendär. An manchen Tagen war er der beste Freund, den man haben konnte. Loyal, klug und kreativ. An anderen hieß es, rasch in Deckung zu gehen. Welcher Tag war heute? Ludwig richtete sich mit dem Pantoffel in der Hand auf. Er wirkte entspannt und lächelte sogar, auch wenn er Schatten unter den Augen hatte. Seine Laune schien also trotz des Besuchs des Sondergesandten nicht schlecht zu sein. »Was hat er da?« Sophie nickte erleichtert in Richtung Bett, unter dem der Mops vor sich hinknurrte und ab und zu jaulte. »Meinen anderen Schuh zum Mittagessen,« sagte Ludwig. »Hilfst du mir, ihn wiederzuholen?« Sophie fragte sich, wie sie in ihrem sperrigen Kleid mit der Krinoline und das Bett passen sollte. »Den Schuh?« »Nein, nicht nötig,« winkte Ludwig ab. »Nicht?« »Mein letztes Paar hat ihm nicht geschadet.« »Ganz wie du meinst.« »Aber wobei soll ich dann helfen?« »Dabei!« Ludwig zeigte mit dem Pantoffel nach oben. Auf dem Kronleuchter trippelte etwas Grüngelbes auf und ab. Ludwigs Amazonenpapagei Brunnhilde. »Was kann ich tun?« Sophie legte den Kopf in den Nacken. »Wedele mit dem Pantoffel,« bat Ludwig. »Das lenkt sie ab, sodass ich sie ergreifen kann. Warte auf mein Zeichen!« Er warf Sophie den Pantoffel zu, die ihn geschickt auffing, und zog einen filigranen Stuhl mit elegant geschwungenen Beinen unter den Kronleuchter. Sophie zögerte, als sie seine Absicht erkannte. »Stimmt was nicht?« Ludwig verharrte, einen Fuß auf dem Stuhl. »Ist der Stuhl nicht ein wenig zu...« Sophie suchte nach dem passenden Wort. »Zart?« »Wie meinen meine Beste?« »Ich meine...« Sie brach ab. Ludwig war außerordentlich empfindlich, wenn es um sein Gewicht ging, weil er seit kurzem bei einer Größe von knapp über 1,90 Meter beinahe 110 Kilo wog. »Die Sitzfläche ist etwas zu klein, um darauf zu stehen, oder?« improvisierte sie. Sophie selbst fand Ludwig nicht zu dick. Aber er war in einer Familie aufgewachsen, die körperliche Zucht schätzte und zugleich erwartete. Sein Vater war vor seinem Tod ein passionierter Jäger gewesen. Seine Mutter war trotz ihres mittlerweile fortgeschrittenen Alters immer noch eine begeisterte und sehr fähige Bergsteigerin. Eine Leidenschaft, die Ludwig im Gegensatz zur Jagd teilte. Allerdings war seine Leidenschaft für Süßigkeiten mindestens genauso groß wie für das Klettern und Wandern. »Ich bin sicher, das wird reichen.« Ludwig kletterte mühsam auf den Sitz, auf dem seine nackten Füße gerade so nebeneinander passten, und richtete sich etwas wackelig auf, was ihn fast auf Augenhöhe mit dem Papagei brachte. Der stutzte eine Millisekunde und trat flatternd den Rückzug auf die höher gelegene Befestigungskette an, bevor Ludwig ihn packen konnte. »Nun dann.« Ludwig gab Sophie einen Wink und verlaupt prompt das Gleichgewicht. Er ruderte mit den Armen. Sophie eilte zu ihm und ergriff ihn von unten fest an einer Hand. »Alles in Ordnung?« »Selbstverständlich«, sagte Ludwig würdevoll und hielt sich mit der anderen Hand an der schwankenden Kette über ihm fest. »Darf ich bitten?« Er ließ Sophie los. »Richtig.« Sophie trat ein wenig von ihm zurück und schwenkte den Pantoffel. Siegfried kam unter dem Bett hervorgeschossen und umkreiste Sophie schnaufend und mit dem ganzen Körper wedelnd. Brunhilde hingegen starrte regungslos aus einem Auge auf Ludwig herunter und hielt das andere geschlossen, während die Kette sie hin und her schaukelte. »Merdalor!«, murmelte Ludwig, der jetzt mit dem ganzen Stuhl vor und zurück wankte. »Erdalor!«, krächzte Brunhilde. »Wann hat sie das gelernt?« Sophie stoppte mitten in der Bewegung. »Grade.« Ludwig hielt nur mit Mühe sein Gleichgewicht. »Sie ist sehr gelehrsam. Nur das mit den Ems klappt partout nicht.« Er packte mit der zweiten Hand die Kette, wodurch er noch mehr ins Schwanken geriet. »Ich fürchte, wir brauchen eine neue Idee.« Sophie sah sich schon gegenüber von der Pforten und von Pfistermeister erklären, weshalb der bayerische König sich in ihrer Gegenwart den Hals gebrochen hatte. »Darf ich es einmal versuchen?« Sie hielt ihm erneut die Hand hin. Ludwig ergriff sie, nachdem er die Kette vorsichtig losgelassen hatte. Sie stemmte sich mit aller Kraft gegen sein Gewicht, wartete, bis er auf sie gestützt sicher herabgestiegen war und drückte ihm den Pantoffel in die Arme. »Und nun?«, errunzelte die Stirn. Sophie lächelte aufmunternd, löste ihr kostbares silbernes Armband mit den Rubinen und hielt es Brunhilde hin. »Schau mal!«, sagte sie so lockend wie möglich zu ihr. Der Vogel neigte den Kopf und öffnete das andere Auge, bewegte sich aber nicht. »Was soll das werden, meine liebste Sophie?« Ludwig versuchte, den an ihm hochspringenden Siegfried davon abzuhalten, sich den zweiten Pantoffel zu schnappen. »Sie ist eine Elster,« erklärte Sophie. »Ich bin mir sicher, dass sie ein Papagei ist. Da, nimm du Gierschlund!« Ludwig warf Siegfried seine Beute zu, der damit so schnell durch den Raum sauste, wie das auf seinen kurzen Beinchen möglich war. »Sie liebt alles, was glitzert.« Ist dir das noch nicht aufgefallen? »Nicht, dass ich wüsste.« Ludwig klang nachdenklich. »Dann warte nur ab.« Sophie ließ den Schmuck demonstrativ weiter hin- und herbaumeln, ging langsam zum etalenden Käfig und stellte ihn mit der freien Hand auf. Zum Glück war der meiste Sand im Vogelbauer geblieben. »Na komm, ist alles deins,« flötete sie Brunhilde zu und legte das Armband auf den Sand. Der Papagei kam zögernd auf der Kette herangetrippelt. Doch dann siegte die Gier. Er flog nach unten, kletterte in den offenen Käfig und nahm das Armband in den Schnabel. »Das hätte ich als nächstes versucht,« behauptete Ludwig. »Natürlich,« entgegnete Sophie sanft, während sie die Tür des Käfigs schloss. Ludwig trat heran. »Willst du das nicht wiederhaben?« »Eigentlich nicht. Das Armband ist ein Geschenk von Herzog Allosson.« »Verstehe.« Ludwig sah sie mit einer Mischung aus Schuldbewusstsein, Mitleid und Zuneigung an, wie immer, wenn es um ihren potenziellen neuen Verlobten ging. »Möchtest du ein neues?« »Ich kann dir etwas Schönes machen lassen.« »Bitte, lass mich dir etwas schenken,« sagte er eifrig. »Das ist nett von dir, Ludwig, mein Lieber. Aber es ist wirklich nicht erforderlich. Ich habe mehr als genug Schmuck.« »Schuck!« warf Brunhilde dazwischen, die das Armband mit dem Schnabel im zentimeterdicken Sand des Käfigs verscharrte. »Schmuck!« sprach Sophie ihr langsam und deutlich vor. Brunhilde nickte, zog es jedoch vor, zu schweigen. »Das lernt sie noch. Rate mal, was ich als nächstes mit ihr trainieren werde.« Ludwig wippte auf den Zehenspitzen. »Was denn? Singen?« »Apportieren!« »Die Arbeit mit Siegfried hat mich darauf gebracht.« Er rieb sich freudig die Hände. Dann schaute er wieder zu Brunhilde. »Und bist du sicher, was den Schmuck angeht? Meine Goldschmiede sind erstklassig.« »Sicher. Aber ich danke dir von Herzen.« »Na gut.« Ludwig räusperte sich und besann sich kurz. »Was führt dich eigentlich zu mir? Ich dachte, du widmest dich heute deiner Kunst. Also nicht, dass ich mich nicht freuen würde, dich zu sehen. Denn das tue ich.« Er lächelte sie warm an. »Pfee hat mich aufgespürt.« Sie lächelte zurück. Sie war froh, dass sie zu ihrer alten Vertrautheit zurückgefunden hatten, die während ihrer Verlobung arg gelitten hatte. »Und das, obwohl ich mich oben in den Gemächern versteckt hatte, die du mir netterweise überlassen hast.« »Er schickt mich, um mit dir zu reden.« Ludwig stöhnte. »Ich weiß«, beschwichtigte ihn Sophie. »Aber er sagt, es sei wichtig.« »Das denkt er immer und nie stimmt es.« »Von Gersen hat gedroht, abzureisen, wenn du ihn heute nicht empfängst.« »Das tut er sowieso nicht.« »Seine Koffer sind gepackt. Die Kutsche ist bestellt.« »Pah!« Ludwig winkte ab. »Er hat Reiseproviant geordert.« Ludwig stutzte. »Dann könnte er es tatsächlich ernst meinen.« »Aber selbst wenn...« Er stemmte die Hände in die Hüften. »Wofür habe ich meinen Finanzminister?« »Und Pfie und Pfoh?« »Können die nichts alleine regeln?« »Von Gersen muss direkt mit dir sprechen. Die Sache ist wohl delikat. Anweisung von Bismarck,« sagt Pfie. Sophie bewunderte Brunhildes Energie. Der Papagei hatte das Armband bereits in eine sandige Anhöhe verwandelt, unter der es hier und da rot funkelte. »Ich will nicht mit ihm reden. Er ist ein einfältiger Mensch, der nur an das nächste Mal denkt und von wahrer Größe keine Ahnung hat. Man stelle sich vor, er mag nicht einmal Wagner. Wagner! Ein Tor, wer dieses wahre Genie nicht erkennt!« Ludwig streckte die Brust raus und stellte sein rechtes Bein durchgedrückt zur Seite. Das tat er immer, wenn er königlich wirken wollte. »Aber er ist nun einmal Bismarcks Repräsentant für die schweren Fälle.« Sophie bürgte sich zum Käfig herunter, um zu bewundern, dass das Armband endlich einen löblichen Zweck gefunden hatte. »Die schweren Fälle?« echote Ludwig. »Es ist wohl eher so, dass Bismarck seinen Schwiegersohn ins B mit aller Macht fördern will.« Sophie schaute überrascht wieder auf. »Das wusste ich nicht.« »Wirklich?« »Nicht doch, Brunhilde.« Brunhilde grub das funkelnde Armband wieder aus und zog es mit dem Schnabel auf dem Käfigboden im Kreis herum, vermutlich auf der Suche nach dem noch idealeren Versteck.« »Ja, wie man sieht, ist der große Bismarck nicht über ein bisschen Nepotismus erhaben.« Ludwig betrachtete ebenfalls Brunhildes Aktivitäten. »Interessant. Ich habe mich schon öfter gefragt, warum von Gersen seine Stellung inne hat. Ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber er macht manchmal einen wenig inspirierten Eindruck. Da. Sophie wies auf eine Stelle im Käfig, die nicht anders war als die anderen, ihr aber dennoch gut erschien. »Und bitte viel Sand darüber!« Brunhilde schien zu verstehen, denn sie begann augenblicklich damit, das Armband an besagtem Punkt zu verbuddeln. »Gut so, Brunhilde!« lobte Ludwig. »Und was von Gersen angeht,« sagte er zu Sophie, »so hast du das ausgezeichnet und sehr diplomatisch umschrieben. Ich hätte ihn mit Freude schon hundertmal des Landes verwiesen, wenn ich nur könnte. Er ist ein Dummkopf und so langatmig, dass es einem das Wasser in die Augen treibt. Aber ich muss mich mit ihm abfinden, weil Bismarck es so will.« Er strich sich durch die Haare und glättete sie. »Wo wir gerade von Landesverweis sprechen.« Wagner ist aus München zu Besuch gekommen. Er wohnt unten im Dorf. Wusstest du, dass er eine ganz hinreißende neue Oper komponiert hat? Ein Heldenepos erster Güte. Er hat sie mir heute Nacht vorgestellt. Mir allein. Als Erstem auf der ganzen weiten Welt. Und dann haben wir geredet, bis der neue Tag begann. Er ist ein treuer, werter Freund.« Ludwig strahlte. »Wenn er hier ist, ist Geld umso wichtiger,« murmelte Sophie vor sich hin. Brunhilde hörte kurz auf zu graben und schaute andächtig, zu Herzogin. Offenbar stimmte sie mit ihr überein. »Du musst dir das neue Werk anhören,« fuhr Ludwig unbeirrt fort. »Die Geschichte, die Musik. Du wirst begeistert sein. Heute Abend? Im Festsaal? Sehr gern.« Sophie schenkte dem König ein ehrliches Lächeln sowie einen angedeuteten Knicks als Dank. Sie mochte Wagners Musik fast genauso gern wie Ludwig. Nur mit Wagners Charakter hatte sie ein Problem. »Aber meinst du, du kannst vorher...« versuchte sie es erneut. »Ist das wirklich nötig?« Ludwig schubb die Unterlippe nach vorne. Das Strahlen war verschwunden. »Ich fürchte...« Sophie tätschelte seinen Oberarm. »Aber wir machen es so angenehm wie möglich für dich.« »Wie soll das gehen?« »Du könntest zum Beispiel deine schöne Uniform anziehen, die blaue, die du so magst.« »Vielleicht.« »Aber ich will nicht alleine mit ihm reden.« »Pfi wird da sein und ungefähr ein halbes Dutzend andere, um dich zu unterstützen, Ludwig. Du bist nicht allein.« »Pf«, stieß Ludwig zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, plötzlich rot im Gesicht. »Unterstützen? Ha!« Er reckte den Zeigefinger in die Luft. »Um mich zu kontrollieren und zu gängeln wohl eher. Eure Majestät hier, mein König da und alles mit diesem angespannten Gesichtsausdruck, der bedeutet, dass Sie Angst haben vor dem, was ich als nächstes sage oder tue. Diese Heuchler!« Er fuchtelte wild mit dem Zeigefinger, sodass Sophie vorsorglich einen Schritt zurückging. »Und worum geht es Ihnen?« machte Ludwig davon unbeeindruckt weiter. »Nicht um Würde, nicht um Anstand, Ehre oder Ruhm. Ganz zu schweigen von der Kunst. Es geht immer nur um Geld, Geld, Geld.« »Aber denk doch, was du mit dem Geld alles schaffen kannst,« wandte Sophie ein. »Welche herrlichen Bauten! Die neue Burg Hohenschwangau wird ein Wunder!« Das war nicht geschmeichelt. Sie hatte die Pläne gesehen und war verzaubert. Ludwig atmete tief durch. »Du hast recht.« Er senkte den Finger. »Ich habe übrigens über einen Namen für sie nachgedacht. Neue Burg Hohenschwangau trifft es nicht. Das ist zu banal, zu unauffällig. Meine neue Burg wird etwas nie zuvor Dagewesenes sein. Ein Traum von Heldentum und Edelmut in Stein. Das muss sich im Namen wiederfinden. »Und an welchen hast du gedacht?« Sophie suchte auf dem Nachttisch nach den Sonnenblumenkern, um Brunhilde zu belohnen, die das Armband wieder vollständig vergraben hatte. »Ich habe noch keine überzeugende Idee. Aber wie ich schon sagte, es muss den Odem von Rittern und alten Mythen haben. Heilige Gralsburg? Pazifalpalast?« Ludwig rieb sich die Stirn. »Ach, taugt alles nichts. Hast du einen Einfall?« »Nicht spontan. Aber ich denke gern darüber nach.« Sophie drehte sich zu Ludwig. »Ausgezeichnet. Dann bin ich jetzt bereit für von Gersen. Aber nur, weil du mich gebeten hast. Und ich gehe nicht ohne Freunde. Du musst mitkommen. Ich brauche dich.« Ludwig dachte nach. »Und Wagner auch.« »Wagner?« rutschte es Sophie erschrocken heraus. »Ich schätze seine Meinung. Das weißt du doch.« entgegnete Ludwig missmutig. »Ich gebe deinem neuen Sekretär Bescheid.« sagte Sophie schicksalsergeben. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten »Oh Herr.« »Oh Herr.« »Mach, dass ich die verdammten Preußenhunde ruhig und mit Gleichmut ertrage, so wie es dein Wille ist. Gib mir unendliche Geduld, ewige Langmut und überwältigende Kraft, sie nicht bei Wasser und ohne Brot in den Kaker zu werfen.« »Notiz.« Ursula bitten, mir frische Pralinen ins Verhandlungszimmer zu bringen. »Beeil dich!« Ludwig zog den Bauch ein. »Los, los, die verräterischen Preußen warten!« »Sehr wohl, mein König!« Ludwigs Privatdiener Karl kniete vor Ludwig und versuchte, die Knöpfe an der dunkelblauen Uniformjacke zu schließen. Die rechte Jackenseite glitt ihm aus den Fingern, sodass der starre Stoff über Ludwigs Körpermitte aufklaffte und das helle Seidenhemd darunter zum Vorschein kam. »Sie scheint ein klein wenig zu spannen, Eure Majestät!« Karl kam langsam in die Höhe. Er war jetzt im 64. Jahr und langsam nagte der Zahn der Zeit an ihm. Etwas, das unter anderem daran sichtbar wurde, dass sein ehemals blondes Haar nunmehr fast weiß war und die vielen Sommersprossen in den tiefen Falten auf seinen Wangen verschwanden. »So ein Unsinn!« entgegnete Ludwig. »Die habe ich erst vor ein paar Monaten zur Trauung von der Tochter von dieser, äh, wie war noch ihr Name, getragen?« »Diese verrückte Gräfin mit dem schlechtesten Orchester der Welt! Das, bei dem die erste Geige mich in den Wahnsinn getrieben hat, du weißt schon!« »Die mit dem schönen Gartenpavillon, den ihr beim Empfang bewundert habt?« Karl stand jetzt aufrecht und reichte Ludwig eben bis zur Brust. »Genau! Da passte die Jacke jedenfalls wunderbar!« Ludwig strich sein Haar zurück, das ihm in die Stirn fiel. Er mochte es so. Langes Haar war heldenhaft. Tristan hatte sicher langes Haar gehabt. »Äh, Barisch K.,« überlegte Karl. »Wie bitte?« »Der Name der Gräfin, Eure Majestät!« »Ach, Karlchen!« seufzte Ludwig. »Jetzt halte ich bitte nicht mit Nebensächlichkeiten auf. Meine Uniform passt nicht, und diesen Preußenhunden trete ich absolut nicht in Zivil entgegen!« Er warf sein Haupt in den Nacken. »Mögen Sie das volle Gewicht meiner Macht spüren und meine Hoheitlichkeit und Würde bewundern!« Sein Nacken knackte vernehmlich. Er senkte den Kopf vorsichtig wieder. Das war beileibe nicht der richtige Tag, um sich die Glieder auszurenken. Er würde seine ganze Konzentration brauchen, um diesen diplomatischen, mit zuckrig-süßen Zungen palierenden, aber dennoch heimtückisch täuschenden Verbrechern nicht auf den Leim zu gehen. Zumindest waren seine zauberhafte Sophie und der großartige Wagner bei ihm, um ihm den Rücken zu stärken. Aber es war immens wichtig, dass er wie der König von Gottes Gnaden aussah, der er war. »Wo ist meine Ersatzuniform?« besann er sich. »Die mit dem hohen Kragen und den schönen goldenen Tressen. »Bei der Schneiderin, Eure Majestät!« »Wieso das?« »Sie muss...« Karlchens Blick huschte abwesend über Ludwigs Bauch, dann spitzte er kurz die Lippen, wie immer, wenn er nachdachte. »Sie muss vom Schnitt her, der letzten Mode aus Paris angepasst werden.« »Ah, neue Mode!« Nun war Ludwig interessiert. »Die Talie wird bei Herren jetzt mehr betont,« erklärte Karl. »Oh, verstehe. Das ist natürlich wichtig.« Ludwig schaute an sich herab. Seine Talie war rank wie eh und je. Es war gut, die zu betonen. Sein Bauch hingegen, der mochte ein ganz klein wenig mehr sein als vor ein paar Monaten, aber nur minimal, kaum der Rede wert. Und sicherlich nicht so viel, dass die Jacke nicht mehr schloss. Das musste andere Ursachen haben. Und er kannte sie. »Hat die Schneiderin die Uniform wieder enger gemacht?« fragte er inquisitorisch. »Nicht, dass ich wüsste, Eure Majestät. Das hast du auch gesagt, als sie meinen Frack enger genäht hat.« »Das stimmt, Eure Majestät.« »Ich hab ihr das letzte Mal ausrichten lassen, sie möge das nicht, ohne meinen ausdrücklichen Wunsch tun. Das war ein königlicher Befehl, keine Bitte.« Ludwig pochte das Blut in den Schläfen. Wie konnte es sein, dass seinen Wünschen nicht entsprochen wurde? Auch wenn es sich nur um ein Kleidungsstück handelte, das war Hochverrat. »Ich leite Eure Order erneut weiter, Majestät.« Karlchen spähte in den geöffneten Kleiderschrank, dann verschwand er mit dem Oberkörper darin. Ludwig machte zwei Schritte zu seinem Nachttisch, auf dem eine Kristallschale voll mit frischen Pralinen stand. Wenn er daran dachte, diesem Hinterhältigen von Gersen entgegentreten zu müssen, knurrte sein Magen. Er wählte mit Bedacht eine der größten Pralinen, Schokoladenkrokant, seine Lieblingssorte. Ursula, der besten Köchin der Welt, sei Dank, war er damit immer bestens versorgt. Er schob sich zwei Pralinen gleichzeitig in den Mund. Die Stärkung hatte er bitter nötig. »Hier, Eure Majestät«, sagte Karl hinter ihm. »Bitte?« Ludwig drehte sich mit vollem Mund um, nachdem er eine dritte Praline hineingesteckt hatte. »Das hier wird helfen, Eure Majestät.« Karlchen hielt eine Leibbinde aus silbrig glänzendem Stoff in der Hand. Methodisch begann er, deren lange Bahnen abzuwickeln. »Wobei, wenn ich fragen darf?« Ludwig tastete nach einer weiteren Praline, ohne hinzusehen. »Das wird auch in dieser Uniform Eure Talie betonen.« Karl streifte mit einem kurzen Blick die halbleere Kristallschüssel und legte das silberne Gewebe ordentlich aufs Bett. Der Stoff war abgewickelt mehrere Meter lang. »Darf ich?« Er machte anstalten, Ludwig die Jacke auszuziehen. »Wenn du meinst, Karlchen?« Ludwig schlüpfte mit seiner Hilfe aus dem Uniformrock. »Das wird wunderbar aussehen. Heldenhaft, wie ihr seid!« Karl bettete den Rock vorsichtig aufs Bett, nahm die Leibbinde, umrundete Ludwig mehrmals und schlang ihm dabei die Stoffbahnen um den Oberkörper. »Hoch, hoffentlich wie Tristan,« murmelte Ludwig. »Natürlich!« Karlchen war damit fertig, Ludwig einzuwickeln und hielt die losen Stoffenden fest. »Haltet die Luft an, Majestätin!« sagte er, nachdem er hinter Ludwig getreten war. Mit einem Rock zog er die Stoffenden nach hinten. »Au!« Ludwig ließ den Atem stoßweise aus den Lungen entweichen. »Ach, das ist zu fest! Merderlor!« »Das muss so sein!« Karl ließ nicht nach, sondern verstärkte den Zug noch ein wenig. »Ich bekomme keine Luft!« Ludwig wurde es schwummerig. Er stützte sich schwer auf dem Nachttisch ab, was dazu führte, dass dieser unter seinem Gewicht leicht wackelte. Brunhilde, davon aufgeschreckt, hüpfte in ihrem Käfig von ihrer Sitzstange und trippelte um den kleinen Sandberg herum, der das Armband verbarg. Sie kam näher ans Gitter, von wo aus sie den glitzernden Stoff sehnsüchtig betrachtete. »Tch, nichts da!« sagte Ludwig mit gepresster Stimme. »Du hast schon das Armband!« »So!« Karl machte einen festen Knoten, der Ludwig schmerzhaft in die Niere drückte. »Perfekt!« Er half dem König in die Jacke und konnte die Knöpfe nun mühelos schließen. Es klopfte, dreimal lang, dreimal kurz. Das war Paul Lohmanns Klopfzeichen. Siegfried, der bislang reglos das Kinn auf den Pfoten vor der Tür gelegen und geschlafen hatte, sprang auf und bellte. »Herein!« rief Ludwig über das Bellen hinweg. Die Tür öffnete sich und Paul Lohmann, Ludwigs neuer Privatsekretär, verbeugte sich vor Ludwig. Er ließ Richard Wagner ein und schloss die Tür wieder von außen. Siegfried stürzte sich auf Wagner und hängte sich knurrend an dessen rechtes Hosenbein. »Ha! Treuer Freund! Großer Meister! Wie froh bin ich, euch zu sehen!« Ludwig eilte auf Richard Wagner zu und schüttelte ihm die Hand. »Es ist mir eine Ehre, euer allergnädigste Majestät!« Wagner deutete eine Verbeugung an, schüttelte gleichzeitig Ludwigs Hand und versuchte, Siegfried mit energischen Fußbewegungen loszuwerden. Wagner war offenbar beim Mittagessen gewesen, als Ludwigs Sekretär ihn geholt hatte. Denn Wagners weißes Hemd unter dem dunklen Gehrock hatte einen Soßenfleck knapp unter dem Kragen. »Aus!« sagte Ludwig streng zu Siegfried, der Wagners rechtes Hosenbein verblüffenderweise tatsächlich losließ. Aber nur, um sich anschließend das linke zu schnappen und daran zu zerren. »Kommt!« Ludwig bückte sich, löste Siegfrieds Zähne vom Hosenbein, hob ihn auf und führte Wagner über den Flur in sein gegenüberliegendes Büro, das klein und dunkel war. Er hatte noch ein großes Prächtiges zur Repräsentanz, aber das mochte er nicht. Es hatte seinem Vater gehört und erinnerte zu sehr an das strenge Regiment, das dieser über Ludwigs Kindheit geführt hatte. Das hier hingegen war ganz nach seinen Vorstellungen und mit den neuesten technischen Errungenschaften ausgestattet. Ludwigs aktueller Liebling war eine Schreibmaschine, die erst seit ungefähr einem Jahr patentiert war und die er sich extra aus Amerika hatte besorgen lassen. Er benutzte sie zwar kaum, fand aber, dass sie auf seinem Edelholzsekretär durchaus Eindruck machte. Auf einem Tisch vor dem einzigen Fenster stapelten sich die Bauzeichnungen und Ausstattungskataloge für die neue Burg und den Umbau des königlichen Eisenbahnwagens im letzten Jahr. Im Schrank hinter dem Schreibtisch verwahrte Ludwig seine umfangreiche Sammlung von Tage- und Notizbüchern, in denen er akribische Aufzeichnungen von allem, was ihn interessierte, anfertigte. Das waren meistens Theater und Musikaufführungen, aber auch sein Alltagsgeschäft, wenn es denn ausnahmsweise spannend war. Ludwig schob die ordentlichen Türmchen ungelesener Depeschen beiseite, die der Haustelegraphist dreimal am Tag auf dem Schreibtisch ablegte, ließ sich dahinter nieder und nahm Siegfried auf seinen Schoß, der sich zusammenrollte und die Augen schloss. Wagner setzte sich ihm gegenüber und schlug die Beine übereinander. »Es ist eine große Freude, euch zu sehen, eure verehrte Majestät.« Die Frage, warum er hier war, schwang mit. »Ich brauche eure Unterstützung, mein bester Freund.« »Wie kann ich euch dienen, hochgeschätzteste Majestät?« Wagner neigte das geniale Haupt. »Dieser fürchterliche von Gersen will schon wieder eine Audienz, und ich muss sie ihm gewähren.« Ludwig wären beinahe die Tränen in die Augen getreten. Dieser begnadete Meister, ein Talent, das nicht von dieser Welt war, war dennoch bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um ihm, Ludwig, zu Diensten zu sein. Und dabei war Wagner nicht einmal Bayer. Er stammte aus Leipzig. Um zu verhindern, dass ihn die Emotionen übermannten, tätschelte Ludwig Siegfrieds strammen Rücken. »Weshalb?« »Weil Pfieh nicht davon abzubringen ist, dass ich dabei sein und den Vorsitz führen muss. Er hat sogar meine Cousine, Herzogin Sophie, deswegen eingespannt.« »Und ich soll ebenfalls dabei sein?« Wagner richtete sich im Sitzen auf. »Natürlich, treuer Meister! Ihr seid meine größte Stütze!« »Geht es wieder um die dreimal verfluchte Vorherrschaft von Preußen im Bund?« Wagner wurde zornesrot. Ludwig bezog ihn in viele politische Entscheidungen mit ein. Daher war Wagner stets auf dem Laufenden. »Ich fürchte.« »Und ihr habt recht.« »Die ganze Sache ist verflucht.« Ludwig suchte in seiner Schreibtischschublade nach Streichhölzern, fand aber keine. »Aber ihr werdet ihnen nicht nachgeben, nicht wahr?« Wagner verfolgte abwesend Ludwigs Bewegungen. »Natürlich nicht!« »Diese Schande!« »Nicht auszudenken!« »Habt ihr Streichhölzer, werter Freund?« Ludwig schloss die Schublade in Nagisch. Wagner klopfte seine Taschen ab. »Nein, leider nicht im Moment, Eure Majestät. Aber ich werde vor unserem Treffen mit den Preußen welche besorgen lassen.« »Hätten die verfluchten Österreicher nur nicht unseren gemeinsamen Krieg gegen diese Hunde verloren. Dann wäre ich jetzt nicht in dieser Zwickmühle und Bismarck ausgeliefert. Aber die Österreicher mussten ja unbedingt ihre altmodischen Gewehre benutzen. Und das gegen meinen ausdrücklichen und wohlwissenden Rat. Kein Wunder also, dass wir so sang- und klanglos untergegangen sind. Ich hätte stärker darauf dringen müssen,« sagte Ludwig aufgebracht. Er brauchte wirklich dringend eine Zigarette. Sofort! »Das war nicht euer Versagen, Eure Majestät. Sie hätten nur gleich beim ersten Mal auf euch hören müssen, wie es sich gehört. Aber sie haben es schändlicherweise nicht getan.« Wagner strich das Hemd samt Soßenfleck glatt. Bratensauce mit Rotwein. Ziemlich sicher. »Ach, ich weiß, ich weiß. Aber nun ist das Unglück nun mal geschehen. Was soll ich tun? Bismarck bearbeitet mich Tag und Nacht. Er droht mir. Er schmeichelt mir. Und von Gersen bietet unter der Hand Geld. Als ob ich mir meine Ehre abkaufen ließe. Indiskutabel.« Ludwig setzte Siegfried ab und erhob sich. »Irgendwo hier muss es ein brandneues, hochmodernes Taschenfeuerzeug sein.« »Allein der Gedanke, dass man seine Ehre verkaufen könnte, macht, das mir übel wird.« Wagners kantiges Kinn schob sich mit einer Geste der Empörung nach vorne. »Menschen wie wir werden häufig verkannt. Glaub mir, ich weiß, ich weiß, wovon ich rede.« Ludwig ging um den Schreibtisch herum. Da war das Feuerzeug, ja. Hinten auf dem Tisch mit den Bauzeichnungen. »Ihr habt so recht«, bestätigte Wagner. Er verstand Ludwig eben. »Mir geht es wie euch einzig um meine Kunst und darum, diese der Nachwelt zu erhalten. Und ich werde genau wie ihr von diesen Zahlenmenschen auf das Schlimmste angefeindet.« »Funkenberg verkennt euch, das ist wahr«, sagte Ludwig, der genau wusste, wen Wagner mit »Zahlenmensch« gemeint hatte. »Wenn ich nur wüsste, wie ich es ihm erklären soll. Aber vielleicht bietet sich nach unserem Termin eine Gelegenheit zu einem Gespräch zu dritt. Ich bin sicher, er wird Vernunft annehmen.« »Funkenberg wird heute also auch anwesend sein?« Wagner klang, als ob er mit Zusammengebissen im Kiefer sprach. »Natürlich, er ist mein Finanzminister.« Ludwig nahm das Feuerzeug, zündete sich eine Zigarette an, die er aus seinem Taschenetoui genommen hatte, und steckte Feuerzeug und Etoui ein. Die brennende Zigarette zwischen den Fingern kam er zurück zu Wagner, stieg über Siegfried und setzte sich. Wagners Miene war eindeutig verstockt. »Ich möchte, dass ihr heute eure Animositäten beiseite lasst, bester Freund. Die Preußen sind der Gegner, und gegen den müssen wir geschlossen zusammenstehen. Wie ein Mann«, sagte Ludwig besänftigend, nachdem er einen Zug genommen hatte. »Selbstverständlich, Eure Majestät. Doch ob der Herr Minister, die es auch weiß, ist fraglich.« Wagner betonte das Wort »Minister« in eindeutig anklagender Art und Weise. »Ich kann Fundenberg nicht nach Belieben ablösen,« antwortete Ludwig auf den unausgesprochenen Vorwurf. »So gern ich euch diesen Gefallen tun würde, lieber Freund. Aber der Ministerrat hat dem nicht zugestimmt. Doch seid beruhigt. Er hielt die zigarettenfreie Hand in die Höhe, bevor Richard Wagner etwas sagen konnte. »Irgendeine Lösung werde ich finden.« Er verschwieg lieber, dass er den Ministerrat durchaus hätte überstimmen können. Aber Fundenberg war ein zwar irritierender, aber fähiger Minister, und Ludwig war sich nicht sicher, ob er ihn wirklich ablösen lassen wollte. Er seufzte kaum hörbar, nahm noch einen Zug und stieß den Rauch durch die Nase aus. Warum musste er sich überhaupt mit diesen leidigen Themen beschäftigen? Alles, was er wollte, war, sich in der Weite der Natur auszuruhen und vielleicht das ein oder andere Bauwerk zu errichten. Mehr nicht? »Danke, eure Meister, das macht mich glücklich.« Wagner wirkte trotz der guten Worte nicht gänzlich zufrieden. »Aber vielleicht brauchte er auch nur eine Zigarette?« »Doch die dringlichsten Punkte zuerst.« »Was soll ich von Gersen sagen?« »Ich kann nicht Ja sagen und darf nicht Nein sagen«, kam Ludwig wieder auf den Punkt, der ihn gerade am meisten beschäftigte. »Lasst mich das übernehmen.« »Ich werde so viel Unruhe stiften, dass es zu keiner Entscheidung kommen wird.« Wagner atmete sehnsüchtig den Rauch von Ludwigs Zigarette ein. »Ha, ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet.« Endlich bot Ludwig auch Wagner eine Zigarette an und gab ihm das Feuerzeug. »Aber macht kurzen Prozess. Ich will heute noch ausreiten. Das Wetter ist herrlich. Und heute Abend schuldet ihr mir und Sophie ein Konzert, auf das ich schon sehnlichst warte.« Das Zimmer, das Ludwig für ungeliebte Geschäfte nutzte, lag im Erdgeschoss im Versorgungstrakt und war dementsprechend schlicht. Es gab keine wunderbaren Historiengeschichten an den Wänden wie in den anderen Räumen im Schloss, sondern nur schmucklose Mauern. An einer von ihnen hing ein riesiges Porträt, Ludwig in jüngeren Jahren in blauer Uniformjacke, mit goldenen, gestickten Ornamenten am Kragen und breiter Scherpe über der Brust, die mit einer kostbaren, diamantenbesetzten Brosche verziert war. Direkt unter dem Bild befand sich sein thronähnlicher Sessel aus rotem Samt, auf dem Ludwig jetzt in Person in eben jener Uniform saß, die er auf dem Bild trug, nur, dass sie jetzt ein wenig um seinen Bauch spannte. Sein Sessel war der einzige, der über einen gepolsterten Sitz und eine gepolsterte Lehne verfügte. Die Gäste mussten mit harten Stühlen Vorlieb nehmen, die um einen langen Tisch gruppiert waren, an dessen Kopfende der König den Vorsitz führte. Sophie wusste, dass Taktik hinter dem ungemütlichen Ambiente steckte. Ludwig hätte andere und ungleich schönere Räume zum Repräsentieren gehabt, aber er wollte seine ungeliebten Besucher davon abhalten, zu verweilen. Sie rutschte auf ihrem harten Sitz hin und her und fragte sich, wie lange sie noch durchhalten musste. Die Zusammenkunft dauerte bereits zwei Stunden und es war sterbenslangweilig. Zudem war die Stimmung angespannt. Alle gingen quasi auf emotionalen Zehenspitzen, weil Ludwig offenkundig gereizt vor sich hin brütete und eine Zigarette nach der anderen rauchte. Sophie war dankbar, dass man alle Fenster geöffnet hatte, aber auch so war der Rauch schwer auszuhalten. Sie schaute aus dem Fenster zu ihrer Rechten, das auf einen umschlossenen Innenhof mit einem Springbrunnen führte. Sie lauschte dem leisen Plätschern des Wassers und spürte die warme Luft, die von draußen hereinkam. An diesem Brunnen an der frischen Luft wäre sie jetzt deutlich lieber gewesen als hier in diesem stickigen Zimmer. Sie gab sich einen Ruck und konzentrierte sich. Ludwig wollte nach solchen Treffen oft von ihr hören, was sie über die Anwesenden dachte. Ihn interessierte dabei weniger ihre Meinung zu politischen Fragen, als vielmehr ihre Einschätzung der charakterlichen Qualitäten der jeweiligen Gäste. Er meinte, sie hätte ein gutes Gespür dafür. Aber natürlich fragte er sie so etwas nur unter vier Augen. In der Öffentlichkeit verbat er sich Ratschläge. Sie musterte die Runde unauffällig, denn Damen starrten nicht. Sie war die einzige Frau, wie fast immer, seitdem Ludwigs Mutter sich aus der aktiven Politik zurückgezogen hatte. Links von ihr saßen von Pfistermeister und der Außenminister Althofen, der eine Akte und Papier auf dem Tisch vor sich hatte und mitschrieb. Daneben saßen der Finanzminister Funkenberg samt Assistent, der seinem Chef gerade mit einem Streichholz Feuer gab, damit der sich seine Pfeife anzünden konnte. Der wiederum hörte aufmerksam Wagner und von Gersen zu, die auf der anderen Seite des Tisches das Wort führten. Sophies Blick blieb an von Gersen hängen. Er war ein hagerer Mann um die 30, mit vollem blonden Haar und beeindruckendem Schnauzbart, mit gezwirbelten Enden, die man nicht ansah, dass er ständig aß. Ihrer Meinung nach war er weder besonders attraktiv, noch besonders charmant. Und wenn er sprach, war seine Redeweise leise und eintönig, wie Ludwig vorhin zu Recht angemerkt hatte. Sophie war sich allerdings nicht so sicher, ob er wirklich so ein Dummkopf war, wie Ludwig meinte. Keiner erhielt sich Bismarcks Gunst über einen längeren Zeitraum, wenn er nicht fähig war. Und vielleicht hatte von Gersen einen geheimen Charme, den nur Bismarcks Tochter zu schätzen verstand. Zu wünschen wäre es ihr. Wir wollen eine schriftliche Proklamation, dass Bayern Preußen die Kaiserkrone anträgt, leierte von Gersen mit seiner unglaublich monotonen Stimme. Anträgt? Wagner sprang aufgebracht neben von Gersen auf. Anträgt? Als ob das große Bayern von Gottes Gnaden Preußen um einen Gefallen bittet? Er begann eine Rede über Bayerns Geschichte und seinen Ruhm, begleitet von ausufernden theatralischen Gesten. Das war typisch für Wagner. Er fühlte sich ständig berufen, als Sprachrohr des Königs aufzutreten, obwohl ihn keiner darum gebeten hatte. Aber der König ließ ihn gewähren. Von Gersen öffnete den Mund und erwiderte etwas, was Sophies Gehirn allerdings nur als Rauschen meldete. Sie verlor sich in der Betrachtung von Wagners grobkantigem Gesicht mit der zu markanten Nase und den wilden Haaren, die am Hinterkopf in Strähnen abstanden. Wieso der Mann ein Frauenheld mit vielen Eroberungen war, erschloss sich ihr einfach nicht. Und das nicht nur, weil er klein war. Er war egozentrisch, verschlagen, geizig und davon überzeugt, dass sein unbestreitbares Talent ihn dazu berechtigte, über Leichen zu gehen. Was konnte man als Frau an einem solchen Menschen nur anziehend finden? Und was fand Ludwig an ihm? Sie versuchte, ihre Aufmerksamkeit wieder auf von Gersen zu richten, was er jedoch vollständig missglückte, da er so einschläfernd vor sich hin schwadronierte. Die Worte Österreich, Vorherrschaft und Norddeutschland trieben an die Oberfläche ihres Bewusstseins und versanken wieder. Ludwig hatte ihr erklärt, dass Bismarck ganz Deutschland vereinen wollte. Natürlich unter der Vorherrschaft von Preußen, dem Bayern quasi ausgeliefert war, seitdem es den letzten Krieg an der Seite von Österreich verloren hatte. Er hatte noch mehr erklärt, aber sie hatte das alles wieder vergessen. Sie konnte verstehen, dass Ludwig sich für Politik nicht interessierte. Es war einfach nur öde. Es juckte ihr in den Fingern, aufzustehen und den versammelten, wichtigen Herren einen derben Witz zu erzählen oder ihnen ein lächerliches Ständchen zu bringen. Und das nur, damit endlich etwas passierte, was nicht so ermüdend war. Außerdem sollten sie sich alle nicht so ernst nehmen. Der Gedanke an die mögliche Reaktion ihrer Mutter ließ sie allerdings erschauern. Kaum jemand war so mutig, ihren Gram auszuhalten, schon gar nicht so viel. Sie hielt sich ihr Taschentuch unter die Nase, das mit Pfefferminz getränkt war. Von dem vielen Rauch bekam sie zu allem Überfluss nun auch noch Kopfschmerzen. Wenn das noch lange so ging, würde sie wieder einen ihrer Migräneanfälle erleiden, die sie tagelang ans Bett fesselten. Von Pfeffermister neigte sich zu ihr. Wollen eure Hoheit vielleicht ein paar Schritte vor die Tür machen? Dafür dauert sicher länger. Sophie nickte dankbar und erhob sich. Sie ging zu Ludwig, flüsterte eine leise Entschuldigung, die er mit einem Nicken akzeptierte, und verließ den Raum. Im Flur wandte sie sich in Richtung Küche. Sie brauchte frische Luft und einen Kaffee, in umgekehrter Reihenfolge. Mehr als eine Stunde später machte Sophie sich auf den Weg zurück. Sie hatte sich von der Köchin Ursula, einer alten Vertrauten seit Kindertagen, einen starken Kaffee brauen lassen, war danach ein wenig um den Alpsee geschlendert und hatte sich auf einen großen Stein am Ufer gesetzt. Dort hatte sie das Schwanenpaar betrachtet, das in dieser Ecke des Sees ein Revier hatte. Es war so herrlich in der warmen Nachmittagssonne gewesen, dass sie länger verweilt hatte als beabsichtigt. Jetzt hatte sie ein schlechtes Gewissen Ludwig gegenüber, der ihre Unterstützung gewollt hatte. Doch wenigstens fühlte sie sich gestärkt und fähig, wenn nötig, ein paar weitere Pfadestunden mit von Gersen auszuhalten. Insgeheim hoffte sie allerdings, dass die Herren sich ergebnislos vertagt hatten. Etwas außer Atem nach dem Aufstieg zum Schloss, das auf einer felsigen Anhöhe thronte und dessen gelber Hauptbaum mit den drei Rundtürmen ihr schon von Weitem entgegengeleuchtet hatte, nickte sie dem wachhabenden Gardisten am Eingang zu. Der salutierte zackig und hätte dabei fast sein Gewehr verloren, das er vor der Brust in Abachtstellung hielt. Sophie verkniff sich ein Lächeln und betrat das Innere des Palastes. In der Eingangshalle kam Augusto di Trabanti mit einer Leinwand auf sie zu, die fast so groß war wie er selbst. Sophie beschleunigte ihre Schritte, in dem Wunsch, ihm möge nicht auffallen, dass sie ihn gesehen hatte. Principessa, rief er laut. Damit war ihre Chance zur Flucht dahin. Sophie rollte innerlich mit den Augen, blieb aber stehen, bis er herangekommen war. Es tut mir leid, dass ich unseren Termin versäumt habe, aber der König wünschte meine Anwesenheit andernorts, kam sie beschwerend zuvor. Das hat selbstverständlich Vorrang, Principessa. Augusto stellte mit einem Ächzen die schwere Leinwand mit der bemalten Seite zu ihr ab, hielt das Bild mit ausgestreckten Armen fest und spähte über den Rand zu ihr herüber. Er war um die siebzig, mit seinen ein Meter fünfzig einen halben Kopf kleiner als Sophie, übergewichtig und wirkte mit seinem weißen Bart, den lebhaften dunklen Augen und rosigen Wangen wie ein italienischer Weihnachtsmann. Er verstand sich als Universalgelehrter und Künstler und hing so ziemlich jeder okkulten Lehre an, die man sich denken konnte. Seine und Ludwigs Zeit vertrieb er sich am liebsten mit aufwendigen Experimenten, von denen eines das Esszimmer in Flammen hatte aufgehen lassen und ein anderes beinahe die liebe Köchin Ursula vorzeitig in den endgültigen Ruhestand im Himmel geschickt hätte. Trotzdem war er im Hofstaat beliebt, denn er war witzig und loyal. Auch Sophie hätte seine Gegenwart geschätzt, wenn nicht ausgerechnet ihre Mutter ihn damit beauftragt hätte, ein Gemälde von ihr für den Herzog von Alassant zu fertigen. Was kann ich für euch tun? Sicherlich wollt ihr nicht, dass ich hier im Foyer für euch sitze. Ich bin fertig. Ihr müsst mir nicht mehr Modell sitzen. Aber bitte, schaut es euch an. Augustus Deutsch war trotz seiner italienischen Geburt perfekt. Sophie ging ein wenig zurück, um das Ganzkörperporträt besser inspizieren zu können. Wie findet ihr es? Fühlt ihr euch gut getroffen? Er stützte das Kinn auf der Leinwand ab. Sein Part war an einer Seite versenkt, und wenn Sophie sich nicht täuschte, fehlten auch Teile seiner üblicherweise buschigen Augenbrauen. Sie schwieg vor Verblüffung. Principessa? erinnerte er sie. Sophie kniff die Augenlider zusammen. Sie war leider tatsächlich gut getroffen. Man sagte, sie sei attraktiv, sogar schön, mit ihren dunkelbraunen Haaren, den hellblauen Augen, der schmalen Nase und den elegant geschwungenen Lippen. Aber sie fand sich allenfalls durchschnittlich. Lieber wäre sie eine exotische Schönheit gewesen. Aber woher die exotische Schönheit nehmen, wenn alle Vorfahren gute Bayern waren? Zumindest trug sie auf dem Gemälde ihr weißes Lieblingskleid mit der Schmuckbordüre, dessen hochgeschlossenes enges Oberteil und ausgestellter Rock ihrer schmale Taille betonten. Aber das war Stolz. Und Stolz war Sünde, behauptete zumindest ihre Mutter. Es ist ausgezeichnet getroffen, Augusto. Aber musste es wirklich dieses Format sein? Hätte eine Fotografie nicht dem gleichen Zweck gedient und wäre einfacher herzustellen gewesen? sagte Sophie missgestimmt. Die Herzogin besteht auf einer persönlichen Geste. Und eine Fotografie wäre das ihrer Ansicht noch nicht, erklärte Augusto, wie schon bei den dutzenden anderen Gelegenheiten, bei denen sie diese Debatte bereits geführt hatten. Wollt ihr, dass ich dem Bild noch etwas hinzufüge? An was denkt ihr? Vielleicht eine Rose? Als Zeichen eurer Zuneigung? Oder das Rubinarmband, das der Herzog euch hat zukommen lassen? Das würde ihm deutlich machen, wie erfreut ihr darüber wart. Ich verzichte. Sophie dachte mit Genugtuung daran, wo sich das Armband befand. Es sei denn, ihr wollt ein paar Tränen hinzufügen. Ich fürchte, dann würde ich des Honorars für meine Arbeit verlustig gehen. Dann lassen wir es einfach so, wie es ist. Selbstverständlich. Wenn ihr wollt, zeige ich euch zum Zeichen meiner Reue, wofür ich das Geld aus dem Auftrag eurer Mutter verwenden werde. Er kicherte, wobei sein langer Bart wippte. Wofür denn? Sophie war widerwillen neugierig. Ich habe ein Fahrrad mit einem Antrieb entwickelt. Meint ihr ein Laufrad? Sophie kannte den Begriff Fahrrad nicht. Das musste etwas Neues sein. Nein, es ist zum Treten mit den Füßen. Augusto machte rotierende Bewegungen mit den Händen und stützte währenddessen das Bild mit dem Bauch ab. Nur mit einem Motor. Ich habe die Entwürfe von Michaud genommen und den Antrieb verbessert, der auf Dampf basiert. Auf Dampf? Ja, wie bei den Dampf-Omnibussen in England. Nur kleiner. Die ersten Tests sind größtenteils gelungen. Auch wenn... Er strich sich über den versenkten Bart. Nichts Großes entsteht ohne kleine Opfer. Richtig? Augusto zwinkerte ihr zu. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Sophie versuchte nicht zu lachen, als vor ihr das Bild von Augustos funkenschlagendem Bart auftauchte. Sie räusperte sich. Ihr seid immer willkommen, es euch anzusehen. Augusto zwinkerte ihr nochmals gut gelaunt zu und nahm das Bild unter theatralischer Anstrengung wieder hoch. Ich schicke das Porträt dann an die Herzogin Ludovica in Possenhofen. Nachdem er weg war, wandte Sophie sich in Richtung des Seitenflügels, in dem der Versorgungstrakt und das Beratungszimmer lagen. Ein Diener rannte an ihr vorbei, als sie in den langen Flur einbog und hätte sie in seiner Hast beinahe gestreift. Sie schüttelte leicht den Kopf. Es war nicht ausdrücklich verboten, dass Diener rannten. Da ihnen jedoch jeden Tag eingebläut wurde, dass sie sich einem königlichen Hofstatt angemessen zu verhalten hatten, war es eher ungewöhnlich. Ob irgendjemand dem armen Teufel Beine gemacht hatte? Oder hatte er vielleicht etwas ausgefressen? Sie schaute ihm hinterher und bemerkte, dass er auf einen Tumult am Ende des Korridors zulief, direkt vor dem Besprechungszimmer. Menschen eilten dort hin und her, jemand rief etwas. Aus der Ferne konnte sie nicht genau erkennen, was vor sich ging. Sie stoppte einen weiteren Diener, der an ihr vorbeihastete. Was ist dort los? Sie zeigte auf die kleine Menschenansammlung. Der Diener war ein junger Kerl mit weichem Gesicht und Stupsnase. Seine Augen waren angstvoll geweitet. Ein Attentat auf den König, stieß er hervor. Oh mein Gott, ist er verletzt? Sophie griff unwillkürlich nach dem Ärmel des Dieners, auch wenn sich das nicht schickte. Ihr Herz schlug so heftig, dass es wehtat. Rede schon! Der Junge brachte kein Wort heraus. Offensichtlich war er völlig überfordert. Sophie ließ seinen Ärmel los, raffte ihren Rock und rannte in Richtung des Besprechungszimmers. Ludwig durfte nichts passiert sein. Das durfte einfach nicht sein. Jeder ihrer Schritte halte laut auf dem Marmorboden wieder und es schien ewig zu dauern, bis sie endlich angekommen war. Voller böser Ahnungen suchte sie nach bekannten Gesichtern und fand keines. Ob sie ins Zimmer gelangen konnte, um selbst die Lage zu erkunden? Aber die Tür war verschlossen und ein Mitglied der königlichen Wache hatte davor Stellung bezogen, das Gewehr in den Händen. Sein grimmiges Gesicht machte klar, dass es kein Durchkommen gab. Eure Hoheit, rief jemand. Sie drehte sich um. Es war vom Pfistermeister. Er drängte sich an ein paar Männern vorbei, nahm sie behutsam am Ellbogen und führte sie in eine ruhigere Ecke des Flurs, ein wenig abseits vom Geschehen. Ihr könnt dort nicht hineingehen. Er hatte dunkle Flecken auf seinem Hemd und den Manschetten, anscheinend von Blut. Ludwigs Blut? Sophie wurde es schwindelig. Jeden Moment würde sie ohnmächtig werden. Mit größter Anstrengung riss sie sich zusammen und atmete tief durch. Was ist mit Ludwig? Ist er verletzt? stieß sie hervor, nachdem sich endlich nicht mehr alles um sie drehte. Nein, beruhigte von Pfistermeister sie. Dem König geht es gut. Sophie war so erleichtert, dass ihre Knie nachgaben und sie von Pfistermeister fast in die Arme gesunken wäre. Wollt ihr euch setzen? Von Pfistermeister geleitete sie zu einer der Sitzgelegenheiten, die in regelmäßigen Abständen im Korridor standen. Es geht schon wieder, behauptete Sophie, auch wenn das nicht ganz stimmte. Aber sie hasste es, sich eine Blöße zu geben. Sie war eine Frau, aber nicht schwach. Was ist genau passiert? Ein Diener sagte, es gab einen Attentat auf den König und ihr habt, sie wies zitternd auf sein Hemd. Von Pfistermeister senkte das Haupt mit den wenigen verbliebenen Haarsträhnen, um sich seine beschmutzte Oberbekleidung zu besehen. Mit einem entschuldigenden Lächeln schaute er wieder auf. Verzeiht, ich muss euch in diesem Zustand einen riesen Schrecken eingejagt haben. Sein Lächeln schwand. Es gab tatsächlich ein Attentat, aber nicht der König wurde verletzt. Sondern? Der Sondergesandte. Von Gersen? Sophie hielt vor Schreck die Luft an. Ja, sagte von Pfistermeister schlicht. Aber... Sophie versagte die Sprache. Sie räusperte sich leise. Was um Himmels Willen ist denn vorgefallen? Auf ihn wurde geschossen. Er ist tot. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten Heute dem Tod von der Schippe gesprungen. Ein Schuss fiel. Nur um Haaresbreite verfehlte er mein Haupt. Ich konnte den Windzug spüren, das Tor zur Hölle öffnete sich und ich sah dem Teufel in die Fratze. Dann noch ein Schuss und noch einer. Wieder verfehlte mich der elende Schurke, dieser Verbrecher, das Ungeheuer. Großes Gewirr. Alle nutzlosen Kerle schrien und rannten umher wie Kinder auf der Flucht vor der züchtigenden Rute. Nur ich bewahrte Ruhe, verschanzte mich in meiner Festung, Notiz Tischunterseite muss gereinigt werden und wartete gelassen, Notiz und sehr majestätisch, das Ende des unseligen Spektakels ab. Wer ist der Unhold? Wer trachtet mir nach dem von Gott gegebenen Leben? Wer beging diesen Frevel? Notiz, ob dieser neue metallische Draht mit den Stacheln, den Augusto zur Zeit entwickelt, um meine Gemächer gewickelt werden kann? Ludwig hastete gemeinsam mit Wagner den Gang zum Festsaal entlang, um sie herum ein Knäuel aus Wachleuten, Dienern und Mägden, die in ihrem Eifer ihn zu beschützen oder einen Blick auf ihn zu erhaschen, fast über die eigenen Füße fielen. Ludwig machte große Schritte, sodass der kleine Wagner neben ihm rennen musste. Aber das war Ludwig gleich. Ihm war nicht wohl in seiner Haut. Was, wenn der Attentäter noch im Schloss war? Schließlich hatte er sein eigentliches Ziel nicht erreicht. Er, Ludwig, lebte. Er wandte sich an die Leibgarde direkt neben ihm. Wo steckt von Hagen? Ludwig pfiff leise beim Sprechen. Diese verflixte Bauchbinde nahm ihm die Luft. Er ist auf dem Weg, Eure Majestät! Der Gardist sah nicht älter aus als 15 und war kein Gegner für den schwer bewaffneten, fürchterlichen Feind, der es auf Ludwig abgesehen hatte. Wo war von Hagen, der Chef seiner Leibgarde, wenn man ihn brauchte? War das eine Bewegung links neben dem Fenster? Lauerte dort ein Meuchler in der Nische? Ludwig zuckte zusammen und duckte sich unwillkürlich hinter den Gardisten, doch kein Schuss fiel. Dort, auf der anderen Seite diesmal, sicher ein Schatten in Menschengestalt. Ludwig beschleunigte seine Schritte, was nicht einfach war, weil er wegen dieses Quasi-Korsetts immer weniger Sauerstoff bekam, je schneller er sich bewegte. Was hatte er sich bloß dabei gedacht, sich von Karlchen derart einwickeln zu lassen? Andererseits, was war ein bisschen Sauerstoffnot gegen ein klaffendes Loch in der Brust? Ludwig schob die Erinnerungen an den getroffenen, in sich zusammensackenden von Gersen von sich und verdrängte den eisernen Geruch des Blutes. Er brauchte volle Konzentration auf dem Weg in die Sicherheit. Nur noch ein paar Meter, nur noch wenige Schritte. Die Türen des Festsaals, der passenderweise auch Heldensaal genannt wurde, schlossen sich mit einem Krachen hinter ihm, Wagner und einem Gardisten. Die anderen stellten sich draußen in Positur, die Gewehre im Anschlag. An denen kam so leicht keiner vorbei. Das beruhigte Ludwig ungemein, sodass sein Herzschlag allmählich etwas langsamer wurde und auch seine Beine nicht mehr ganz so heftig bebten. Wir stehen draußen Wache, Eure Majestät! Die Wache, die mit in den Saal gekommen war, war ein Mann um die 40, der Ludwig seit Jahren diente. Sein Name war Schneider oder Schneider. Ludwig konnte sich das nie merken, wusste aber, dass er ein guter und loyaler Gardist war. Schick von Hagen herein, sobald er da ist, befahl Ludwig ihm. Ja, Eure Majestät! Schneider oder Schneider salutierte. Und lass Herzogin Sophie suchen, ergänzte Ludwig. Er machte sich Sorgen um sie. Sie war draußen gewesen, als das Unheil geschehen war. Hoffentlich war sie dem Täter nicht in die Arme gelaufen. Sehr wohl, Eure Majestät! Die Wache salutierte erneut, schritt aus dem Saal und schloss die Tür fest von außen. Ludwig hörte ihn mit lauter Stimme Befehle erteilen. Ludwig drehte sich einmal im Kreis, in dem bestreben, den Saal so schnell wie möglich auf mörderische und bis an die Zähne bewaffnete Eindringlinge zu durchforsten. Aber dann hielt er inne. Die Wache hätte ihn nicht hierher gebracht, wenn sie den Saal nicht vorher durchsucht und für sicher befunden hätte. Er ging zu einem der goldenen Stühle, die den langen Raum an den Seiten flankierten und ließ sich auf den fallen, der sich der Tür am nächsten befand. Der Sitz knarrte unter seinem Gewicht. Ludwig schnaufte verärgert. Dieser Möbel waren nicht für echte Männer konstruiert. Er streckte die Beine aus und merkte, wie die Anspannung seinen Körper verließ, auch wenn seine Gedanken sich weiterhin überschlugen. Von Gersen, die Schüsse durchs offene Fenster, die Gardisten, die in den Raum stürmten, um den Täter ausfindig zu machen und sich gegenseitig Anweisungen zuschrien. Er starrte auf die Tafel in der Mitte des prunkvollen Heldensaals, dessen festliche Stimmung so gar nicht zu seiner eigenen Stimmung passen wollte. Ein Anschlag auf mich, flüsterte er. Er schüttelte den Kopf, hob den Blick von der Tischplatte und musterte die Wandgemälde, die Szenen aus der Wilkinasage und dem Leben des berühmten Helden- und Drachentöters Dietrich von Bahn zeigten. Nach ein paar Sekunden kehrte seine innere Entschlossenheit zurück. Er war nicht so leicht zu töten. Er nicht. Er war der Drache und der Drachentöter in einer Person. Das würde er allen zeigen, die ihm Übles wollten. Ludwig ballte die Hände auf den Armlehnen, entschlossen zu fäusten. Eure Majestät, Richard Wagner hatte sich unbemerkt auf den Stuhl links neben Ludwig gesetzt. Der Meister rieb sich die blutige Stirn. Es war von Gersens Blut und verlieh Wagner zusammen mit den abstehenden Haaren ein beinahe teuflisches Aussehen. Ein Anschlag auf mich! Ludwig schlug mit der Faust auf seine Lehne. Die Welt ist verrückt geworden, wahrlich verrückt. Wagner hob seine Finger vors Gesicht, die Blut verschmiert waren und stierter darauf, als fragte er sich, was das Rote war. Dann zuckte er mit den Schultern, stand auf, ging zur Tür, öffnete sie und bat einen der Gardisten um Wasser zum Waschen. Der Mann sah durch die offene Tür und bat mit einem kurzen Blick zu Ludwig um dessen Zustimmung. Der König nickte, woraufhin der Gardist sich einen vorbeieilenden Diener griff und ihm etwas ins Ohr sagte. Der verschwand aus Ludwigs Sichtfeld, während Wagner zu Ludwig zurückkehrte und sich wieder niederließ. Der Gardist draußen hatte bereits die Hand an der Türklinke, als Martin von Hagen die Tür aufdrückte. Endlich, endlich, Es war erfreulich, dass der Chef der königlichen Leibgarde schließlich doch noch, wenn auch viel zu spät, den Weg hierher gefunden hatte. Aber leider machte er wie immer keine gute Figur. Er war um die fünfzig, klein und mit einem dicken Wanst, der zwar durch die dunkelblaue, streng geschnittene Militärjacke kaschiert, aber nicht versteckt wurde. Die weißen, engen Hosen betonten seine Fülligkeit noch und ließen ihn wie jemanden wirken, der sich eher als Soldat verkleidet hatte, als dass er einer war. Selbst die beeindruckenden goldenen Abzeichen auf seiner Brust taten nichts, um das zu ändern. Von Hagen eilte eilte an dem Gardisten vorbei in den Saal, wobei er das linke Bein steif nachzog, was ihm beim Gehen eine leichte Schlagseite nach links bescherte. Von Hagen, wo habt ihr gesteckt? Was ist hier los? Wo ist der vermalledeite Attentäter? Der Mörder, der... Ludwig sprang auf. Ich bin doch schnell gekommen, wie ich konnte, Eure Majestät, schnaufte von Hagen. Er humpelte zu Ludwig und Wagner herüber. Von Hagens Uniformjacke war falsch zugeknöpft, sodass der Kragen auf der einen Seite weiter oben war als auf der anderen. Sein schwarzer Helm, ein sogenannter Raupenhelm, benannt nach der oben auf der Helmglocke von der Stirn zum Nacken verlaufenden Pelzraupe, hing so schief, dass der Pelz seitlich über dem Ohr wie ein monströser Backenbart abstand. Und, fragte Ludwig in der Annahme, es gäbe Neuigkeiten, Ich komme um Bericht zu erstatten, Eure Majestät, von Hagen salutierte. Dann krauste er die Stirn und schwieg. Lasst euch nicht alles aus der Nase ziehen, Kommandant! Ludwig schaute ungeduldig auf den kleineren von Hagen herunter. Meine Männer sind ausgeschwärmt und werden an allen Straßen Sperren aufbauen. Jeder Fremde wird aufgehalten und in Gewahrsam genommen. Er wird nicht weit kommen. Wir werden ihn finden. Von Hagens Pausbäckchen gaben ihm das Aussehen eines friedlichen Hamsters. Ihr werdet ihn finden? Heißt, dass er ist noch nicht gefunden? Was ist, wenn er gleich zur Tür hereinkommt? Und wisst ihr überhaupt, nach wem ihr sucht? Ludwigs Stimme überschlug sich vor Empörung. Von Hagen wich ungelenk einen Schritt zurück. Meine Männer durchsuchen auch das Schloss, Eure Majestät. Kein Ort wird ungeprüft bleiben. Ihr seid sicher, Eure Majestät, euch wird nichts geschehen. Ha, machte Wagner, der immer noch zum Furchten ausschaute. Und wie kommt es, dass der Attentäter überhaupt ins Schloss und damit in den Innenhof gelangt ist? Wo waren eure Männer da? Mich befragen die immer ganz genauestens, wenn ich Einlass will. Aber den Attentäter haben sie durchgewunken. Haben die geschlafen oder was? Ein Diener trat mit einer Schüssel Wasser und einem weißen Handtuch ein, dass er beides Wagner mit einer Verbeugung reichte, bevor er wieder verschwand. Was ist? Beantwortet des Meisters Frage. Ludwig verschränkte die Arme vor der Brust, während Wagner umständlich damit begann, sich das Gesicht zu säubern. Es ist noch zu früh, um Genaues zu sagen. Von Hagen zog unbehaglich die Schultern ein. Dann spekuliert, befahl Ludwig ungehalten. Vielleicht ist er mit einem der uns bekannten Handwerker oder einem der üblichen Händler aus dem Dorf hereingelangt, sagte von Hagen langsam. Müssen die sich nicht mit Papieren ausweisen, wenn sie ins Schloss wollen? Wagner tropfte rosa verfärbtes Wasser von der Nasenspitze. Nein, sie müssen nur ihren Namen angeben, von Hagen Mietes Wagner anzuschauen. Warum? fragte Wagner brüsk, während er sich das Gesicht trocknete. Das mit den Dokumenten ist zu umständlich. Jedes Königreich hat andere und die hiesigen Bauern und Händler haben gar keine, die ihre Identität nachweisen. Ein Passierscheinsystem schien uns zu aufwendig. Hier kommen und gehen am Tag manchmal mehr als hundert Menschen ein und von Hagen stotterte fast. Das nennt ihr Sicherheit? unterbrach ihn Wagner. Ihr gebt zu, dass hier jeder herein gelangen kann, ohne dass seine Identität eindeutig feststeht? Wir werden die Namensliste natürlich überprüfen. Von Hagen zog die Schultern bis zu den Ohren hoch. Aber jeder, der ins Schloss will, kann einen beliebigen Fantasienamen eintragen, richtig? Ludwig hob zornig die Hände, um von Hagen am weitersprechen zu hindern. Also ist das kaum erfolgversprechend. Warum hatte er den Kerl nur zum Chef seiner Leibgarde gemacht, wenn der nicht einmal das elementare Handwerkszeug seiner Zunft verstand? Ach, richtig, er hatte sich im letzten Krieg verdient gemacht. Kaum zu glauben, dass er eine Tapferkeitsmedaille für seinen Einsatz bekommen hatte. Aber natürlich war ein guter Soldat nicht zwingend auch ein guter Leibwächter oder Polizist. Apropos Polizei. Habt ihr die Gendarmerie in Füssen benachrichtigt? Ludwig ging zurück zu seinem Platz und setzte sich wieder. Er musste die Ruhe bewahren. Von Hagen kratzte sich am stoppeligen Kinn. Er hätte dringend eine Rasur gebraucht. Ludwig trommelte ungeduldig mit den Fingern auf seine Sessellehne. Der Oberbrigadier ist im Urlaub. Von Hagen ließ entmutigt von seinen Bartstoppeln ab und schaute betreten auf seine schwarzen Stiefel. Dann benachrichtigt seinen Stellvertreter. Er ist krank. Grippe. Im Sommer? Ludwig schüttelte ungläubig den Kopf. Es scheint so, Eure Majestät. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ludwig wandte sich mit verzweifelter Miene an den Komponisten. Ist das die Möglichkeit? Unglaublich, murmelte Wagner. Wer bekommt denn ausgerechnet eine Grippe, wenn ich ermordet werden soll? Ludwig schüttelte den Kopf. Er hielt einen Moment inne, um sich zu sammeln. Wollt ihr jetzt also nur herumsitzen und zusehen, wie ein neuer Anschlag auf den König verübt wird? Wagner war inzwischen weitestgehend frei von Blut. Natürlich nicht, beschwichtigte ihn von Hagen. Sondern? Die Gendarmerie ist nicht besetzt. Was wollt ihr Unternehmen außer Straßensperren zu bauen? Ludwig sah von Hagen von unten herauf an, sodass er einen guten Blick auf dessen Doppelkinn hatte. Ich werde nach München an die dortige Gendarmerie depeschieren. Und bis die hier sind, fragte Ludwig, werde ich die Ermittlungen übernehmen, versprach von Hagen, wirkte aber keineswegs sicher, ob er dieses Versprechen würde halten können. Dann schert euch von dann und kommt erst zurück, wenn ihr etwas Wichtiges zu berichten habt, befahl Ludwig ungnädig. Nicht, weil er daran glaubte, dass von Hagen in der Lage war, der selbst gestellten Aufgabe gerecht zu werden, sondern weil er ihn loswerden wollte. Inkompetenz in diesem Ausmaß machte ihn rasend. Zu Befehl, Eure Majestät, von Hagen salutierte und verschwand eilig. Was für ein Chaos, murmelte Ludwig. Wie wahr, wie wahr, stimmte Wagner ihm unbekümmert zu, stellte die Waschschüssel auf den Boden und schlang sich das Handtuch um den Hals. Vermutlich um zu verhindern, dass das seinen feuchten Haaren in seinen Nacken lief. Ludwig beobachtete die Qualmwölkchen, die zur reich verzierten Decke emporstiegen. Es war bereits die dritte Zigarette, die es leider vollständig versäumte, seine Nerven zu beruhigen. Er zuckte zusammen, als von draußen aufgeregte Stimmen zu hören waren. Doch dann erkannte er zumindest eine der Stimmen, Paul Lomans. Eine der Wachen trat ein und meldete, dass Ludwigs Privatsekretär um Zutritt ersuchte. Lasst ihn rein! Ludwig winkte mit der Zigarette, wobei er eine Spur von Rauch durch die Luft zog. Paul Lohmann wirkte wie immer gefasst und gelassen. Das war eine angenehme Eigenschaft seines neuen Privatsekretärs. Der Alte hatte ihn mit seinem ewigen nervösen Gehabe und Gewusel verrückt gemacht. Und dieses ständige Gekähne, als ob er zu viel Arbeit und zu wenig Schlaf bekäme. Zum Glück hatte sich das erledigt. Der gute Mann durfte jetzt in der Militär Hauptverwaltung in München Akten sortieren und dort alle nervös machen. Vielleicht schlief er in München auch besser. Wie geht es Eurer Majestät? Seid ihr wohl auf? Ludwigs Mann kam heran und stellte sich in angemessenem Abstand vor Ludwigs Stuhl auf, die Schultern gestrafft und den Rücken karzengerade. Einmal ein Offizier, immer ein Offizier. Er wandte sich kurz an Wagner. Und ihr auch? Uns geht es bestens, kam Ludwig Wagner zuvor. Bestens. Nur meine Leute sind inkompetente Dummköpfe. Er erzählte seinem Sekretär das Wenige, das von Hagen ihm mitgeteilt hatte. Sie wissen nicht einmal, ob der Attentäter noch im Schloss ist. Vielleicht schleicht er just in diesem Moment um den Festsaal herum. Wie kann das sein? Ludwig schaute von Lohmann zu Wagner und wieder zurück. Merde! Etwas heiße Asche von seiner Zigarette war auf seinem Zeigefinger gelandet. Erlaubt! Wagner sprang auf und nahm einen goldenen Zierteller vom Tisch und reichte ihn Ludwig. Danke, bester Freund! Ludwig drückte die Zigarette auf dem Teller aus und stellte ihn neben sich auf den Boden, ohne sich dabei viel bewegen zu müssen. Seine Arme waren zum Glück lang genug. Also, sagte er zu Lohmann, ich denke nicht, dass ein Attentäter es jetzt noch einmal versuchen würde, Majestät. Ihr seid geschützt und die Chancen, dass er unter diesen Umständen zu euch vordringen könnte, sind äußerst gering. Lohmanns Stimme war ein beruhigender Pariton. Das ist ausgezeichnet, Wagner wirkte erleichtert. Was ist daran ausgezeichnet? fragte Ludwig ungehalten. Dann wird er es eben ein anderes Mal versuchen, richtig? Und wenn ich mir die Dummköpfe, die mich schützen sollen, so ansehe, dann kann er damit durchaus Erfolg haben, richtig? Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es ein neues Attentat geben wird, aber ich weiß, von Hagen wird alles erforderliche unternehmen, um euch zu bewachen und zu beschützen. Ludwigs Privatsekretär stand unbeweglich wie ein Fels in der Brandung, nur seine an den Seiten herabhängenden Hände bewegten sich leicht. Ich habe Zweifel daran, große Zweifel. Wie kann es sein, dass hier einfach jemand hereinspaziert, mit einer Waffe? Da muss doch einer einen kapitalen Fehler gemacht haben. Ludwig schnalzte mit der Zunge, um seine Missbilligung auszudrücken. Vollständige Sicherheit ist in einem Schloss wie diesen mit den vielen Bediensteten und Gästen beim besten Willen kaum herstellbar. Dafür sind Tag ein, Tag aus zu viele Menschen in den Gängen unterwegs. Aber ich bin sicher, von Hagen tut, was er kann. Er ist schließlich ein alter Militär mit viel Erfahrung. Lohmann schien entweder daran gelegen, Ludwigs Zorn zu dämpfen, oder Ludwigs Sekretär hatte wirklich Verständnis für diesen Dummkopf von Hagen. Auf dem Schlachtfeld, ja, aber ob er dem hier gewachsen ist, bin ich mir ganz und gar nicht sicher. Ludwig selbst hatte kein Verständnis für Menschen wie von Hagen, die ihre Aufgaben nicht korrekt und umfassend wahrnahmen. Allein der Zustand von dessen Uniform sprach Bände. Der König starrte auf den Drachentöter, der auf der Wand hinter seinem Sekretär die Lanze hob, neben ihm ein stattlicher Gefährte. Dessen Gesicht legte sich in Ludwigs Geist wie ein Schleier über das seines Privatsekretärs. Auch der Drachentöter hatte den Drachen nicht allein töten müssen. Herr Lohmann, sagte Ludwig nachdenklich, ihr seid doch auch ein alter Militär. Zutreffend? Ja, Eure Majestät. Lohmann stand jetzt noch strammer als zuvor, obwohl Ludwig gewettet hätte, dass das nicht möglich sei. Wart ihr für Kriminalistik zuständig? Ludwig hatte sich Lohmanns Lebenslauf nur oberflächlich angesehen. Weshalb fragt ihr Eure Majestät? fragte sein Sekretär zurück. Weil es bis zum letzten Jahr Teil der Aufgaben des Militärs war, Verbrechen aufzuklären. Das war bevor ich diesen fürchterlichen Haufen reformiert und die Gendarmerie ausgegründet habe. Ludwig erwähnte diese Leistung gern. Schließlich war es scheußlich viel und schockierend eintönige Arbeit gewesen. Bravo, murmelte Wagner. Wie meinen, Eure Majestät? Ludwigs Mann war heute ungewöhnlich begriffsstutzig. Ich dachte, ihr könntet von Hagen über die Schulter schauen, bevor seine Ermittlungen zu fahrig werden, oder ihr dem Mörder aus Dummheit noch Tür und Tor öffnet. Ludwig achtete nicht weiter auf Wagner. Verstehe, Lohmann bewegte wieder ganz leicht die Finger, aber ich befürchte damit kann ich nicht dienen, Eure Majestät. Ich war Major in der Infanterie. Mit Kriminalistik hatte ich nichts Armee ausgeschieden. Keine Lust mehr auf das unstete Soldatenleben? Wagner schaute Lohmann plötzlich neugierig an. Vielleicht hoffte er auf einen saftigen Skandal oder eine unehrenhafte Entlassung. Ich bin nicht ausgeschieden, entgegnete Ludwig Sekretär steif. Ich bin in Reserve. Dann seid ihr also noch Major oder wie? Wagner empfand, Ludwig wusste das, eine starke Faszination für das Soldatenleben. Wenn man es genau nimmt, ja, sagte der Major in Reserve kurz angebunden. Ludwig hatte den Eindruck, er mochte es nicht, von Wagner so befragt zu werden. Und weshalb seid ihr aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, Major? fragte Wagner ungerührt weiter. Das ist eine lange Geschichte, die zu allem Überfluss sehr unspektakulär ist. Die ist eure Zeit nicht wert, wich Paul Lohmann aus. Ludwig erinnerte sich, dass der ehemalige Soldat bei seinem Antrittsgespräch mit ihm ebenfalls nicht auf diese Frage eingegangen war. Doch Ludwig hatte es ausgereicht, dass er jeden Tapferkeitsorden erhalten hatte, der in Bayern zu vergeben war. Und selbstredend war er von Ludwigs Leuten durchleuchtet worden, bevor er in die Nähe des Königs hatte kommen dürfen. Vermutlich steckte eine unglückliche Liebschaft dahinter. So etwas kam ständig vor, aber niemand sprach darüber, um den Ruf aller Beteiligten zu schützen. Der König konnte sich ausgezeichnet vorstellen, dass die Tochter oder Frau eines Garnisonskollegen bei Paul Lohmann schwach geworden war. Er war mit Mitte dreißig im besten Mannesalter. Zwar nur mittelgroß, aber gut gebaut, mit breiten Schultern und muskulösem Körper, den selbst sein schlichter schwarzer Anzug nicht verstecken konnte. Auch sein Gesicht war einnehmend. Er hatte durchscheinend blaue Augen, eine männlich gerade Nase, ein kantiges Kinn und fast schwarze Augenbrauen, die im interessanten Kontrast zu seinen dunkelblonden Haaren standen. Ja, dieses Gesicht war definitiv eines antiken Helden würdig. Einzig Lohmanns Hände waren seltsam. Sie waren kräftig und wohl geformt, aber von feinen, längst verheilten Narben übersät, die eigenartig parallel und schnurgerade von den Handgelenken über die Handrücken zu den Fingerspitzen liefen. Wunden, die man sich als Infanterist auf dem Schlachtfeld holte, waren üblicherweise nicht so ordentlich. Wagner räusperte sich dezent und holte den König damit zurück in die harsche Realität. Ludwigs Wangen wurden heiß. Hatte er seinen Sekretär angestarrt? Der schaute jedenfalls angestrengt auf seine Schuhspitzen, was dafür sprach. Wie erschreckend unhöflich und deplatziert von Ludwig. Daran war nur diese außergewöhnliche Situation schuld. Lange Geschichte hin oder her, sagte Ludwig schnell. Werter Major, ihr seid der richtige Mann hier an meiner Seite. Ich kann euch mit euren Erfahrungen und vergangenen Heldentaten in der wenn ich nicht von diesen Deppen meinem zukünftigen Mörder auf dem Silbertablett präsentiert werden will. Selbstverständlich Eure Majestät. Ich werde euch unterstützen wo ich kann. Irrte Ludwig oder wirkte sein Sekretär trotz der immensen Ehre wenig erfreut. Ludwig Gott sei Dank du bist gesund ich war in solcher Sorge. Sophie eilte dem König entgegen der sich mit Paul Lohmann und Richard Wagner in den Festsaal zurückgezogen hatte in dem alle Fenster geschlossen waren und es dementsprechend stark nach Zigaretten rauch roch. Alle drei Herren standen am Tisch und schienen zu diskutieren. Richard Wagner und Paul Lohmann deuteten beide einen Diener an als sie Sophie bemerkten. Ludwig kam ihr mit ausgestreckten Händen entgegen ergriff ihre auf. Aber er hatte Blutspritzer auf seiner Uniformjacke. Wie geht es dir, mein armer Ludwig? Sophie erwiderte den Druck seiner Hände. Ich bin immer noch wie betäubt, antwortete er, obwohl es nicht den Anschein hatte. Ganz im Gegenteil, er schien wie belebt. Ein Attentat auf den König! Seine Stimme bebte, ob aufgrund echter Emotionen oder Pathos war schwer zu sagen. Das verdreht die Ordnung der Welt ins Schlimmste! Das ist wirklich unfassbar! Sophie war immer noch wie vor den Kopf geschlagen. Ludwig war vielleicht ein ungewöhnlicher König, doch sein Volk verehrte ihn. Sie konnte sich nicht vorstellen, wer es auf ihn abgesehen haben könnte. Eure Majestät haben viele Feinde! Wagner hatte sich genähert und war offenkundig anderer Meinung als sie. Das Seine Haare waren feucht und er hatte ein blutverschmiertes Handtuch um den Nacken geschlungen, das Sophie eine Gänsehaut bescherte. Das ist das Los des Herrschers! Ludwig gab Sophies Hände frei und spreizte sein rechtes Bein ab, um seine Königshaltung einzunehmen. Das war ein gutes Zeichen. Wenn er posieren konnte, war er wohl nicht allzu mitgenommen. Was ist eigentlich genau passiert? Sophie schaute zu Ludwig auf. Von Pfistermeister sagte mir, dass von Gersen erschossen wurde. Setzen wir uns, liebe Cousine. Ludwig geleitete sie zu zwei Stühlen an der Wand und zog einen dritten dazu. Wagner und er setzten sich nebeneinander, nachdem sie gewartet hatten, bis Sophie saß. Ludwigs Privatsekretär stellte sich mit einem gewissen Abstand neben den König, als ob er ihn beschützen müsste. Soweit Sophie wusste, war ersterer Offizier gewesen. Etwas, das man seiner außerordentlich aufrechten Haltung deutlich anmerkte. Er wirkte, als habe man ihm ein Brett auf den Rücken geschnallt. Nichts gegen eine gute Haltung und auch nichts gegen Offiziere, ehemalige und gegenwärtige. Aber mussten sie immer derart streng und emotionslos wirken? War das vielleicht eine Art Männlichkeitsritus, der sie alle verbannt? Es galt allgemein eher als weibisch und damit kläglich menschliche Regungen zu zeigen. Eine Einstellung, die sie insgeheim verärgerte. Alles ging sehr schnell, begann Ludwig seinen Bericht. Von Gersen bewegte sich am Fenster zum Innenhof hin und her, während er so fürchterlich langatmig dozierte. Mein bester Wagner gab ihm dezidierte Gegenworte, wie es genau richtig war. Plötzlich fiel ein Schuss, der natürlich mir gelten sollte, und von Gersen brach getroffen zusammen. Er holte sein goldenes Zigarettenetui aus der Tasche, klappte es auf und wieder zu, als er sah, dass es leer war. Und dann? Sophie flatterte das Herz selbst im Nachhinein, wenn sie sich die Szene vorstellte. Wagner bot Ludwig eine Zigarette aus seinem eigenen Etui an, in dessen aufklappbarem Deckel ein Notenschlüssel eingraviert war. Danke, ich passe. Ludwig schien die Lust auf eine Zigarette vergangen zu sein. Er räusperte sich. Dann kam der zweite Schuss, der in die Mauer neben mir einschlug. Und dann noch einer. Insgesamt drei. Allesamt Schüsse aus dem Innenhof, die durchs geöffnete Fenster kamen. Wir konnten nichts mehr für von Gersen tun, ergriff Wagner das Wort. Sophie erlebte ihn zum ersten Mal erschüttert, was ihn ihr gleich sympathischer machte. Und das, obwohl ich mich über ihn geworfen habe, um ihn zu schützen. Der Komponist wirkte nachdenklich, als wäre er selbst erstaunt ob seines Mutes. Fast hätte es mich auch noch getroffen. Kaum auszudenken, welch Verlust das für die Kunst gewesen wäre, setzte er hinzu. Sophies neu entdeckte Sympathie verflog augenblicklich. Ludwig schenkte Wagner einen skeptischen Seitenblick, aber das bemerkte dieser gar nicht. Was ist mit dem Schützen? Wurde er gefasst? Sophie schaute alle drei Männer der Reihe nach an. Der Schurke ist geflohen! So ein feiger, hinterhältiger Angriff! Ereiferte sich Ludwig. Möge der Meuchler in der Hölle landen und alle Qualen dieser Welt in Ewigkeit erdulden, ergänzte Wagner. Paul Lohmann schwieg nur. Der Arme von Gersen! Sophie fühlte sich schlecht, weil sie noch vor kurzem wenig Schmeichelhaftes über ihn gedacht hatte. Und nun war er tot. Das hatte er nicht verdient. Ihr tat Bismarcks Tochter leid, die heute ihren Verlobten verloren hatte und davon im Moment noch nicht einmal wusste. Die Tatsache, dass er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war, würde es ihr sicher nicht einfacher machen. Sie stutzte. Woher wissen wir, dass die Schüsse auf Ludwig gerichtet waren? Es waren so viele Menschen im Zimmer. Hätte nicht auch jeder andere gemeint sein können? Wagner holte scharf Luft, während Lohmanns Gesicht zu einer noch ausdrucksloseren Miene versteinerte. Wer sonst hätte es sein sollen? Ludwigs Augenbrauen gingen in die Höhe, seine Mundwinkel nach unten. Ich Sophie lugte hilfesuchend zu Wagner, der ihren Blick jedoch auswich. Lohmann rührte keinen Muskel seines Körpers, sondern schüttelte kaum merklich und ohne Sophie anzusehen den Kopf. Niemand natürlich, was für eine dumme Frage, die ganze Angelegenheit hat mich aufs Äußerste verwirrt, verzeih, murmelte sie. Das ist völlig normal, versicherte er Ludwig gnädig. Selbst ich war zunächst ein wenig perplex, aber nur ganz kurz, ich bin schließlich Gefahren gewöhnt. Und was passiert jetzt? Sophie versuchte von ihrem Fauxpas abzulenken. Dr. Stein ist bei von Gersen. Er untersucht die Leiche und wird ausführlich Bericht erstatten, auch wenn die Todesursache offenkundig ist. Und von Hagen lässt alle ausschwärmen und nach dem feigen Meuchler suchen. Er wird außerdem Straßensperren errichten lassen, erklärte Ludwig. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke, dass der Mörder noch frei herumläuft. Das war nicht gelogen. Ihr war wirklich übel. Wie konnte es sein, dass dieser Tag so eine schreckliche Wendung genommen hatte? Es war, als ob jemand ihre friedliche Welt mit einem Schlag vollständig vernichtet hätte. Martin von Hagen kam herein und hinkte zu ihnen herüber. Er salutierte und stand vor seinem König stramm. Böse Zungen sagten, dass er für seinen Posten zu gutmütig war und deshalb gern mal einen Bock schoss. Aber im Schloss gab es Gerüchte über jeden und nicht einmal die Hälfte davon stimmte. Sophie wurde immer das Herz schwer, wenn sie von Hagen traf. Sie kannte ihn zwar nicht gut, aber er tat ihr wegen seiner schlimmen Kriegsverletzung leid. Sein linkes Bein war nach einer Schussverletzung gelähmt. Es hieß, seine Frau habe ihn deshalb verlassen. Sein Sohn war im Krieg gefallen und jetzt hatte er nur noch eine Tochter, die er heiß und innig liebte, die aber bereits verheiratet und aus dem Haus war. Zwar hatte sie eine außerordentlich gute Partie gemacht und war mit Finanzminister Funkenberg verheiratet, aber von Hagen war ganz allein. Sprich, was gibt es an Neuigkeiten? Habt ihr ihn endlich? herrschte Ludwig von Hagen an, was Sophie aus Mitgefühl innerlich zusammenfahren ließ. Noch nicht, Eure Majestät, aber wir sind mit der Durchsuchung des Palastes fast fertig, bislang nichts zu vermelden. Und an den Sperren? feuerte Ludwig eine neue Frage ab. Nur ein paar Landstreiche, Eure Majestät. Was sagt München? fragte Ludwig knapp. Sie informieren sich noch, was sie tun müssen, um jemand herschicken zu können. Es war von Formularen die Rede, aber das klären sie gerade. Sie werden auch den Innenminister informieren. Von Hagen wirkte so defensiv, als sei er mit echter Munition unter Beschuss. Und was genau habt ihr dann zu berichten? Wagner rauchte sich das absurde Bedürfnis ebenfalls Einzug zu nehmen. Es schien als besänftige das die Nerven. Wir haben etwas anderes gefunden. Von Hagen erwähnte nicht, was es war. Er schwitzte und seine Uniform wirkte zerknittert. Ob er begriff, dass er Ludwig durch seine Schwerfälligkeit ohne Not reizte? Was? fragte Ludwig ungeduldig. Was habt ihr Gesicht? Die Mordwaffe? Ludwigs Stimme wurde lauter. Jawohl, Eure Majestät. Von Hagen reckte die Schultern. Wo? Ausnahmsweise hing der König an von Hagens Lippen. Im Innenhof am Brunnen. Und was ist es? Ludwig sah aus, als ob er die Luft anhielt. Ein preußisches Zündnadelgewehr. Von Hagens Lächeln verschwand. Ein Moment herrschte Schweigen. Dann sprang Ludwig auf, wobei er seinen Stuhl nach hinten umkippte. Die Preußen! Diese Schweinekerle! Ich wusste immer, dass die Verhandlungen nur zum Schein waren. Deshalb also musste ich persönlich dabei sein. Er machte drei Schritte nach rechts, drei nach links und drehte sich einmal um die eigene Achse. Das haben sie sich so gedacht. Aber sie haben einen Fehler gemacht und ihr eigenes Gewehr benutzt. Das hat auf 250 Meter nur eine Treffer Genauigkeit von 65 Prozent. Damit haben sie ihren eigenen Mann erwischt, die Dummköpfe. Mit Waffen kannte Ludwig sich aus. Er ließ sich auf seinen Platz fallen und fächelte sich Luft zu. Aber da haben sie sich den Falschen ausgesucht. Das bedeutet Krieg! Informiert den Kriegsminister! Na los! Los! Er scheuchte von Hagen davon, der sich mit einem erleichterten Gesichtsausdruck auf den Weg machte. Wieder herrschte Schweigen, diesmal mit einem Hauch von Panik. So viel lag es auf der Zunge, zu fragen, ob die Preußen wirklich so dumm sein würden, ihr eigenes Gewehr am Tatort zu hinterlassen, wenn sie ein Attentat begingen. Und wenn sie die Körpersprache von Paul Lohmann und Richard Wagner richtig deutete, stellte sich ihnen die gleiche Frage. Aber Ludwigs Miene verriet ihr, dass das nicht der Augenblick war, diesen Gedanken in Worte zu fassen. Ludwigs Sekretär war offenbar mutiger als sie. Er beugte sich leicht zu Ludwig. Eure Majestät, sagte er leise. Ja, Ludwig war dunkelrot vor Zorn. Wir werden weitere Beweise brauchen, dass es die Preußen waren. Das Gewehr reicht nicht. Das kann jeder dort hinterlassen haben. Ludwig öffnete den Mund und Sophie fürchtete bereits um den Soldaten, aber dann schloss Ludwig den Mund wieder. Er schaute zu Wagner, der offenbar mit dem Mut der Verzweiflung zustimmend nickte, dann weiter zu Sophie. Herr Lohmann hat recht. Sie blickte Ludwig direkt in die Augen, um seine Reaktion abzuschätzen. Major, unterbrach Wagner »Wie bitte?« Sophie schaute kurz irritiert zu Wagner. »Major Lohmann. Er ist Offizier in der Reserve.« Wagner erinnerte Sophie an die besserwisserische Raupe in »Alices Abenteuer im Wunderland«, einem Buch, das erst kürzlich erschienen war und das Sophie sehr mochte. »Ihr könnt mich aber auch gern Herr Lohmann nennen«, informierte Paul Lohmann seine Schuhspitzen. »Wie ist euch beliebt, eure Hoheit. Danke.« Sophie nahm immer noch leicht befremdet den Faden wieder auf, den sie durch Wagner verloren hatte. »Ich stimme Major Lohmann zu. Wir können nicht die Preußen beschuldigen, ihren eigenen Gesandten erschossen zu haben und das ohne stichfeste Beweise Ludwig. Alles, was ihn davon abhielt, Preußen augenblicklich den Krieg zu erklären, war gut. Und je mehr Zeit ihnen blieb, desto größer wurden die Chancen, die wahren Hintergründe der vertragten Situation zu ermitteln und einen Krieg gänzlich zu vermeiden. Denn Sophie hatte starke Zweifel daran, dass wirklich die Preußen hinter dem Mord steckten. Es gab einfach keinen einleuchtenden Grund dafür. Sie zweifelte sogar daran, dass Ludwig überhaupt das beabsichtigte Opfer gewesen war. Genauso gut konnte es tatsächlich von Gersen gewesen sein oder auch von Pfistermeister. Der war nicht gerade beliebt. Alles war an diesem Punkt denkbar. Ludwig stand auf und nahm wieder seine Königsposition ein. Ich werde die Beweise finden und den Schuldigen feststellen. Damit nichts schief geht, nehme ich selbst die Ermittlungen in die Hand. Starrte sie alle der Reihe nach an. Ihr werdet meine ergebene Truppe sein. Ein königlicher Mond und seine Trabanten. Sophie Wagner und der Major wechselten einen verstohlenen Blick und Sophie fragte sich, wie sie noch verhindern konnten, dass das hier in einem Fiasko endete. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten Einen Krieg zu führen und einen Meuchler zu fangen. O gnädiger Gott, der du über allem stehst. Ich nehme die schier unmögliche Aufgabe an und folge dem mir von dir vorgezeichneten Weg in Demut sowie unter Einsatz meiner alles überragenden Geistes geistes kraft notiz schneiderin muss unverzüglich uniform schneidern die gleichzeitig kleidsam praktisch und eines generals und ermittlers in personal union würdig ist säbel rechts an der hüfte und pistolen versteck in der mütze Ich will den Fundort der Waffe sehen Ludwig schob die Brust nach vorne heraus wobei er erneut bemerkte wie beengt er sich durch das Behelfskorsett fühlte aber das war nicht die Zeit sich umzuziehen wenn er bei der preußischen Heeresform und der Einführung der Gendarmerie eines gelernt hatte dann keine Zeit verstreichen zu lassen wenn man einen Verbrecher fassen wollte je mehr Zeit desto weniger Spuren war die Devise der Experten die er sich damals notiert hatte wo war das entsprechende Notizbuch eigentlich im Büro ist es außerhalb dieses Raumes denn sicher für dich fragte seine wunderbare Sophie die er selten so ernst erlebt hatte er kannte sie nur fröhlich lachend und singend aber sie machte sich Sorgen um ihn das war nachvollziehbar ich meine der Attentäter ist noch nicht gefasst können wir frei im Schloss herum spazieren die Miene seiner Cousine war angespannt ich habe keine Angst Ludwig drückte die Brust jetzt so stark durch dass er Rückenschmerzen bekam er verschwieg dass sein Sekretär es für unwahrscheinlich hielt dass der Attentäter noch im Schloss weilte oder derzeit einen erneuten Anschlag versuchen würde und aus irgendeinem Grund vertraute er zumindest mehr als der von Hagens von Hagen sagte zudem sie sind mit der Durchsuchung fast fertig ergänzte Wagner in diesem onkelhaften Tonfall den er Sophie gegenüber gern anschlug vollkommen ignorierend dass sie anwesend gewesen war als von Hagen das gesagt hatte ihr müsst euch daher nicht sorgen liebe Herzogin Sophie wir Männer haben alles im Griff Sophie warf dem Komponisten unter gesenkten Liedern einen vernichtenden Blick zu der Ludwig beinahe zum Lachen gebracht hätte seine Cousine mochte es nicht wenn man gönnerhaft mit ihr umging das konnte er bestens nachvollziehen er verabscheute es ebenso wenn einer seiner Minister durchscheinen ließ dass Ludwig nicht die Geisteskraft hätte etwas zu verstehen »Außerdem hat der feige Mörder keine Waffe mehr« ergänzte Ludwig um Sophie die Sorge zu nehmen »In Ordnung« Sophie nickte »Dann folgt mir« Ludwig schritt zur Tür und winkte den Gardisten sie zu begleiten er war mutig aber nicht tollkühn Ludwig verharrte in dem engen Gang vor dem Innenhof seine Entourage hinter sich im Schlepptau während einer der Gardisten die Tür zum Hof aufschloss Der Mann machte seinen Kollegen ein Zeichen und bat Ludwig an der Schwelle zu warten damit sie überprüfen konnten ob der Hof menschen leer war »Was ist?« rief Wagner von Hinten der als Letzter in der Reihe wartete »Sie untersuchen den Innenhof« Das war Paul Lohmann der vor dem deutlich kleineren Wagner stand und ihm die Sicht versperrte »Wieso das?« Wagner klang angestrengt als ob er auf Zehenspitzen stünde »Um sicherzustellen dass niemand dort ist« kam es von Sophie die direkt hinter Ludwig stand »Alles gesichert Eure Majestät« meldete einer der Gardisten schließlich nachdem er und seine Kollegen den Hof einmal abgegangen waren und sämtliche Ecken durchsucht hatten »Wollen wir?« Sophie schob sich neben Ludwig »Gern« Er reichte ihr den Arm und trat gemeinsam mit ihr aus dem Schatten heraus an den Springbrunnen der im röter werdenden Licht der Abendsonne lag Nach dem was heute passiert war kam Ludwig der Ort trotz des schönen Sonnenscheins düster und feindselig vor Er hatte die Neugestaltung des Platzes vor ein paar Jahren bei einem renommierten Architekten in Auftrag gegeben Alles was er dabei ersehnt hatte war ein Ort der in der Hektik des Hofstaates eine Oase der Ruhe einen Rückzugsort für ihn bildete Das war ihm zwar gelungen aber offenbar hatte er gleichzeitig ein perfektes Versteck für Wahnsinnige geschaffen Der abgeschlossene Hof war rundherum von einem Kreuzgang mit herrlichen Fresken an Wänden und Decken umgeben der jede Menge Nischen und Säulen bot um es einem Verbrecher zu ermöglichen dahinter zu lauern Der Brunnen in der Mitte des Platzes war einer von Ludwigs Lieblingsorten im Schloss aber ebenfalls wie für schändliche Taten gemacht Auf Auf dem runden Beckenrand prangten fast menschengroße Figuren aus der römischen Götterwelt hinter denen der Attentäter nur hatte abtauchen müssen Da war zum Beispiel Hermes der fliegende Götterbote der beide Arme gehoben ins Wasser zu springen schien oder Venus die Göttin der Schönheit und Liebe die sich mit wallendem Haar liegend am Wasser regelte Was sinnierst du riss Sophie ihn aus seinen trüben Gedanken Ludwig schilderte ihr was ihm eben durch den Kopf gegangen war Dafür kannst du nichts Du wolltest einen schönen Ort schaffen und das ist dir gelungen Wenn andere diesen für böse Zwecke nutzen ist das nicht deine Schuld entgegnete sie resolut Aber ich fühle mich trotzdem als hätte ich den Unhalt eingeladen hier zu morden So darfst du nicht denken Diese Einladung wurde nicht von dir aus gesprochen Das hat jemand anders getan Sophie drückte mitfühlend seinen Unterarm Du hast recht meine liebe Cousine Was würde ich nur ohne dich tun Meine Aufgabe ist es denjenigen zu finden der diese verwunschene Einladung ausgesprochen hat Und das wirst du Schau Sophie lenkte Ludwigs Aufmerksamkeit auf seinen Privatsekretär der einmal den Brunnen wanderte dicht über den Rand gebeugt Bei der Venus stoppte er und beugte sich noch weiter herunter sodass seine Nase fast den Stein berührte Ah hier sind Rußspuren Der Major richtete sich auf und deutete auf eine Stelle an der Hüfte der Venus Ludwig und Sophie eilten zu ihm herüber während sich Wagner vor der Tür eine Zigarette anzündete Tatsächlich waren auf dem hellen Stein dunkle Spuren die ein wenig wie Ruß aussahen Ludwig tippte mit dem Zeigefinger vorsichtig dagegen und roch an der Substanz die an seinem Finger haften geblieben war Ah eindeutig er hielt Sophie den Zeigefinger hin doch sie lehnte dankend ab und reichte ihm stattdessen ein Seidentuch das sie aus ihrem Ärmelaufschlag gezaubert hatte nun dann wissen wir wohl von wo aus geschossen wurde vermutlich hat er das Gewehr hier abgestützt um besser zielen zu können Lohmann zeigte auf die Hüfte der Venus sehr richtig trotzdem hat er nicht getroffen und zwar gleich dreimal nicht Ludwig säuberte seinen Zeigefinger mit dem Seidentuch und verharrte vielleicht sollten wir nach einem Einäugigen suchen lassen womöglich eure Majestät Ludwigs Sekretär wirkte überraschenderweise nur mäßig überzeugt und als er fertig war hat er das Gewehr fallen lassen fuhr Ludwig fort und gab Sophie das zarte jetzt deutlich verschmutzte Gewebe zurück vermutlich hatte sie seinen klugen Vorschlag zum Einäugigen überhört teuflisch teuflisch Einäugige sind bekanntermaßen Wesen der Nacht ihnen ist alles zuzutrauen mischte sich Wagner ein der alles mit anhören konnte aber warum hat er aufgehört zu schießen wenn er sein Ziel noch nicht getroffen hatte er hatte ein weitestgehend freies Schussfeld in das Besprechungszimmer Sophie verstaute die Seite wieder in ihrem Ärmel und zeigte auf die Fenster rechts von ihrem Standort die nach wie vor offen standen einer der Gardisten hatte seitlich davon Stellung bezogen vielleicht hat ihn etwas oder jemand gestört Major Lohmann spähte ebenfalls zu den Fenstern hinüber die Augen zusammengekniffen aber was warnte Sophie sich an Ludwigs Sekretär ob ihn jemand gesehen hat denkbar hoheit entgegnete dieser vielleicht ist jemand vom Hofstaat einen Diener oder eine Magd in eins der angrenzenden Zimmer getreten und er konnte sein Werk nicht unbeobachtet fortsetzen mutmaßte Sophie oder Ludwig wollte auch wieder etwas beitragen Gott hat seine schützende Hand über mich gehalten wahrscheinlicher war dass der Täter ihn also Ludwig unter dem Tisch unter dem er sich versteckt hatte nicht mehr in die Schusslinie bekommen hatte und deshalb den Anschlag abgebrochen hatte aber das behielt er wohlweislich für sich das ist natürlich auch denkbar mein Ludwig sagte Sophie vage aber wenn ich mir das hier so ansehe dann ist er ein hohes Risiko eingegangen Paul Lohmann trat ein wenig vom Brunnen fort drehte sich langsam im Kreis herum und ließ seinen Blick über den ganzen Innenhof samt Gardisten schweifen weshalb Sophie folgte ihm und drehte sich mit sodass Ludwig sich plötzlich ausgeschlossen fühlte weil er noch am Brunnen stand so gut das Versteck auch war es ist ebenso eine Falle wäre er entdeckt worden wäre er aus dem Innenhof nicht mehr der Major hatte seine Drehung beendet und wies auf den einzigen Zugang vor dem Wagner eben seine Zigarette auf dem Boden austrat das war wagemutig in der Tat oder ihm fehlte nicht nur ein Auge sondern auch ein halbes Gehirn Ludwig verschränkte die Arme und wartete dass Sophie und sein Sekretär zu ihm zurück kamen oder er war sich aus irgendwelchen Gründen sicher dass ihn hier niemand Sophie runzelte die Stirn und kehrte gemeinsam mit Major Lohmann zu Ludwig zurück Wie sollte das gehen Hoheit es gibt hier überall Fenster mischte Wagner sich unverhofft wieder ein Was ihr nicht sagt zischte Sophie erbost aber so leise dass nur Ludwig und dessen Sekretär sie vernehmen konnten Ludwig verkniff sich ein Grinsen während der Major so tat als hätte er nichts gehört kann man mich sehen Lohmann bückte sich hinter die Venus bleibt so Ludwig wanderte einmal um den Platz und begutachtete die Venus und seinen Sekretär aus allen Winkeln vom Besprechungsraum aus nicht urteilte er schließlich von den anderen Räumen nur wenn man genau hinschaut oder weiß dass ihr dort seid und jetzt Lohmann erhob sich so weit wie es jemand getan hätte der ein Gewehr auf der Hüfte der Venus ablegen wollte um zu schießen Ludwig wiederholte die Prozedur nochmals aus dem Besprechungszimmer ist es so beinahe dasselbe sagte er nachdem er fertig war die anderen Figuren verdecken die Sicht fast vollständig und von den anderen Zimmern fragte Sophie von denen aus kann man den Major ausgezeichnet sehen Ludwig deutete auf die Fenster der anderen Zimmer die dem Besprechungsraum gegenüber lagen welche Zimmer liegen noch mal am Innenhof also außer dem Besprechungsraum sagte Sophie halb als Frage halb laut nachdenkend der Vorratsraum für Lebensmittel und einige andere Lagerräume für Möbel und ähnliche Dinge die kaum genutzt werden Lohmann kam hinter der Venus hervor und gesellte sich mit gebührendem Abstand wieder zu Sophie und Ludwig Das heißt der Mörder war während er angelegt und geschossen hat vom Vorratsraum und den Lagerräumen aus gut sichtbar stellte Sophie fest Das erklärt aber noch nicht wie er überhaupt in den Innenhof gekommen ist Wagner manövrierte sich direkt zwischen Ludwig und Sophie sodass die drei beinahe Nase an Nase standen Er bot Ludwig eine Zigarette an Er muss durch eins von den Zimmern gekommen und durch ein Fenster geklettert sein Für die Eingangstür benötigt man einen Schlüssel und die Tür war eben verschlossen Sophie legte ein wenig Abstand zwischen sich und Wagner Gut beobachtet Ludwig wählte eine Zigarette aus Wagners goldenem Etui zündete sie mit seinem eigenen neuen Feuerzeug an und verstaute dieses anschließend wieder in seiner Tasche Allerdings mag es sein werte Herzogin dass die Gardisten die Tür erst nach dem Attentat verschlossen haben und sie vorher offen war Wagner steckte sein Etui in einer Imitation von Ludwig zurück in seine Bustasche Möglich Werter Herr Wagner Sophie hob ihre zarten Schultern Sie hatte sich so gut im Griff dass nur Ludwig bemerkte dass das Werter einen Hauch Ironie enthielt Ich glaube sie ist üblicherweise verschlossen weil Kommandant von Hagen das aus Sicherheitsgründen so will warf der Major hilfsbereit ein Wer hat denn den Schlüssel für den Innenhof und kommt in die anderen Zimmer jeder herein oder braucht man dafür auch Schlüssel hakte Sophie nach Ein weiterer guter Gedanke sie war heute ausgezeichnet in Form vermutlich hatte der Ärger über Wagner das aus ihr heraus gekitzelt Den Schlüssel für den Hof hat der Kastellan und der gibt ihn dem der ihn haben will wer sonst noch einen hat weiß ich nicht erklärte Ludwigs Sekretär Der Vorratsraum ist üblicherweise verschlossen Es sei denn es steht ein Fest an und es müssen ständig Vorräte in die Küche gebracht werden sagte Ludwig der das deshalb wusste weil er oft nachts Hunger bekam und deshalb inzwischen einen eigenen Schlüssel für den Vorratsraum besaß Er nahm einen Zug von der Zigarette und schaute dabei versehentlich nach rechts über die Schulter des dort postierten Gardisten in das Besprechungszimmer Zum Glück war die Leiche fortgeschafft worden Nur Blutflecken auf dem Boden erinnerten an das Unglück Ludwig schob den Gedanken an das Geräusch das von Gersen gemacht hatte als er blutend auf dem Boden gelegen hatte von sich Er konnte später sentimental werden Jetzt hatte er einen Mord aufzuklären Mit etwas Anstrengung konzentrierte er sich wieder auf seine Gefährten Ich gehe davon aus dass die Gefahr aus der Vorratskammer und den Lagerräumen entdeckt zu werden selten jemand sein Dem mag so sein Pflichtete Maja Lohmann ihm bei die Hände auf dem Rücken verschränkt Aber ich bleibe dabei Das Risiko war unvernünftig hoch Eure Majestät Weil Ludwig reichte Wagner die halb aufgerauchte Zigarette der sie für ihn austrat Selbst wenn der Täter mit viel Glück hierher gelangt ist und ihn dabei niemand gesehen hat musste er auch wieder aus dem Schloss heraus nachdem die Schüsse gefallen waren gab Lohmann zu bedenken So hoch ist das Risiko auch wieder nicht Herr Major In dem ganzen Tumult sind alle nur in Richtung der Schüsse gelaufen und haben vermutlich auf nichts anderes geachtet Es ging sogar das Gerücht um seine Majestät sei getroffen worden Die Verwirrung konnte der Täter nutzen Wagner zündete sich eine neue Zigarette an Er musste nur schnell genug sein Der Weg aus dem Schloss ist von hier aus nicht lang höchstens 50 Meter und etwas weiter unten am Hang konnte er in den Bäumen verschwinden Stimmte Sophie ihm schweren Herzens zu und wirkte dabei als ob sie Essig schlucken müsste Zudem kann es gut sein dass er die Kleidung eines Bediensteten trug Dann wäre er in dem Chaos noch weniger aufgefallen Ich fasse zusammen sagte Ludwig feierlich weil ihm das gebührte Wir haben einen einäugigen Täter von dem wir nicht wissen ob er mutig oder toll kühn ist Dieser hat es trotz meiner Leibgarde geschafft sich mit einer Waffe ins Schloss zu schleichen in den üblicherweise verschlossenen Innenhof zu gelangen von dort aus zu morden und wieder zu entkommen Ach ja und das Gewehr hat er Wer sagt dass es nur einer war gab der Major zu bedenken Vielleicht waren es auch mehrere Personen Eure Majestät Oder Wagner blies seinen Rauch in Richtung des Sekretärs der das stoisch ertrug Vielleicht hatte der Täter Hilfe aus dem Schloss Herr Major Ich könnte von Hagen umbringen Ludwig hatte das Bedürfnis sich die Haare zu raufen Irgendwer muss etwas bemerkt haben Das Schloss war voll mit Menschen Sophie sah mit gerunzelter Stirn zur Seite und wedelte demonstrativ mit der Hand Ach der Rauch verursacht mir Kopfschmerzen werte Herr Wagner Was möchtest du damit sagen also nicht das mit dem Rauch das andere Ludwig genoss immer noch Fantasien in denen er von Hagen mit einem großen Stiefel in den Allerwertesten trat Ich würde vorschlagen wir befragen alle die gestern im Dienst waren sagte Sophie Das kann ewig dauern Wagner trat seine Zigarette mit herabgezogenen Mundwinkeln aus Dennoch eine brillante Idee So werden wir es machen Ludwig strahlte Sophie an Der Meinung bin ich natürlich auch versicherte Wagner schnell Ich sage dem Kastellan Bescheid und lasse den Festsaal fertig machen Der Major zog angesichts Wagners plötzlicher Kehrtwende die Augenbrauen exakt einen Millimeter in die Höhe Ausgezeichnet und richtet von Hagen aus dass ich morgen Punkt elf Uhr alle die zum Tatzeitpunkt Dienst hatten im Festsaal sehen will Ludwig maß seine Ermittlungs gehilfen mit einem königlichen Blick Der Mörder muss gefasst werden und er wird von mir gefasst werden Er machte eine bedeutungsschwangere Pause und wehe dem Judas falls mich einer von ihnen verraten hat Ich kann nicht fassen dass du mich ins Dorf geschickt hast und ich den Mord dadurch verpasst habe Erika Sophies Zofe und Ehren Fräulein stemmte die Hände in die kräftigen Hüften und schaute von ihren fast 1 Meter 80 herab die in ein schlichtes dunkelbraunes Kleid gewandet waren ihre Augenbrauen waren fest zusammengezogen wodurch sich eine steile Falte auf ihrer Stirn bildete Das war eine reife Leistung denn ihr dichtes blondes Haar war zu einem derart festen Knoten am Hinterkopf geschlungen dass Sophie sich häufig fragte wie sie ihr Gesicht und vor allem die Stirn überhaupt bewegen konnte Ich konnte doch nicht ahnen dass ausgerechnet gestern Nachmittag ein Mord geschehen würde und außerdem ist das eine Tragödie und keine Sensation bei der man dabei gewesen sein muss Sophie inspizierte mit dem Malkittel über dem Kleid die Pigmentsäckchen die sie wieder auf dem Tisch aufgereiht hatte Es war neun Uhr morgens und sie hatte beschlossen die Zeit die bis zu Ludwigs großer Befragung des Hofstaates um elf Uhr blieb mit Malen zu verbringen irgendwie musste sie schließlich besser werden Mag sein aber du schickst mich immer weg wenn es spannend wird nicht nur dieses Mal Erika stellte sich neben Sophies Staffelei auf der die Leinwand von gestern mit dem seltsamen ellipsenförmigen halb verschneiten Ammersee stand Was ist das? Sie zeigte prompt auf den weißen Fleck in der Mitte des Sees Schnee im Sommer? Sophie krauste die Nase Warum musizierst du nicht lieber fragte Erika nach einem Moment Du hast eine ungewöhnlich schöne Singstimme Alle loben dich dafür Weil man sich nicht weiterentwickelt wenn man immer nur tut was man schon kann Sophie schüttete das Pigment vorsichtig auf einen Porzellanteller den sie zum Anmischen der Farben zweck entfremdet hatte Das heißt ich entwickle mich nie weiter weil ich immer nur eine Zofe sein werde und nichts anderes folgerte Erika aufsässig das heißt es nicht du bist nur verstimmt und suchst Streit weil du gestern ins Dorf musstest genau nochmals dazu warum bekomme ich immer sinnlose Aufträge im Dorf wenn es gerade mal aufregend wird ich glaube das kannst du dir denken Sophie träufelte etwas Leinöl auf das Pigment würde ich fragen wenn dem so wäre Erika nahm die braune Flasche mit Terpentin vom Tisch schraubte sie auf und troch daran was ist das fragte sie mit herabgezogenen Mundwinkeln Lösungsmittel fürchterlich das ist doch nicht zum duftenden Genuss für feine Nasen gemacht Erika stellte die Flasche zurück ich höre willst du es ernsthaft wissen Sophie vergewisserte sich dass die Flasche wirklich zu war Terpentin verflog leicht natürlich es wird dir aber nicht gefallen bitte nur zu Erika richtete sich zu ihrer vollen Größe auf wie ein Bär vor der Attacke Sophie ließ sich davon nicht einschüchtern Erika war eher von der bellenden und nicht von der beißenden Sorte ich schicke dich deshalb öfter weg weil du meiner Mutter immer alles berichten musst was ich tue das ist nicht wahr Erika schlug mit der linken Hand leicht auf die Tisch platte wie um ihre Worte zu bekräftigen und ließ sie dort ruhen ihre Hand war so groß wie die eines Mannes und verfügte über einen seltsamen überlangen Daumen doch das ist es Sophie legte den schmutzigen Löffel auf dem Tellerrand ab meine Mutter hat mir gegenüber sogar zugegeben dass sie dich nötigt ihr täglich Depeschen zu schicken wie bitte das hat sie getan Erika sah so fassungslos aus wie sie sich anhörte sie wollte mir damit deutlich machen dass ich unter Beobachtung stehe und mich entsprechend meiner Stellung benehmen muss erklärte Sophie Erika öffnete den Mund doch Sophie kam mir zuvor und mir ist klar dass meine Mutter furchteinflößend ist deswegen verurteile ich dich dafür nicht selbst mir zittern jedes mal die Knie wenn sie mich mit diesem inquisitorischen Blick misst und ich bin immerhin ihre Tochter nicht ihre Bedienstete ich Erika räusperte sich es tut mir so leid ist schon gut ehrlich aber du verstehst sicherlich weswegen du nicht dabei sein kannst nicht wahr meine Mutter darf nicht alles wissen das geht einfach nicht sonst kann ich mich überhaupt nicht mehr frei bewegen und ich habe sowieso nun auch so kläglich wenig Zeit bis sie mich gegen meinen Willen verheiratet Sophie nahm sich einen Pinsel und bürstete ihn mit den Fingern aus wieso gegen deinen Willen Erika schnappte sich den schmutzigen Löffel und einen Lappen der auf dem Tisch gelegen hatte der Herzog ist reich und soll sehr gut aussehend sein was willst du mehr er ist engstirnig und eingebildet woher weißt du das du hast ihn noch nie in Person getroffen ich nicht aber meine Schwester Sissy und sie findet ihn ausgesprochen fürchterlich warum das weil er glaubt dass Frauen nur zum Kinderkriegen da sind und dafür schön auszusehen Intellekt oder Kreativität sind nicht gefragt Entscheidungen dürfen sie nach seiner Meinung nie alleine treffen weil ihr Geist zu schwach ist das ist doch absurd aber das denken doch alle von diesen Edelleuten Erika gab nicht zu erkennen woher sie mit den Vorstellungen aller Edelleute so bestens vertraut war nicht alle widersprach Sophie Ludwig zum Beispiel ist nicht so dann hättest du ihn heiraten müssen gab Erika ein wenig gehässigt zurück sie war offenbar aus dem Gleichgewicht weil Sophie sie dabei ertappt hatte Spion in ihrer Mutter zu sein hätte ich ja aber es sollte eben nicht sein Sophie schaute auf das begonnene Gemälde Meer grau in die Berge was meinst du besser nicht die sehen jetzt schon aus als ob sie in einer permanenten Regenwolke liegen aber ich finde er hätte nicht erst um deine Hand anhalten dürfen wenn er es nicht ernst gemeint hat so etwas tut kein Kavalier und ein König erst recht nicht Erika wirkte stellvertretend für Sophie beleidigt er hat es in dem Moment durchaus ernst gemeint er hatte es wohl nur nicht gut durchdacht Sophie nahm den Pinsel und tauchte ihn ins gelb wir beide hatten das nicht wie kann es sein dass man sowas nicht vorher durchdenkt bitteschön meine Mutter hat ihn quasi gezwungen mir einen Antrag zu machen wie hat sie es vermocht den König zu etwas derartigem zu zwingen sie hat ihm zu verstehen gegeben dass er zu viel Zeit mit mir verbracht und damit andere Verehrer aus dem Feld geschlagen hätte weiterhin hat sie ihm suggeriert dass es an ihm läge wenn sich für mich niemals ein geeigneter Bewerber finde dann hat sie ihm die Wahl gelassen entweder selbst der Bewerber zu sein oder weniger Zeit mit mir zu verbringen da ist er in Panik geraten ich finde das zeigt wie viel ihm an mir liegt und ob du es glaubst oder nicht ich bin froh dass er klug genug war die Verlobung zu lösen ich habe ihr auch nur zugestimmt weil ich Angst hatte einen Fremden heiraten zu tauglich Erika reinigte den Löffel mit dem Lappen und lehnte sich dabei mit dem Bauch an die Tischkante ich weiß Sophie legte den Pinsel weg sie hatte auf einmal keine Lust mehr zu malen vielleicht kannst du den Herzog vom Gegenteil überzeugen wenn ihr erst den Bund der Ehe geschlossen habt soweit ich mich erinnere war Kaiser Franz vor der Heirat mit deiner Schwester auch nicht so freigeistig wie er heute ist es war ein schwacher Versuch Erika Sophie aufzuheitern glaube mir das hat Sissi Schweiß Tränen und viele schlaflose Nächte gekostet Sophie setzte sich auf den nächsten Stuhl und streckte die Beine von sich am liebsten würde ich überhaupt nicht heiraten brach es impulsiv aus ihr heraus ihr war klar dass es undankbar und unschicklich war diesen Gedanken laut auszusprechen sie lebte in Reichtum und Sicherheit ihre Mutter versicherte ihr immer wieder dass viele Frauen alles gegeben hätten um mit ihr zu tauschen wenn der einzige Preis für Sicherheit und Wohlstand war einen Mann zu heiraten den man nicht mochte aber sie konnte nicht anders sie hatte das Gefühl ins Gefängnis zu gehen wenn sie heiratete zudem fürchtete sie sich für sie zu treffen zwar tat ihre Mutter das auch aber die hatte wenigstens ihr Bestes im Sinn was wenn das bei Alençon nicht so war ihre eigene Mutter war ein berietes Beispiel dafür was passierte wenn man mit dem falschen Mann verheiratet wurde der einen betrog und vernachlässigte all das schnürte ihr die Kehle zu wenn sie darüber nachdachte Sophie ja hast du mir zugehört entschuldige bitte Sophie räusperte sich was hast du eben gesagt ich habe dich gefragt was um Himmels Willen du mit deinem Leben anfangen willst wenn du nicht heiratest ich will lernen entgegnete Sophie mit Inbrunst lernen weißt du nicht schon genug Erika machte verdutzt große Augen Ich weiß alles über meine Familien Geschichte Etikette und wie man eine interessante Gesprächspartnerin und Unterhalterin ist aber ich will die wirklich spannenden Dinge lernen zum Beispiel zum Beispiel wie funktioniert die Welt wie der Körper warum denken wir was wir denken warum tun wir was wir tun am liebsten würde ich Medizin studieren Frauen dürfen nicht studieren und du als Herzogin schon gar nicht Erika drehte sich ruckartig zu Sophie um und erwischte mit dem Ellbogen ein Säckchen blaues Pigment das umkippte und seinen Inhalt über den Tisch verteilte Warte Sophie stand auf Es geht schon Erika machte alles schlimmer indem sie aus voller Lunge auf die Schicht aus zarten Mineral partikeln blies Vorsicht Sophie sprang hinzu aber das Unglück war schon geschehen eine Hälfte des Tisches war mit einer dünnen Schicht aus Partikeln überzogen andere tanzten blauglitzernd in der sonnigen Luft und sanken langsam zu Boden lass nur ich mache das schon Erika legte den Löffel beiseite und wischte über die Schicht auf dem Holz die dadurch zu einem dichten etwas schmierigen Film wurde nicht auf den Tisch ist vorhin Leinöl getropft wir brauchen Terpentin um das weg zu bekommen Sophie schraubte die Flasche auf träufelte etwas davon auf einen frischen Lappen und wischte das Malheur mit kreisenden Bewegungen weg sieh mal sagte sie als sie an der Tischkante angekommen war da ist dein Handabdruck sie zeigte auf einen großen gespreizten Handabdruck mit dem besonders langen Daumen in der Farbschicht das war ich nicht behauptete Erika mit Nachdruck doch dort hast du vorhin deine Hand gehabt hier ist der Daumen gewesen Sophie zeigte auf den deutlich erkennbaren Abdruck kann sein dass das ein Daumen ist aber meiner ist das nicht Erika hielt ihren Daumen in die Höhe Ich bin doch kein Schlachter Meiner ist es bestimmt nicht Sophie hielt ihrerseits ihre zarte Hand über den großen Abdruck Na großartig schnaufte Erika Ich bin grobschlechtig eine Verräterin und werde als Mensch immer auf der Stelle treten Gibt es noch etwas was du mir mitteilen möchtest Sie knifft die Augen zusammen Nur voran Der Tag ist noch nicht schlecht genug Nur dass ich dich bitten würde gleich im Ort ein paar Erledigungen für mich zu machen Sophie lächelte entschuldigend Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten Oh grausames gleißendes und viel zu frühes Licht der Welt Wo sind die Gestirne Wo Frau Luna in all ihrer Pracht Notiz Gesetzes Vorhaben auf den Weg bringen dass ich nicht vor zwölf Uhr mittags behelligt werden darf Das Klingen der Glocken des Kirchturms wehte zusammen mit milder und verlockend frischer Luft durch das halboffene Bürozimmer Fenster Ludwig zählte zehn Glockenschläge viel zu früh um den Tag zu beginnen Es war nach seinem Gefühl gerade erst hell geworden Aber heute musste er zu dieser nacht schlafenden Zeit seinen Dienst Herrn und sich selbst verrichten Die Befragung des Hofstaates stand an und er plante alles und jeden auf den Prüfstand zu stellen Aber davor hatte der Teufel die übliche Arbeit gestellt Ludwig gähnte und hielt sich etwas verspätet die Hand vor den Mund Er war nicht allein Der Kriegsminister Baron von Klausemann der Innenminister Müller Hoheim und von Pfister Meister saßen von links nach rechts verteilt vor Ludwigs Schreibtisch womit der Platz dort fast vollständig ausgeschöpft war Die Riege der Ministerialen war Ludwig so nah dass ihm die Melange aus den unterschiedlichen Düften der Herren in die Nase stieg Herb und nach Gewürzen vom Kriegsminister und alkoholisch chemikalisch vom Innenminister von dem es hieß dass er gern einen zur Brust nahm Von Pfister Meister roch dankenswerter Weise nur ganz leicht nach Radiergummi Ach nun dann die Herren Minister was gibt es an Neuigkeiten Ludwig streckte seinen langen Bein unter dem Tisch aus vorbei an Siegfried der dort lag und wie immer vor sich hin schnarchte Das Innenministerium hat eine Depesche von den Preußen bekommen Der Innenminister zog mit angelegten Ellbogen ein Papier aus der Aktentasche auf seinem Schoß und legte es auf den Schreibtisch Müller Hoheim erinnerte Ludwig immer an einen ausgedörrten Baum weil die Haut des Ministers so trocken und die Stimme so knarrig wie Äste im Wind waren So was schreiben die Hunde Ludwig machte sich gar nicht erst die Mühe den Text zu lesen der sowieso verkehrt herum lag Sie dringen auf sofortige Aufklärung des Mordes andernfalls drohen sie mit nicht näher bezeichneten schweren Konsequenzen von Pfistermeister nahm etwas hektisch seine Brille ab und beschaute die Gläser die blitz sauber waren dann legte er die Brille auf seine Knie und griff abwesend an seine Brusttasche Ludwig unterdrückte ein schmunzeln Sophie und er waren sich einig dass man von Pfistermeisters Gemütslage ausgezeichnet danach einschätzen konnte wie oft er mit seinem Taschentuch hantierte Welche verlogenen und unverfrorenen Halunken Sie wissen doch selbst am besten wer ihn auf dem Gewissen hat sagte Ludwig ohne große Emotionen und zog seine Beine an weil er gegen die Füße des Innenministers gestoßen war man hört Bismarck sei außer sich in Berlin sind deshalb alle in Aufruhr von Pfistermeister holte sein Taschentuch hervor und putzte die Brillengläser ohne die Brille wirkte er irgendwie nackt kein Wunder das wäre ich an Bismarcks Stelle auch wenn ich versehentlich den Verlobten meiner Tochter hätte erschießen lassen wie hält sie sich eigentlich wissen wir etwas darüber Siegfried machte einen Probebiss an Ludwigs linker Schuhspitze was durch das Leder hindurch zwickte er ignorierte das ein König kannte keinen Schmerz ist das wichtig eure Majestät der Innenminister umklammerte seine Aktentasche wie einen Rettungsanker Ludwig hatte gehört dass er gestern nach dem Attentat einen Weinkrampf erlitten und sich anschließend betrunken hatte dabei war er gar nicht dabei gewesen nicht einmal sein Ressort war davon betroffen deswegen hatte Ludwig das nur für ein absurdes Gerücht gehalten aber wenn man die fahlen Wangen und rot geäderten Augäpfel von Müller Hoheim so betrachtete mochte man es fast glauben ist es das etwa nicht wenn eine Frau ihren Geliebten tragisch verliert entgegnete Ludwig etwas sanfter als üblich für einen gelegentlichen Kater hatte er durchaus Verständnis wie ihr meint eure Majestät unser Gesandter in Berlin hat uns dazu allerdings keine Neuigkeiten telegrafiert der Innenminister drückte die Tasche noch enger an sich Bismarck will einen neuen Sondergesandten schicken der die Lage im Auge behält von Pfistermeister hatte seine Brille jetzt wieder auf der Nase das könnte ihm so passen damit der dann die Chance hat mit dem Attentäter ungehindert weitermachen zu können auf keinen Fall hat überhaupt jemand den ständigen Gesandten im Auge diesen hinterhältigen Arschgeier in München Ludwig versuchte sich nicht von Siegfried ablenken zu lassen der ungehemmt weiter an seinem Schuh knabberte das werde ich sofort veranlassen sagte von Pfistermeister zackig der Innenminister warf ihm einen leidenden Seitenblick zu weil von Pfistermeister sich damit in seine Zuständigkeiten einmischte ist das ein Problem von Pfistermeister neigte sich vertraulich zu ihm nein keines weges der Innenminister trug dennoch weiter eine gepeinigte Miene zur Schau gut der soll auf Schritt und Tritt beobachtet werden ich will tägliche berichte und sobald sich etwas Verdächtiges tut werde ich sofort informiert klar ich will den Mörder und seine Hintermänner Siegfried arbeitete sich langsam zur Ferse vor das musste Ludwig ihm wirklich abgewöhnen selbstverständlich eure Majestät versicherte von Pfistermeister da ist noch etwas was ich gern besprechen möchte die Finger des Innenministers zerknautschten das Leder der Tasche bis sie tiefe Furchen hatte was au Ludwig tauchte unter den Tisch zu Siegfried ab der seinen großen Zeh erwischt hatte nicht so doll schallte er ihn Siegfried sah schwanzwedelnd und kein bisschen reumütig auf und ließ Ludwigs schuhsam Zeh nicht aus den Zähnen Verzeihung eure Majestät kam von Pfistermeisters Stimme von oben wie bitte Ludwig tauchte wieder auf der Herr Innenminister wollte etwas sagen von Pfistermeister lächelte seinen Kollegen an der schwieg jedoch Ludwig stöhnte innerlich wieso konnte dieser Jammerlappen des Inneren nicht ausspucken was ihm im Hirn herum spukte das war ja nicht zum aushalten sein Bauch knurrte wenn die weiter so um den heißen Brei herum redeten schaffte er das Frühstück nicht mehr nicht auszudenken der Herr Innenminister meint er würde gern seine Hilfe bei den Ermittlungen anbieten sagte von Pfistermeister schließlich Stadt des Innenministers ach machte Ludwig gedehnt soll heißen ich habe einen meiner besten Leute aus München hierher beordert um bei den Ermittlungen behilflich zu sein kam es vom Innenminister hinter seiner Tasche hervor wer ist das ah Ludwig wackelte mit den Zehen um Siegfried abzuschütteln Barun von Bernheim hauchte Müller Hoheim ist das nicht der der mit einer Preußin verheiratet ist die blonde mit der langen Nase Ludwig besaß ein ausgezeichnetes Gedächtnis für wesentliche Details das mit der Nase mag ich nicht beurteilen aber er ist ein sehr verdienter Soldat der viele Orden errungen hat eure Majestät antwortete der Innenminister aber das mit der Preußin stimmt stellte Ludwig triumphierend fest Kompliment das kam wieder von Pfistermeister Er Er ein Mann mit einem Gesicht wie eine Bulldogge einem Körper wie ein kleines Rhinoceros und mit Anfang 60 der Älteste im Raum wirkte aber mit seinen rosigen Wangen und struppigen schwarzen Augenbrauen um Jahre jünger Er war bekannt dafür sich aus allem herauszuhalten wenn man ihn nicht quasi mit vorgehaltener Waffe dazu zwang sich zu beteiligen Auch jetzt starrte er irgendwo hin knapp über Ludwigs rechte Augenbraue und wirkte wie das sich totstellende amerikanische Opossum von dem Ludwig neulich ein Gesandter berichtet hatte Aber damit würde Ludwig den Kriegsminister nicht durchkommen lassen Auch wenn er für diese Einstellung ebenso wie für einen Kater ins geheim Verständnis aufbrachte Aber Eure Majestät Der Kriegsminister hustete verhalten Habt ihr etwas im Hals fragte Ludwig Eisig Nein Eure Majestät Verlegen stellte der Kriegsminister das Husten ein Also was ist dann mit meinen Truppen Das werden wir nie durch den Ministerrat bringen Der Baron wurde eine Nuance blasser Der Ministerrat wird einer Vergeltung nicht zustimmen obwohl ein Attentat auf mich verübt wurde Ludwigs Blutdruck stieg sprunghaft derart in die Höhe dass er linksseitig dumpfe Kopfschmerzen bekam Ihr missversteht mich Eure Majestät Der Kriegsminister brach ab vermutlich weil ihm auffiel dass sein König grundsätzlich nichts missverstand Der erst erst wird wird ihr sonder gesandt ermordet dann mobilisieren wir das her von Pfister Meister war offenkundig darauf bedacht dass Ludwig seine eigenen Schlüsse zog ich gebe zu das könnte so wirken als ob wir das alles geplant hätten was wollen wir stattdessen tun Ludwig schaute zum Kriegsminister doch der war wieder in Trance verfallen wir machen ein paar harmlose Truppen Übungen das mobilisiert Kräfte wirkt aber nicht verdächtig und in der Zwischenzeit ermittelt eurem als Tätin Täter schlug von Pfister Meister vor so sei es und ich möchte dass ihr wisst dass der Täter keine Chance hat das verspreche ich so wahr ich hier sitze Ludwig spreizte automatisch sein Bein unter dem Tisch nach rechts was Siegfried mit einem empörten Schnaufer quittierte selbstverständlich hat er keine Chance sagte von Pfister Meister während der Innenminister über den Rand der Tasche nickte der Kriegsminister atmete nur dreimal tief durch eine Stunde später war Ludwigs Laune nach einem ausgiebigen Frühstück aufgehält seine Gemütslage verdunkelte sich jedoch wieder als er bemerkte wie viele Menschen vor dem Festsaal auf die Befragung warteten es mussten an die fünfzig sein die dort in Grüppchen oder Einzeln herumstanden sich zum Teil miteinander unterhielten zum Teil vor sich hin starrten es würde ewig dauern sie alle zu befragen und das obwohl draußen die Sonne schien und er vor diesem schrecklichen Ereignis geplant hatte den Tag mit einer Wanderung auf den Tegelberg zu verbringen und anschließend einen längeren Aufenthalt in der Hütte zu genießen aber gut das war nur aufgeschoben nicht aufgehoben auch wenn es schmerzte er fühlte sich drinnen immer unwohl und matt so als ob die Luft in Räumen nicht genug Sauerstoff hätte um ihn zu beleben er seufzte und trat an der Schlange der sich vor ihm verneigenden und knixenden vorbei in den Saal die goldenen Spiegel an den Wänden reflektierten das Sonnenlicht in wirren Mustern so dass Ludwig einen Augenblick benötigte um mehr als Licht und Schatten zu erkennen doch dann bemerkte er Sophie Wagner Major Lohmann und Kommandant von Hagen die bereits auf ihn warteten Ludwigs Sekretär hatte die lange Tafel herausräumen lassen und dafür an einem Ende des Saals einen normalen Tisch aufgestellt dahinter ein paar Stühle und davor einen weiteren Der Major saß ganz links am Tisch Karzen gerade wie immer einen Stapel Papier und Stifte vor sich Offenbar beabsichtigte er die Ergebnisse der Befragungen aufzuzeichnen guter Mann Rechts von ihm saß Sophie die heute in einem violetten Kleid und mit hochgesteckten Locken reizend aussah Daneben war ein Stuhl frei und wiederum rechts davon hatte Wagner sich niedergelassen der Schatten unter den Augen hatte Von Hagen stand im Hintergrund Seine Uniform war ausnahmsweise ordentlich geschlossen aber er war wieder unrasiert und wirkte angespannt Wahrscheinlich waren die Nachforschungen anstrengend für ihn und er hatte keine Zeit zum Rasieren gefunden aber das war nicht zu ändern für Ludwig war das alles auch kein Zuckerschlecken Eure Majestät Ludwigs Sekretär war aufgestanden und hatte den Stuhl in der Mitte zurückgezogen Er Er trug heute einen anderen aber ebenso langweiligen dunklen Anzug wie gestern Bitte setzt euch Eure Majestät wir sind bereit zu beginnen sagte Wagner eilig und sehr laut Ludwig konnte ein kleines Lächeln nicht unterdrücken Er fand es reizend wenn Wagner eifersüchtig war Der König setzte sich und legte die Finger gefaltet gegen die Brust Jetzt hieß es sich auf das feige Attentat Er war bereit die Wahrheit heraus zu finden womit fangen wir an Du hast Farbe am Ärmel raunte Ludwig Sophie zu während einer der Diener von Paul Lohmann danach befragt wurde was er zur Zeit des Mordes getan und gesehen hatte Ich hatte heute früh ein Missgeschick mit Pigment flüsterte Sophie zurück während der Diener befangen etwas von Silberteller polieren murmelte Wie das Ludwig wippte unter dem Tisch mit dem überschlagenen rechten Fuß stakkato haft auf und ab Bitte Major Lohmann schaute irritiert an Sophie vorbei zu Ludwig weil er vergessen hatte leise zu sprechen Sophie konnte seinen Lapsus nachvollziehen Nach mehr als 40 befragten Personen schwand die Konzentration ungemein Zumal bislang niemand etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört hatte und das Ganze hier deshalb wie eine atemberaubende Zeitverschwendung anmutete Sie wunderte sich dass Ludwig noch nicht aufgestanden und gegangen war Geduld gehörte gewöhnlich nicht zum Repertoire seiner Eigenschaften Wagner war schon vor Stunden eingenickt und schlief mit dem Kopf auf der Brust vor sich hin Wenn er aufwachte würde er einen steifen Nacken haben Nur Major Lohmann schien erleert und bei der Sache Er machte sich Notizen zur Aussage des Dieners der umständlich schilderte wie er zum Besprechungsraum gelaufen war nachdem er den ersten Schuss gehört hatte Dann beschrieb er wie er sich auf dem Weg dorthin gedacht hatte dass vermutlich einer der Jäger sich einen Spaß erlaubt hätte und deren Späße strenger geahndet werden sollten weil der ganze Hofstaat bei diesen in Aufruhr geriet Schließlich ging er mit der Geschwindigkeit einer Schnecke dazu über darüber zu klagen dass die Jäger zu viel Schmutz und Dreck ins Schloss brächten Zum Glück legte der Major in diesem Moment den Stift beiseite und bedeutete dem Diener dass er mit der Befragung fertig sei und der Mann den Saal verlassen könne Sophie wartete bis der Diener fort war Meint ihr der Täter ist als Jäger getarnt ins Schloss gekommen Bei einem Jäger hätten die Wachen sich doch wahrscheinlich nichts gedacht Aus den Listen hat sich nichts ergeben Von Hagen stand schon den ganzen Tag neben der Tür obwohl Sophie ihm angeboten hatte sich zu ihr zu setzen Er sprach so leise dass sie ihn kaum hörte Obwohl ein einäugiger Jäger wirklich auffallen sollte meinte Ludwig abwesend Wie viele noch kurz auf einem Blatt etwas nach auf dem er Namen mit Haken versehen hatte Einer dann sind wir fertig Wer ist draußen Ludwig sah von Hagen fragend an Ursula antwortete dieser die Köchin Letzteres war überflüssig Alle wussten wer Ursula war Aber vielleicht kam von Hagen sich genauso überflüssig vor und wollte etwas beitragen Schließlich hatte Ludwig ihn zum reinen Gehilfen degradiert Wäre Sophie an von Hagens Stelle gewesen hätte sie das verärgert Aber er wirkte trotz seiner Anspannung nicht missmutig Offenkundig war er so gutmütig wie alle sagten Ausnahmsweise ein Gerücht das stimmte Sie nahm sich vor möglichst bald mit ihm zu reden um zu erfahren ob er etwas über den Mord in Erfahrung gebracht hatte denn es stand nicht zu erwarten dass Ludwig dies tun Major Lohmann griff sich ein unbeschriebenes Blatt Der Geruch nach Hackbraten wehte mit Ursula herein Sophies Magen machte leise Geräusche und auch Ludwigs knurrte vernehmbar Wagners Nasenflügel blähten sich er schlug die Augen auf guckte sich mit glasigen Pupillen um und schlug sie wieder zu Ursula die optisch jedem Klischee einer Köchin entsprach sie war klein Kinn setzte sich auf den Stuhl vor dem Tisch und wartete schweigend sie war bereits unter Ludwigs Vater am Hof gewesen und hatte Ludwig und seinen Bruder aufwachsen sehen ihre Scheu dem König gegenüber war daher nicht so ausgeprägt wie bei anderen Mitgliedern des Hofstaates Paul Lohmann bat sie zu erzählen was sie getan hatte als der Mord geschehen war Ja Mei Ich war in geaufsichtigt der Teig ging nicht auf die Mordeln hatten mit der Hefe geknausert sie nickte mehrmals bekräftigend Teig fragte Wagner plötzlich laut er verharte einen Augenblick die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet Sophie vermutete dass er die Worte der Köchin erst im Stillen übersetzen musste und dann Major Lohmann hielt die Feder schreibbereit über sein Papier bitte auf Hochdeutsch wenn es geht der Meister versteht kaum Bayrisch fiel Ludwig ein jawohl Ursula strich ihre Schürze glatt als ginge Hochdeutsch nur ohne Falten im Stoff dann habe ich den Teig für die Schweine vorgesehen sagte sie laut und deutlich als läse sie einen komplizierten Text vor schließlich bin ich losgelaufen und habe neun gemacht denn ich weiß dass seine Majestät keine harten Semmeln zum Frühstück Wagner nachdenklich aber nach Sophies Einschätzung eher nicht an jemand bestimmten gerichtet jo antwortete Ursula die das offenbar für eine Frage an sich hielt ich meine ja der König nimmt sein Frühstück ja erst am Nachmittag ein was ich eigentlich wissen wollte ist übernahm der Major wieder die Gesprächsführung wohin du gelaufen bist griff Ludwig erneut ein dessen Miene sich verfinstert hatte den neuen Teig wirst du in der Küche gemacht haben richtig also wo wolltest du hin ich musste doch neue Hefe aus der Vorratskammer holen die Köchin guckte überrascht und als ich gerade damit fertig war und in die Küche zurück wollte kam der Schuss und dann noch einer und noch einer ich dachte mich pockts sie schüttelte sich so heftig dass der Stuhl unter ihr wackelte und du hast nichts verdächtiges gesehen ludwig sah gleichzeitig düster und zweifelnd aus nein nichts eure majestät aber der mörder muss im innenhof gewesen sein als du in der vorratskammer warst ludwig lehnte sich über den tisch um ursula besser beobachten zu können jesses maria ich habe nichts gesehen ursula bekreuzigte sich sicher ludwig erinnerte sophie jetzt vage an eine sturm front deren blitze jederzeit jeden treffen konnten ursula schien das auch zu spüren denn ihr anfängliches selbstvertrauen war verschwunden sie nickte nur stumm bei deiner ehre hakte ludwig nach ursula blies die wangen auf wodurch ihr gesicht noch runder wirkte und spähte hilfesuchend zuerst zu sophie die ihr aber nicht helfen konnte dann zu von hagen der zuckte mit den achseln sag einfach ob du was verdächtiges gesehen hast wie der könig gefragt hat nix alles wie immer ich schwöre auch auf die bibel wenn's das wollt eure majestät ursula legte die hand zum eid auf die brust na gut wenn das dein letztes wort ist kannst du gehen die bibel schien ludwig ein wenig zu besänftigen die köchin erhob sich und eilte hinaus sie verheimlicht etwas ludwig wartete kaum bis die tür geschlossen war wie kommst du darauf mein lieber sophie dehnte möglichst unauffällig ihre schultern die nach dem langen sitzen verspannt waren es ist nicht denkbar dass sie den mörder nicht gesehen hat sie war in der vorratskammer genau zur richtigen zeit am richtigen ort ludwig tippte zur akzentuierung seiner worte auf die tischplatte aber was ist wenn sie gar nicht in den Hof geschaut gegangen sein ich habe gestern nacht auch noch mal von drinnen nachgesehen als ich nicht schlafen konnte das fenster ist direkt neben den vorratsschränken man kann den innenhof nicht nicht sehen wenn man dort etwas ein oder ausräumt sagt der ludwig allerdings schien zur tatzeit im innenhof helles sonnenlicht und drin war es deutlich dunkler da ist es schwer draußen einzelheiten zu erkennen vor allem mag sein aber Ursula wusste als eine der wenigen wo unser treffen statt fand und vor allem dass ich daran teilnahm erwiderte ludwig woher ich dachte diese kenntnis war nur für die herren minister bestimmt und natürlich für den herrn major wagner schien sich kurzzeitig entschlossen zu haben wieder am gespräch teilzunehmen ich hatte sie gebeten mir kaffee und pralinen in den besprechungsraum bringen zu lassen ludwig strich sich in einer unbewussten geste über den magen das würde erklären warum der mörder wusste dass eure majestät dort war wagner war jetzt anscheinend vollständig wach die komplette dienerschaft wusste dass der könig bei dem treffen dabei sein würde in der küche haben mich alle darüber ausgefragt als ich dort meinen kaffee getrunken habe sophie schaute ihren cousin von der seite an aber das war geheim ludwig wandte den kopf ruckartig zu ihr es gibt an diesem hof keine geheimnisse das weißt du doch sophie wollte sich nicht aus dem konzept bringen lassen aber ich weiß auch dass usula verwandte in berlin hat trumpfte ludwig auf sie hat vor einiger zeit urlaub beantragt weil sie besuchen wollte vielleicht hat sie den täter durch die vorratskammer in den innenhof gelassen die tat abgewartet und ihn anschließend wieder heraus geschleust aber sie ist nicht die einzige am Hof die preußische verwandte hat sophie wurde aus angst und bange um ihre arme ursula selbst deine mutter ist preußische abstammung ein moment später hätte sie sich ohrfeigen können ludwigs mutter zu erwähnen war gelinde gesagt eine sehr sehr schlechte idee die beziehung zwischen mutter und sohn war sagenhaft schlecht wie zu erwarten war das ergebnis kein gutes was meine mutter hiermit zu tun hat kann ich nicht erkennen es sei denn du möchtest andeuten dass sie etwas mit dem attentat auf mich zu tun hat ludwig ich fuhr abrupt in die höhe natürlich nicht ludwig beteuerte sophie beschwichtigend zudem kann ich mich nicht erinnern dich hinsichtlich der befragungen um deine meinung gebeten zu haben ludwig zog seine uniform jacke straff und wandte sich an von hagen wo ist die tatwaffe im waffenschrank bei augusto wieso das ludwig schien ernsthaft verwirrt die beiden männer der wache die sie gefunden haben untersuchen von hagen klang als halte er das für eine absurde vorstellung ah ludwig nickte beifällig endlich eine gute idee und gibt es schon ergebnisse da muss ich augusto befragen eure majestät antwortete von hagen dann tut das um himmels willen ich will morgen früh bericht haben und ursula werde ich mir morgen noch einmal vornehmen da ist noch mehr das fühle ich aber jetzt habe ich hunger und werde essen ohne ein weiteres wort verließ ludwig den raum sophie stand ebenfalls auf und blieb unschlüssig stehen sie war verletzt weil ludwig sie gemaßregelt hatte aber auch verstört wenn nichts passierte war verursula ins gefängnis und das nur weil sie die hefe aus der vorratskammer geholt hatte und außerdem verwandte in berlin besaß ganz abgesehen davon dass es weiterhin im raume stand den preußen den krieg zu erklären auch wenn kalchen ihr heute früh im vorbeilaufen gesteckt hatte dass die gefahr nicht mehr so akut war dennoch musste sie etwas unternehmen aber was noch einmal mit ludwig zu sprechen war momentan vertane zeit dafür kannte sie ihn gut genug von hagen würde auch keine unterstützung sein nicht weil der nicht wollte sondern weil er auf ludwig überhaupt keinen einfluss hatte sie konnte sich sogar vorstellen dass der könig exakt das gegenteil von dem tun würde was von hagen vorschlug blieben wagner und major lohmann ersterer schied allein deshalb aus weil sie ihm nicht traute der hatte gestern den mut gehabt ludwig darauf aufmerksam zu machen dass man gegen die preußen beweise benötigte und ludwig hatte auf ihn gehört ja wenn ihr jemand erfolgreich zur seite stehen konnte dann der neue man sie wartete bis wagner und von hagen den saal ebenfalls verlassen hatten dann schob sie ihren stuhl aus dem weg und wandte sich zu ludwigs sekretär der links von ihr damit beschäftigt war seine papiere zu ordnen und in eine große ledermappe zu schieben sophie zögerte sie war sich unsicher wie sie die angelegenheit ansprechen sollte sie war nun mal eine frau und von ihr wurde erwartet dass sie sich nicht einmischte das hatte ludwig gerade wieder sehr deutlich gemacht zudem kannte sie den major kaum und wusste nicht wie er auf ihr ansinnen reagieren würde zumindest schien er nicht ihr gegner zu sein andernfalls hätte er ihr weder gestern im festsaal noch gerade mit ursula beigestanden das musste fürs erste reichen sophie straffte die schultern major lohmann sie wappnete sich vorsorglich gegen seine zurückweisung oder herablassung ja eure hoheit sein gesichtsausdruck war neutral und ein wenig abgelenkt als er von seinen unterlagen aufblickte ich denke man sollte die ermittlungen ein wenig ausdehnen begann sophie vage um das terrain zu testen in wie fern eure hoheit major lohmann ließ die aktenmappe auf die tischplatte sinken und legte seine hände darauf ohne seiner majestät unrecht tun zu wollen aber wie ich gestern schon angesprochen habe waren noch andere männer im raum die möglicherweise feinde sophie versuchte nicht auf paul lohmanns geschundene hände zu starren und eure hoheit er war nicht abweisend aber auch nicht sonderlich entgegenkommend vielleicht sollte man deren feinde einmal unter die lupe nehmen anstatt sich nur auf die preußen zu konzentrieren ich glaube das sollte seine majestät entscheiden meint ihr nicht major lohmann verschränkte die hände hinter seinem rücken sodass die narben aus sophies sicht verschwanden aber der ist bereits auf die preußen als täter festgelegt ich fürchte er zieht andere möglichkeiten gar nicht mehr in betracht nun vielleicht sind sie es vielleicht aber auch nicht und wenn sie es waren dann sind sie erstaunlich dumm vorgegangen sophie unterdrückte den wunsch sich auf die zehenspitzen zu stellen um sich größer und eindrucksvoller zu machen in welcher hinsicht dem major schien nicht bewusst zu sein dass er sophie mit seiner militärisch aufrechten körpersprache ein wenig in die defensive trieb lassen wir einmal beiseite dass sie ausgerechnet ein preußisches gewehr benutzt und auch noch als visitenkarte hinterlassen haben was allein schon nicht einleuchtet sophie lehnte sich automatisch zu ludwigs sekretär weil sie ihn überzeugen wollte als sie das bemerkte wich sie hastig wieder zurück jedenfalls hätte es für die preußen deutlich günstigere situationen gegeben um einen anschlag auf ludwig zu verüben zum beispiel eure hoheit fragte der sekretär der offenbar gewohnheitsmäßig nur so viele worte machte wie gerade nötig waren er ist ständig draußen in den bergen häufig nur begleitet von ein paar dienern wenn ihn die preußen loswerden wollten würde es sich anbieten es dort zu tun aber nicht in einem schloss das von menschen nur so wimmelt darüber habe ich auch nachgedacht auf Paul Lohmanns Stirn erschien eine nachdenkliche Längsfalte was ihn für einen Augenblick seltsamerweise etwas weniger streng wirken ließ ehrlich platzte Sophie überrascht und deshalb wieder viel zu undarmhaft heraus ja das ergibt keinen sinn zudem finde ich keinen Grund warum die Preußen Ludwig ermorden sollten ich glaube da gäbe es einige Gründe zum Beispiel die Tatsache dass er ihre Vorherrschaft nicht anerkennen will aber das geht seit Jahren so warum dann genau jetzt das Attentat da müsstet ihr die Preußen fragen hoheit entgegnete er aber Sophie bildete sich ein dass er sich ihrer Logik nicht gänzlich verschloss ich ich wage nicht mir deren Antwort vorzustellen sagte Sophie Spitz und mal abgesehen davon was wenn Ludwig den Preußen den Krieg erklären lässt weil er von ihnen als Täter nicht abzubringen ist das würde viele Soldaten unnötig in den Tod führen das könnt gerade ihr nicht wollen das wird der Ministerrat zu verhindern wissen sagte Paul Lohmann entschieden Sophie hatte den Verdacht dass Katjen ihm auch von dem Gespräch zwischen den Ministern und Ludwig heute früh erzählt hatte verblüffend wäre das nicht es war eben wirklich unmöglich am Hof ein Geheimnis zu bewahren und was wenn ein Unschuldiger oder eine Unschuldige ins Gefängnis muss weil wir es unterlassen haben andere Spuren zu verfolgen beharrte Sophie und dachte an Ursula wir eure Hoheit Major Lohmann hob die Augenbrauen ein winziges bisschen so wie gestern im Innenhof vielleicht war das seine minimalistische Variante Emotionen zu bekunden Sophie ignorierte seinen Kommentar der König würde selbst nicht wollen dass ein Unschuldiger büßen muss Major Lohmann zögerte einen Moment ich bedauere aber ich kann euch nicht helfen ihr könnt nicht wohl eher ihr wollt nicht oder sagte Sophie resigniert es war immer dasselbe alle Männer hatten Angst vor Ludwigs Autorität und Macht wenn ich ehrlich bin beides na wenigstens seid ihr das sagte Sophie ehrlich mit hocherhobenem Haupt verließ sie den Raum sie würde es auch ohne ihn bewerkstelligen Ludwig zu überzeugen bei seinen Ermittlungen ein weiteres Netz zu werfen wenn sie konkrete Anhaltspunkte hatte dann musste Ludwig sie anhören und das würde er auch da war sie sicher sie musste diese Anhaltspunkte nur noch finden und sie wusste auch schon wo sie mit der Suche beginnen würde Auszug Hagen zu seinem speziellen Schutz abgeordnet hatte. Der König war satt und hatte während der Mahlzeit Zeit gehabt, über das nachzudenken, was Sophie gesagt hatte. Vielleicht hatte sie recht und er hatte vorschnell reagiert. Jetzt, nachdem der Hunger ihm nicht mehr das Gehirn vernebelte, konnte er sich selbst nicht mehr vorstellen, dass ausgerechnet Ursula die Verräterin sein sollte, auch wenn sie Rind hatte servieren lassen. Sie stand seit seiner Kindheit im Dienst des Hauses der Wittelsbacher und hatte sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, nicht einmal verbranntes Brot. Er würde mit Sophie sprechen und sich entschuldigen, weil er grob gewesen war, unter vier Augen natürlich. Wenn er nur frische Luft schnappen und sich draußen bewegen könnte, dann würde sein Denkvermögen deutlich besser funktionieren. Aber mit einem möglichen Attentäter auf der Pirsch und dem angestrengt wirkenden Gardisten neben sich versprach das keinen Spaß. Leider hatte er von Hagen versprechen müssen, sich nicht alleine aus dem Schloss zu bewegen, solange der Mörder nicht gefasst war. Ein weiterer Grund, den Fall so schnell wie möglich zu lösen. Energisch schritt Ludwig aus und stoppte abrupt. Vor seinem Büro standen Finanzminister Funkenberg, einen dicken Stapel Akten auf dem Arm und Martin von Hagen und unterhielten sich. Südalloch, den Finanzminister hatte er völlig vergessen. Bevor das alles passiert war, hatte er um einen Termin bei Ludwig nachgesucht. Die enormen Kosten für die neue Burg bereiteten ihm Sorgen, aber auch noch vieles andere. In einem Anfall von Nachsicht hatte Ludwig dem zugestimmt, obwohl alle Termine mit Funkenberg ausnahmslos furchterlich verliefen. Er hatte immer Berge von Kassenbüchern und Aufstellungen dabei, so wie jetzt auch, und erwartete, dass Ludwig sich ihnen mit derselben Gewissenhaftigkeit wie Funkenberg widmete. Und nun kam noch die unselige Sache mit Wagner hinzu. Ein beleidigter Funkenberg war das Letzte, was Ludwig im Augenblick brauchte. Er wollte nur in sein Büro und gründliche Recherchen in denjenigen Unterlagen betreiben, die beim Mordfall hilfreich sein konnten. Aber die beiden versperrten ihm den Weg dorthin. Zum Glück hatten sie ihn bislang nicht bemerkt. »Komm«, zischte er dem Gardisten zu und trat hastig den Weg zurück ins Foyer an. Er würde zu Wagner gehen, um sich dort bei einem Gespräch unter Männern zu entspannen. Und sich vor Funkenberg verborgen zu halten, bis der aufgab und ging. Schade nur, dass Ludwig jetzt erstmal warten musste, bis er seine kriminalistischen Notizen im Büro suchen konnte. Schließlich tickte die Uhr. Wer wusste schon, was der Mörder an neuem Unheil anrichten würde, solange man ihn in Freiheit ließ. Je länger das alles dauerte, desto gefährlicher wurde die Lage. Im Foyer prallte Ludwig fast mit von Pfistermeister zusammen, der hektische rote Flecken auf den Wangen hatte. »Majestät, welch glückliche Fügung, dass ich euch hier antreffe!« Er machte einen Diener. Ludwig verkniff sich ein Seufzen. Er war Funkenberg entkommen und hatte ihn gegen von Pfistermeister eingetauscht. Das Schicksal war nicht immer gnädig. Er gab sich Mühe, seine Irritation zu verbergen. »Was treibt euch um diese späte Stunde hierher, werter Kabinettssekretär?« Ludwigs Gardist postierte sich schweigend etwas abseits von ihm an einer Säule und beäugte misstrauisch jeden Passanten, von denen es um diese Uhrzeit glücklicherweise nicht mehr viele gab. »Die Preußen bringen mich um den Verstand«, von Pfistermeister tastete er auf seiner Brusttasche herum. Ein erstaunter Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. Offenbar hatte er sein Taschentuch irgendwo vergessen. »Weshalb?« Ludwigs Laune besserte sich, weil er einen verwandten Geist in von Pfistermeister erblickte. Die Preußen trieben ihn ebenfalls stetig in den Wahnsinn. »Sie bestehen auf dem neuen Sondergesandten. Bismarck selbst hat sich eingeschaltet und nochmals betont, wie wichtig es ist, dass der neue Mann unverzüglich anreißen darf. Und mir fällt nichts mehr ein, um das abzuwenden. Ich kann schlecht sagen, dass wir nicht wollen, dass der neue Sondergesandte mit dem Mörder paktiert«, sprudelte es aus von Pfistermeister heraus, der sich dabei nicht einmal Zeit zum Atmen nahm. »Hm«, Ludwig runzelte nachdenklich die Stirn. Das konnte er sogar nachvollziehen. Und bessere Ausreden fielen ihm auf die Schnelle auch nicht ein. »Dann lasst ihn eben kommen«, entschied er impulsiv. »Aber er wird keinen Schritt machen ohne meine Kenntnis, verstanden? Ihr seid für ihn verantwortlich.« »Selbstverständlich, Eure Majestät«, von Pfistermeister verbeugte sich zweimal hintereinander. »Ich danke euch.« »Schon in Ordnung«, winkte Ludwig ab. »Aber nun habe ich eine Frage an euch.« »Natürlich, Eure Majestät«, von Pfistermeister fror in Erwartung von Ludwigs Worten geradezu ein. Ludwig schaute hinter sich, um zu überprüfen, ob dort auch niemand stand, der mithörte. »Haben wir unter den königlichen Jägern einen Einäugigen?« »Nicht, dass ich wüsste, Majestät«. Von Pfistermeisters Miene war ein einziges Fragezeichen. »Haben wir sonst einen Einäugigen im Hofstaat?« Ludwig spähte im Foyer umher, um eventuelle Spione und Feinde auszumachen. Aber sie waren momentan die einzigen hier. Das bedeutete jedoch nicht, dass nicht irgendwo im Schatten ein Meuchler lauern konnte. »Die Macht des Bösen war allumfassend.« »Ich glaube, der alte Kastellan hat nur noch ein Auge,« sagte Pfistermeistersinnend. »Irgendein Unfall mit einem Besenstiel und einer Leiter.« »Der ist über 80 und kann nicht mal mehr seinen Krückstock halten, geschweige denn eine Waffe,« erwiderte Ludwig indigniert. »Es würde helfen, wenn ich wüsste, was die weiteren Kriterien für die Suche nach einem geeigneten Einäugigen sind.« Von Pfistermeister wirkte ein wenig verschnupft. Nicht so wichtig. Ludwig wollte so wenige Personen wie möglich in seine konkreten Überlegungen einbeziehen, auch wenn er von Pfistermeister mehr als den meisten anderen vertraute. Ludwig würde diesen ominösen Einäugigen auch allein auftreiben. Von Pfistermeister sollte seine Energie lieber darauf verwenden, die Preußen in Schach zu halten. Ludwig gab seinem Gardisten ein Zeichen, dass er weitergehen wollte. »Welbstverständlich, eure Majestät.« Von Pfistermeister verneigte sich zum vierten Mal. »Du wirst nicht glauben, wer eben angekommen ist.« Erika platzte mitten in Sophies Frühstück herein, das nur aus einem schwarzen Kaffee und frischem Brot mit Butter bestand. Erika hatte heute ausnahmsweise ihre richtige Zofenuniform angelegt, wie sie es nannte. Schwarzes Kleid mit weißen Ärmelmanschetten, weißem Kragen und knielanger, ebenfalls weißer Schürze. Ihr Dutt war wieder so straff gezogen, dass Sophie schon allein vom Hinsehen Kopfschmerzen bekam. »Wer denn?« Sophie stellte die halbvolle Kaffeetasse neben eine benutzte Farbpalette auf den Wohnzimmertisch. »Deine Schwester aus München?« »Rate nochmal.« »Deine andere Schwester aus Fürth?« Sophie zeigte auf die dampfende Kanne auf dem Tisch. »Möchtest du einen?« »Deine Mutter aus Possenhofen.« »Und danke, nein, meine Nerven flattern so schon genug.« Sophie schob ruckartig ihren Stuhl zurück, fuhr in die Höhe und ließ sich kraftlos wieder fallen. »Mutter ist hier? Und deine Nerven flattern? Wo ist sie?« Sie schaute unter sich und versuchte Herren ihres fast übermächtigen Fluchtinstinkts zu werden, der immer dann hervorbrach, wenn ihre Mutter in der Nähe war. Doch das erwies sich als nicht nötig, denn Sophie hatte die hinteren Stuhlbeine versehentlich auf ihren Rock gestellt, was sie jetzt wie eine straff gespannte Leine an den Sitz fesselte. Sie versuchte, den feinen Stoff unter dem Stuhl herauszubekommen, ohne ihr Kleid zu zerreißen. Es war ein hellgrünes Modell mit dunkelgrüner Bordüre am Hals und den Ärmelaufschlägen, das sie liebte. »Unten im Salon!« Erika zog vorsichtig den Stuhl nach hinten, nahm Sophie bei den Schultern und half ihr auf die Beine. »Danke«, sagte die Herzogin, als sie stand, froh, dass ihr Kleid noch heil war. Aber das war typisch. Ihre Mutter brachte sie immer dazu, in Panik zu verfallen und den gesunden Menschenverstand dabei zu vergessen. »Weißt du, warum sie hier ist, Erika?« »Nein, aber ich habe einen Verdacht.« »Welchen?« Sophie hatte selbst einen, aber es schien ihr leichter, wenn Erika ihn aussprach. »Bestimmt, um dich nach Hause zu holen,« sagte die auch prompt. »Darf ich?« Sie zeigte auf den Brotkorb. »Bedien dich.« Sophie schob ihr den Korb hin. Ob sie sich verleugnen lassen sollte? Vielleicht konnte sie eine Krankheit vorschützen. Aber das würde Erika nicht mitmachen. Eine andere Verpflichtung? Eine Audienz bei Ludwig? Der würde sie decken, wenn es darauf ankam. »Ich sage der Herzogen, dass du gleich kommst,« kürzte Erika die Sache ab und biss herzhaft in eine Scheibe Brot. Kurz darauf trat Sophie ihrer Mutter, der Herzogen Ludovica von Bayern, im Salon entgegen. Diese war in hochgeschlossenes Schwarz gekleidet, ihre Haare waren hochgesteckt und an den Seiten mit zwei diamantenbesetzten Kämmen befestigt. Sie wirkte klein und zart, wie sie da an dem kostbar verzierten, runden Tisch saß, über sich einen monumentalen Kronleuchter, dessen Licht ihre Haare schimmern ließ, hinter sich links und rechts zwei Gemälde in goldenen Kunstrahmen. Jemand hatte ihr eine Tasse Tee gebracht, und sie rührte energisch mit einem schmalen Silberlöffel in der goldenen Flüssigkeit. »Mama, was für eine Überraschung!« Sophie küsste die kühle, glatte Wange ihrer Mutter. »Eine gute, hoffe ich!« Ludovica legte den Löffel auf die Untertasse. Sie war einst eine Schönheit gewesen, aber das Leben mit einem Mann, der sie und die Kinder vernachlässigte, hatte in ihren Mundwinkeln und um die Augen Spuren von Traurigkeit hinterlassen. »Ja, natürlich, Mama!« schummelte Sophie und setzte sich neben sie. Sie liebte ihre Mutter, aber dennoch freute sie sich keineswegs, sie zu sehen. »Wie schaust du nur aus?« Ludovica deutete auf einen Zentimeter langen Riss in Sophies Rock, der ihr selbst entgangen war. »Ich habe mich mit dem Rock unter dem Stuhl verfangen.« Sophie sagte im Geiste alle unflätigen Wörter auf, die ihr die Stalljungen als Kind beigebracht hatten. »Ich vermute, das wäre nicht geschehen, wenn du nicht immer in so unvorteilhafter Hast wärst.« Sophie schwieg. »Einerlei! Ich bin hier, um dich nach Hause zu holen. Dort kann das Kleid gerichtet werden.« Ludovica bestätigte damit Erikas Ahnung und Sophies Befürchtung. »Mutter!« Sophies Finger begannen zu zittern. »Das ging nicht.« »Ja?« Ihre Mutter ignorierte Sophies Unruhe. »Dafür bist du den ganzen Weg aus Possenhofen hierher gekommen?« wich Sophie aus. »Nicht nur dafür. Ich bin auf dem Weg nach Salzburg.« »Weshalb?« »Ich treffe mich dort mit deiner Schwester.« »Das hier ist nur ein Zwischenhalt. Die Kutsche wartet, und es wäre daher schön, du würdest sofort deine Sachen packen.« »Aber was ist mit unserer Vereinbarung, dass ich den Sommer hier verbringen darf?« sagte Sophie jetzt doch. »War das nicht mein Lohn für die Zustimmung zur Verlobung?« Es klopfte, und ein Diener kam herein, der fragte, ob die Herzoginnen noch etwas wünschten. Sophie bat ihn um einen Kaffee. Schwarz und stark. »Deine Zustimmung ist nicht erforderlich, wie du vielleicht weißt, mein Fräulein Tochter«, sagte ihre Mutter streng, nachdem der Mann sich verneigt hatte und davon geeilt war. »Natürlich nicht, Mama. Ich meinte nur...« »Und übrigens wäre ich an deiner Stelle nicht so siegesgewiss. Du bist nicht die einzige adelige Tochter, die dem Herzog von ihrer Mutter schmackhaft gemacht wird.« »Heißt das, die Verlobung findet vielleicht nicht statt?« rutschte Sophie zu hastig heraus. Sie konnte die Hoffnung in ihrer Stimme nicht verbergen. »Das heißt es hoffentlich nicht. Aber Heiratsverhandlungen sind langwierig, und er muss sich noch endgültig für dich entscheiden, du undankbares Kind«, sagte ihre Mutter seufzend. »Ich an deiner Stelle würde dafür beten, dass er es tut. Du weißt, wie das Leben einer unverheirateten Frau verläuft. Denk an Großtante Viktoria. Der eigene Bruder hat sie wie eine Haushälterin behandelt.« Ludovica schauderte. Sie straffte die schmalen Schultern. »Aber ich bin sicher, dass du die Favoritin des Herzogs bist. Sonst hätte er dir das Armband nicht zukommen lassen.« »Apropos«, sie nahm Sophies nacktes Handgelenk und hob es leicht an. »Wo ist es?« »Also«, Sophie formulierte im Geiste unterschiedliche Geschichten und entschied sich schließlich für »bei Ludwig«. Ihre Mutter hätte kein Verständnis für die ehrliche Antwort. »Warum das bitte?« fragte ihre Mutter auch prompt. »Er möchte es seinen Kunsthandwerkern zeigen, weil er es so schön gearbeitet findet«, schummelte Sophie schon zum zweiten Mal und fühlte sich fürchterlich dabei. Aber aus irgendeinem Grund konnte sie ihrer Mutter nie die Wahrheit sagen. »Ludwigs Kunsthandwerker sind wirklich ausgezeichnet. Das Bild von Augusto ist auch wunderbar geworden. Alençon wird dich übrigens persönlich kennenlernen wollen, sobald er es hat. Davon gehe ich fest aus.« Ihre Mutter strich Sophie eine lose Haarsträhne hinters Ohr. »Ist das Bild bereits an ihn geschickt worden, Mama?« Sophie entzog sich der Berührung sanft. »Es wird gegenwärtig für den Transport fertig gemacht. Wir wollen ja, dass es wohlbehalten in England ankommt.« Ihre Mutter griff elegant nach der Teetasse und trank einen winzigen Schluck. »Dann lass mich wenigstens so lange hierbleiben, bis er mich sehen will, Mama. Ich bitte dich.« Sophie griff so ungestüm nach der Hand ihrer Mutter, dass Tee aus deren Tasse auf die Tischplatte schwappte. »Kind!« schallte ihre Mutter. »Obacht!« Sie stellte die Tasse ab. »Ich werde dich ganz sicher nicht hier lassen. Nicht, solange ein Mörder frei herumläuft.« »Ich bin hier völlig sicher. Hab keine Sorge.« Sophie zupfte an der Haarsträhne, die ihre Mutter zurückgesteckt hatte. »Das kannst du nicht wirklich glauben. Und lass deine Haare in Ruhe, Sophie. Du siehst aus, als wärst du in einen Sturm geraten. Das Schloss wird von Ludwigs Leibwache beschützt, die schwer bewaffnet und in Alarmbereitschaft ist. Hier wird keiner mehr hereingelangen, um Ludwig zu schädigen. Und selbst wenn jemand zu ihm vordringen könnte, und da sei Gott davor, bin ich viel zu unwichtig. Auf mich hat es niemand abgesehen.« Sophie zog mutwillig wieder an der Haarsträhne. »Deine Schwester Sissi ist Kaiserin von Österreich. Deine Schwester Marie Königin von Neapel und Sizilien. Und du wirst, so Gott will, die Herzogin von Alassant. Das würde ich nicht als unwichtig bezeichnen. Und ich habe schon einmal ein Kind verloren, Sophie. Nochmal würde ich das nicht durchstehen.« »Mutter, bitte pack deine Sachen. Ich möchte es nicht noch einmal sagen müssen.« Die Tür zum Salon öffnete sich und Ludwig stolzierte herein. Seine Mähne war ungekämmt und er hatte einen offenen Mantel über seinen Pyjama geworfen. Dennoch hielt er sich wie immer sehr aufrecht und schritt kraftvoll, aber ein wenig gestelzt auf sie zu. Seine nackten Füße steckten in Pantoffeln, die wie fast alle seine Schuhe deutliche Zahnabdrücke von Siegfried aufwiesen. Offenbar hatte irgendjemand den Mut gehabt, Ludwig aus dem Schlaf zu reißen, um ihm mitzuteilen, dass ihre Mutter hier war. Sophie war so froh, ihn zu sehen, dass sie ihm am liebsten um den Hals gefallen wäre. »Beste Tante!« Er winkte ab, als Sophies Mutter aufstehen und einen Knicks machen wollte, beugte sich zu ihr und küsste sie auf die Wange, wie Sophie es vorhin auch getan hatte. »Wie wunderbar, dich hier begrüßen zu dürfen! Wie geht es dir? Bist du gut versorgt?« »Ah, ich sehe, du hast schon einen Tee!« Wenn er wollte, konnte er unglaublich charmant sein. Die Miene ihrer Mutter wurde weicher. Sie hatte schon immer eine Schwäche für Ludwig gehabt, auch wenn sie ihm nachdrog, dass er die Verlobung mit Sophie gelöst hatte. »Es ist auch schön, dich wiederzusehen, mein bester Ludwig!«, sagte sie freundlich lächelnd, sodass für einen Augenblick ihre einstige Schönheit auflebte. »Es ist wieder mal zu lange her!« »Das ist nur zu wahr, liebste Tante! Wie geht es der Familie?« Ludwig nahm neben Sophie Platz. Er konnte überraschende Besuche und nichtssagende Konversationen nicht ausstehen. Was machte er also hier? »Sie sind zum Glück alle gesund und munter.« »Sissis Kleine wird bald zwei Jahre. Sie ist reizend,« berichtete Sophies Mutter. »Wie wunderbar!«, entgegnete Ludwig, den Kinder überhaupt nicht interessierten. »Wie ich höre, macht die neue Burg große Fortschritte?« »Ja, es ist großartig. Ich zeige dir gern die Baustelle, wenn du mir Zeit lässt, mich vernünftig anzuziehen.« Er schaute mit einem zerknirschten Lächeln auf seinen Pyjama. »Das ist eine exzellente Idee, lieber Ludwig,« behauptete Ludovica. Sophie unterdrückte ein Grinsen. Sie wusste genau, dass sich ihre Mutter lieber erschossen hätte, als sich die Füße auf einer Baustelle schmutzig zu machen. »Aber ich bin hier, um meine Tochter abzuholen.« »Weshalb? Ist etwas nicht in Ordnung?« Ludwig hob die Augenbrauen. »Bislang war Sophie hier doch gut untergebracht.« »Das bezweifle ich nicht, lieber Ludwig. Aber ich mache mir Sorgen wegen des Attentats.« Ludovica schaute sinnend in den Tee, der inzwischen kalt sein musste. »Du bist gut unterrichtet.« Ludwig zog den Mantel enger um sich. Offenbar war ihm kalt. »Die Spatzen pfeifen es überall von den Dächern. Ganz Bayern ist in Aufruhr. Nicht nur ich,« entgegnete Sophies Mutter mit einem Hauch von Vorwurf. »Mach dir keine Sorgen, teure Tante. Sophie könnte nirgends sicherer sein als hier. Sie hat ihre eigenen Gemächer, die von einem Gardisten und Erika Tag und Nacht bewacht werden. Und ich sorge dafür, dass sich ihr niemand nähert, der unerwünscht ist. Zudem sind wir dicht davor, den Mörder zu fassen.« Ludwig zeigte mit Daumen und Zeigefinger, dass es nur ein halber Zentimeter war, der noch fehlte. »Spätestens morgen haben wir ihn. Es stehen einige letzte Untersuchungen aus. Dann können wir alles beweisen. Und Sophie wird sich bis dahin nicht von mir entfernen. Ich habe jederzeit ein Auge auf sie,« sagte Ludwig in höflichem, aber bestimmtem Ton, der deutlich machte, dass er als König und nicht als Neffe seine Worte formulierte. Sophie konnte ihrer Mutter ansehen, wie sie mit sich rang. Vermutlich hätte sie ihre Tochter am liebsten einfach gepackt und fortgebracht. Aber Ludwig war der König und dessen Wünschen konnte sich selbst Ludovica nicht offen widersetzen. »Das ist wunderbar,« sagte sie daher, auch wenn ihre Miene Resignation statt Freude zeigte. Der Diener kam mit dem Kaffee für Sophie herein und stellte ihn auf den Tisch. »Kaffee,« sagte Ludwig erfreut. Sophie reichte ihm die Tasse hinüber. Er nahm sie entgegen, tat einen tiefen Schluck und verzog das Gesicht. »Kein Zucker?« »Sophie mag es nicht süß,« erklärte Ludovica liebenswürdig. »Natürlich,« Ludwigs kritische Miene besagte, dass er das überhaupt nicht verstehen konnte. Er schob den Kaffee von sich. »Soll ich dir ein Gästezimmer herrichten lassen, Tante?« »Nicht nötig,« sie schüttelte leicht den Kopf. »Ich werde gleich aufbrechen. Der Kutscher hat noch angespannt.« Mit strenger Miene erhob sie sich. »Ich bleibe für ein paar Tage in Salzburg. Auf dem Rückweg komme ich wieder vorbei.« Sie ließ die Botschaft, dass sie Sophie dann mitnehmen würde, wenn der Mörder nicht gefasst war, unausgesprochen. Ludovica rief nach ihrem Diener, der draußen vor der Tür gewartet hatte. »Bitte achtet gegenseitig auf euch.« Sie küsste Sophie und Ludwig zum Abschied. Dann rauschte sie davon. »Du hast mich gerettet,« seufzte Sophie, als Ludwig und sie alleine waren. Sie fühlte sich, als wäre sie von einer hohen Klippe gesprungen und trotzdem heil unten angekommen. »Keine Ursache. Aber wenn du gestattest, würde ich mich jetzt gerne noch einmal hinlegen. Deine Erika hat mich mitten aus dem schönsten Schlaf gerissen. Ich habe geträumt, ich säße in meinem Schlafzimmer in der neuen Burg, die Sonne schien mir ins Gesicht und ein Schwan flog an meinem Bett vorbei.« Ludwig rieb sich die Augen. »Ein Schwan?« »Ja, es war seltsam.« Erst hat er gleißend hell geleuchtet wie eine Heiligenerscheinung, und dann, ganz plötzlich, ist er mit einem preußischen Gewehr um mich herum geflattert. Seine Flügelspitzen waren wie kleine, gemeine Spinnenfinger am Schaft. Das war bestimmt ein böses Omen.« Ludwigs Augen waren rot gerädert. »An solche Sachen glaube ich nicht. Und du auch nicht, soweit ich weiß,« erwiderte Sophie. »Stimmt. Omen sind reiner Aberglauben. Dieses Attentat macht mich irrsinnig. Ich weiß wirklich gerade nicht, wo mir der Kopf steht. Und jetzt hat meine Mutter auch noch einen Brief geschrieben, in dem sie wissen will, wie es mir geht. Wieso schreibt sie mir einen Brief, wenn sie genauso gut herkommen kann? Und wie soll es mir schon gehen? Denkt sie, ich bin so ein Windbeutel wie der Innenminister, der sich betrinkt, nur weil er von einem Attentat im Schloss hört?« Ludwig zog den Kaffee wieder zu sich heran und trank mit Todesverachtung einen weiteren Schluck. »Soweit ich weiß, zecht der arme Mann unabhängig vom Anlass. Und deine Mutter macht sich genau wie meine Sorgen. Vermutlich nicht einmal zu Unrecht.« Sophie räusperte sich. »Es tut mir leid, dass ich gestern zu unverblümt war. Das mit deiner Mutter war so nicht gemeint.« »Schon vergeben. Und verzeih, dass ich so harsch zu dir war. Ich war hungrig. Aber nun entschuldige mich.« Ludwig gähnte, erhob sich, raffte seinen Mantel zusammen und schlurfte zum Ausgang. Dort drehte er sich noch einmal zu ihr um und schaute sie zu gleichen Teilen neugierig und besorgt an. »Wieso willst du eigentlich nicht nach Possenhofen? Ist es nur, weil du dort unter der strengen Überwachung deiner Mama stehst?« Sophie schwieg, weil sie Ludwig nicht die Wahrheit sagen konnte, ihn aber auch nicht anlügen wollte. »Wenn du es mir irgendwann sagen möchtest. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich.« Ludwig lächelte sie an. »Irgendwann, Ludwig.« Sophie lächelte zurück, während sie die Traurigkeit, den Zorn und die Hilflosigkeit niederkämpfte, die der Gedanke an zu Hause in ihr auslöste. Nachdem Ludwig sich zurück in seine Gemächer getrollt hatte, machte Sophie sich auf den Weg zu Karlchen. Wie gehofft fand sie ihn im Dienerzimmer. Er hatte die Schuhe ausgezogen und die weißbestrumpften Füße auf einen Stuhl vor sich gelegt. Seine polierten schwarzen Lackschuhe mit den silbernen Schnallen standen neben ihm auf dem Boden. »Hast du einen Moment für mich? Ich müsste mit dir reden.« Sophie stellte sich ganz dicht neben seinen Stuhl, damit die anderen Diener im Raum nicht alles mit anhören konnten. »Natürlich, eure Hoheit!« Karlchen sah sie fragend an. »Lass uns kurz in den Salon gehen. Ich möchte in Ruhe mit dir sprechen, ohne dass jemand hereinplatzt.« Karlchen nickte, zog mit einem leisen Stöhnen seine Schuhe an, winkte den anderen Dienern beim Aufstehen zu und folgte Sophie. »Schlamperei!« murmelte er, als er im Salon die Tassen und die kleine Pfütze Tee auf dem Tisch bemerkte. Er machte Anstalten, die Tassen wegzuräumen. »Setz dich bitte!« lud Sophie ihn mit einer Handbewegung ein. »Wie sollte sie am besten anfangen? Wie machten die Kriminalisten das? Überlegten die sich ihre Fragen vorher?« »Was kann ich für euch tun, eure Hoheit?« Karlchen hatte gegenüber Sophie Platz genommen und runzelte die Stirn, als ob die dreckigen Tassen ihm Unbehagen verursachten. »Was weißt du über von Pfistermeister, den Außenminister sowie den Finanzminister und seinen Assistenten?« fragte Sophie und zählte dabei die Namen an den Fingern auf. »Wieso denkt ihr, dass sich etwas über sie weiß, eure Hoheit?« Karlchen versuchte vergeblich, ein Lächeln zu unterdrücken, nachdem er sich vom Geschirr losgerissen hatte. »Weil du über alles unterrichtet bist, was im Schloss und außerhalb passiert. Streite es nicht ab!« Sophie lächelte ebenfalls. »Bitte, geht mit dieser Weisheit nicht tausieren, eure Hoheit!« wehrte Karlchen ab, aber Sophie konnte sehen, dass er sich geschmeichelt fühlte. »Sonst muss ich nachher jedem Rede und Antwort stehen. Und außerdem ist es sowieso besser, nicht zu viel zu wissen.« Es klopfte mehrmals extrem laut und herrisch, gleich darauf trat Erika herein. Sie war außer Atem und ihr sonst so strenger Dutt saß locker. Ein paar Strähnen waren entwischt und hingen ihr ums Gesicht. »Ist meine Mutter zurück?« Sophie hob erschreckt die Augen und verfolgte Erikas Bewegungen, als diese herankam. »Nein, keine Sorge. Aber sie hat mir vor ihrer Abreise aufgetragen, mich nicht beständig von dir abschütteln zu lassen. Also...« Erika schaute bedeutsam auf den leeren Stuhl neben Sophie. Sophie rutschte beiseite, damit Erika sich setzen konnte. Sie schuldete ihr etwas dafür, dass sie Ludwig geweckt hatte. Das hatte Mut erfordert. »Ich habe nur 20 Minuten, eure Hoheit. Dann muss ich anfangen, das Königsgarderobe zu richten.« Karlchen rieb sich unter dem Tisch unauffällig die linke Wade. »Was weißt du über von Pfistermeister?«, fragte Sophie. »Nur das, was jeder weiß. Jurist, Kabinettssekretär, verheiratet, zwei Kinder, etwas reizempfindlicher Charakter. Hat einen Tick mit seinem Taschentuch.« »Könnte es jemand auf ihn abgesehen haben?«, kürzte Sophie die Sache ab. Erika sog scharf die Luft ein. »Ist was?« Sophie schenkte ihr einen kurzen Blick. »Nichts?« Erika machte eine unschuldige Miene. »Ihr meint, ob der Anschlag ihm hatte gelten können?«, fragte Karlchen. »Nur theoretisch.« Sophie hatte Ludwig gegenüber ein schlechtes Gewissen, weil sie hinter seinem Rücken handelte. Und das, nachdem er eben quasi das Leben gerettet hatte. Aber sie tat das auch für ihn. Er hat eine Menge Feinde, weil alle sagen, er behindere den Zugang zu dem König und nutze seine Macht zu seinen, also von Pfistermeisters Gunsten. Karlchen massierte jetzt seine rechte Wade. Er hat außerdem einigen Familienmitgliedern wichtige und vor allem gut dotierte Posten in der Verwaltung beschafft. Und es heißt, er hielt inne und musterte Sophie und Erika ungewohnt streng. »Aber das müsst ihr bitte für euch behalten, alle beide, eure Hoheit und Erika.« »Ich schwöre«, Erika hob Zeige und Mittelfinger zum Schwur. »Ich auch«, Sophie tat es ihr nach. »Allerdings kann es sein, dass ich es Ludwig sagen muss.« »In Ordnung.« Karlchen setzte sich aufrecht und ließ von seiner Wade ab. »Es geht das Gerücht um, dass von Pfistermeister sich ab und zu dafür bezahlen lässt, bei Ludwig ein günstiges Wort in einer Sache einzulegen.« »Oh«, stieß Sophie hervor. »Das kann ich kaum glauben. Er ist schon so lange im Dienst. Erst bei Ludwigs Vater, jetzt bei ihm.« »Meinst du, das ist wahr, Karlchen?« »Schwer zu beurteilen, eure Hoheit. Wie gesagt, es ist nur ein Gerücht. Wenn es dafür Beweise gäbe, wäre er vermutlich nicht mehr Ludwigs Kabinettssekretär. Andererseits habe ich in den letzten 30 Jahren gelernt, dass nichts unmöglich ist.« »Glaubst du, jemand hasst ihn genug, um ihn beseitigen zu wollen?« Sophie wollte dem Gerücht über von Pfistermeister keinen Glauben schenken. Sie kannte ihn schon so lange, und er war immer anständig zu ihr und auch zu Ludwig gewesen. »Da fällt mir keiner ein, außer von der Pforten. Er und von Pfistermeister hassen sich inniglich,« sagte Karlchen. »Wieso das?« fragte Erika neugierig. Sie zog eine Tui aus ihrer Schürze, klappte es auf und nahm eine Zigarette heraus. »Seit wann raust du?« fragte Sophie verblüfft. »Seit heute. Das ist der neueste Schrei unter den Zofen, weil der König raucht.« Erika holte Streichhölzer hervor und zündete sich die Zigarette etwas umständlich an. Sophie konzentrierte sich wieder auf Karlchen und gab ihm zu verstehen, er möge weitersprechen. »Von der Pforten neidet vom Pfistermeister dessen Einfluss auf Ludwig. Zudem ist von der Pforten ein eher konservativer Mensch, der mit vom Pfistermeisters liberale Einstellung in vielen Dingen nicht übereinstimmt.« Karlchen stoppte und stierte zu Erika. Offenbar war er aus dem Konzept gebracht, weil sie die Zigarette so krampfhaft zwischen Zeige und Mittelfinger eingeklemmt hielt, dass die Zigarette leicht seitlich abknickte. »Aber deswegen bringt man sich nicht gleich um, oder?« warf Sophie ein. »Ich glaube, Männer sind zu allem fähig. Die funktionieren einfach in manchen Situationen nicht richtig,« warf Erika ein. »Besten Dank,« sagte Karlchen amüsiert. »Aber ich teile deine Auffassung, Erika, dass Männer unter Umständen zu allem fähig sind. Frauen übrigens auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass von der Pforten so weit gehen würde. Er ist gläubiger Katholik. Außerdem ist er kein Militär. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt mit einem Gewehr umgehen kann.« Er nahm Erika die Zigarette ab. »Die musst du locker halten. So.« Er zeigte ihr, wie man es richtig machte. »Was ist mit Außenminister Althofen?« Sophie fuhr mit dem Zeigefinger über den Rand der Teetasse, während Erika die Zigarette wieder entgegennahm. »Schwer zu sagen. Darf ich?« Karlchen nahm ihr die Tasse weg. »Der ist erst seit ein paar Wochen im Amt und noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.« »Was weißt du über ihn?«, hackte Sophie nach. »Nicht viel. Lange und erfolgreiche Laufbahn, war überall auf der Welt stationiert, ist aber kein Berufspolitiker wie von der Pforten oder vom Pfistermeister.« Die Wetten stehen noch aus, ob und wie lange Althofen sich in diesem Haifischbecken hält. Allerdings habe ich Leuten hören, dass er einen zu guten Kontakt zu den Herstellern von Waffen hat. Karlchen stellte die dreckige Teetasse ordentlich zur halbvollen Kaffeetasse. »Kannst du mehr über ihn in Erfahrung bringen?«, fragte Sophie. »Wenn ihr es wünscht, Torheit?« Karlchen hob beide Hände. Erika nahm einen tiefen Zug und wurde dabei knallrot. »Alles in Ordnung?« Sophie schaute ihre Zofe skeptisch an. Erikas Augen schienen aus ihrem Kopf zu treten, dann begann sie zu husten. »Was ist mit Funkenberg?« Sophie klopfte ihr auf den Rücken, nahm ihr die Zigarette ab und reichte sie an Karlchen weiter, der selbst einen Zug nahm und sie dann in der Teetasse versenkte. »Über den gibt es etwas Pikantes zu berichten. Auch wenn ich nicht glaube, dass das mit dem Anschlag im Zusammenhang steht, eure Hoheit. Er hat eine Mätresse in München. Eine Schauspielerin.« Karlchens Augen funkelten. »Welche ist es?«, brachte Erika zwischen zwei Hustenattacken heraus. Sabrina de la Corosso. Sie behauptet, Spanierin zu sein, aber in Wirklichkeit ist sie aus dem Königreich Baden. »Ist das die mit den großen Hüten und diesem komisch gemalten Schönheitsfleck?«, fragte Erika mit rauer Stimme. Auf ihren Wangen waren Tränenspuren. Karlchen nickte. »Exakt dieselbe. Funkenberg hat einen etwas, sagen wir mal, exotischen Geschmack.« »Was ist mit von Hagen?«, fragte Sophie. »Dessen Tochter ist doch mit Funkenberg verheiratet. Würde von Hagen seinen Schwiegersohn erschießen, weil der seine Tochter betrügt?« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass von Hagen davon weiß. Funkenberg ist diskret mit seiner Affäre, eure Hoheit.« »Ich weiß nur davon, weil eine Hausangestellte von der de la Corosso eine Cousine von mir ist. Außerdem würde von Hagen nicht daneben schießen. Von Hagen war im Krieg einer der besten Schützen, die wir hatten.« Karlchen begann auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen. »Was ist mit dem anderen?«, insistierte Sophie hastig, bevor er ihr davonlaufen konnte. »Welchem anderen, eure Hoheit?« »Dem Assistenten von Funkenberg«, sagte Sophie. »Über den weiß ich nichts, aber wenn ihr wünscht, dann höre ich mich auch seinetwegen um, Hoheit. Ich lasse euch anschließend umgehend wissen, was ich herausgefunden habe.« Er hiefte sich langsam und mit knackenden Knien in die Höhe. »Jetzt muss ich aber.« Karlchen räumte die beiden Tassen ab, verbeugte sich vor Sophie und entfernte sich dann. »Nun?« Sophie drehte sich auf ihrem Stuhl etwas seitwärts, damit sie ihre Zofe besser ansehen konnte. »Wie bitte?« Erika betrachtete ihr Zigarettenetui, als ob es eine giftige Schlange wäre. Sophie schaute ebenfalls auf das Etui. »Soll ich das lieber für dich aufbewahren?« »Das kannst du geschenkt haben, wenn du magst. Ich höre wieder auf«, antwortete Erika entschieden. »Das scheint mir eine gute Idee zu sein.« Sophie nahm das Etui und öffnete es. Warum sie es mitnehmen wollte, wusste sie selbst nicht genau. Auf jeden Fall gab es jetzt wieder etwas, was Erika ihrer Mutter nicht beichten durfte. »Was muss ich tun, damit du meiner Mutter hierüber nichts berichtest?« sagte sie zu Erika, während sie abwesend die Zigaretten nachzählte und die Zahl gleich wieder vergaß. »Was meinst du bitte, dass du meine Zigaretten hast?« »Das auch. Und das, was Karlchen gesagt hat. Meine Fragen. Alles.« »Aber ich kann doch nicht lügen.« »Du sollst nicht lügen. Du sollst ihr nur nicht alles sagen, was du weißt.« »Wieso nicht?« fragte Erika, offenbar auf Zeit spielend. »Ist das nicht offenkundig? Sie wollte mich gerade schon nach Hause holen, nur weil hier ein Mord geschehen ist. Was glaubst du, was sie tut, wenn sie erfährt, dass ich Erkundigungen einziehe?« Sophie klappte das Etui zu. »Was heißt hier nur ein Mord?« »Du weißt, was ich meine.« »Nein«, sagte Erika fest. »Weiß ich nicht.« »Hast du denn gar keine Angst, wenn du all diese Fragen stellst? Was ist, wenn die den falschen Leuten zu Ohren kommen?« »Nein, habe ich nicht.« Sophie stellte zu ihrem eigenen Erstaunen fest, dass es stimmte. Sie fürchtete sich nicht vor dem Mörder. »Wieso eigentlich nicht?« Hatte sie zu wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie selbst in Gefahr geriet, wenn sie ihm zu nahe kam?« »Aber ich kann verstehen, dass deine Mutter Angst um dich hätte, wenn sie es erführe. Die hätte ich an ihrer Stelle auch«, sagte Erika. »Das stimmt. Ich fürchte, du hast recht.« Sophie dachte nach. »Pass auf, ich werde gleich Ludwig alles erzählen, und ich bin gewiss, dass er dann die Sache übernimmt und außerdem dafür sorgen wird, dass mir nichts geschieht. In Ordnung?« Erika zwirbelte an ihrem »Die derben Liebesgeschichten? Die, die keine Frau mit Bildung lesen sollte? Die, die du immer im Schrank versteckst, wenn deine Mutter da ist?« »Auch die. Und wenn du damit fertig bist, besorge ich dir neue.« »Na gut«, stimmte Erika grummelnd zu. »Danke«, Sophie seufzte erleichtert auf. »Ich schulde dir was.« »Hoffentlich geht das nicht schief, sonst verliere ich meine Stelle.« Erika betrachtete einen eingetrockneten Teefleck, der auf dem Tisch verblieben war, wo die Tasse gestanden hatte. »Da wäre noch etwas.« »Was denn?« »Ich will mir nicht mehr jeden Tag im Dorf die Füße wundlaufen müssen, nur damit ich aus dem Weg bin. Die lachen schon alle, wenn sie mich sehen und ich mal wieder zwei Knöpfe und eine Rolle Garn in einer deiner verrückten Farben wie Bordeaux-Violette oder Perl-Brombeer kaufen muss, die sowieso keiner kennt und schon gar nicht im Sortiment hat.« »Akzeptiert«, stimmte Sophie sofort zu. »Du kannst stattdessen oben im Wohnzimmer lesen, wenn du magst.« »Wieso habe ich das Gefühl, dass ich gerade einen großen Fehler mache?«, murmelte Erika und wischte den Fleck mit ihrem Ärmel weg. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs II. Großes Erstaunen. Ist es imaginabel, dass Papageien besser apportieren als Hunde? Notiz, Obersteilmeister fragen. Der hat zwar nur Ahnung von Rössern, aber besser als nichts. Trotz seiner Müdigkeit war Ludwig zu unruhig, um wieder einzuschlafen. Er hatte sich deshalb angezogen und drehte eine Runde nach der anderen durch sein Schlafzimmer, mit Siegfried als Begleitung, der Ludwig von unten anhimmelte und ihm immer wieder freudig zwischen die Füße lief. Brunhilde betrachtete das Ganze etwas distanzierter vom Nachttisch aus, wo sie Sonnenblumenkerne pickte, die Ludwig ihr als kleine Extra-Belohnung für ihren Fleiß heute Nacht spendiert hatte. Er hatte wie geplant damit angefangen, sie zum Apportieren abzurichten. Etwas, das erstaunlicherweise besser klappte als mit Siegfried, mit dem er zuerst geübt hatte. Vor Brunhilde hatte Ludwig zwar noch nie einen Papageien gehabt, aber er hegte den Verdacht, dass sie ein außergewöhnliches Exemplar sein musste. Denn davon, dass andere ihrer Gattung glitzerndes liebten, hatte er bislang genauso wenig gehört wie davon, dass sie sich als Jagdvögel abrichten ließen. Ludwig stoppte kurz vor dem Fenster. Der Himmel war bewölkt und es sah nach Regen, vielleicht sogar nach einem Unwetter aus, wenn er die hoch aufgetürmten grau-schwarzen Wolken am Horizont richtig deutete. Er löste sich von dem Anblick und marschierte erneut im Kreis herum, diesmal gegen den Uhrzeigersinn. Er musste dringend etwas unternehmen, um den Mörder zu finden. Vor allem, nachdem er Tante Ludovica versprochen hatte, ihn spätestens morgen zu haben. Das war rein aus dem Wunsch entstanden, dass seine Sophie nicht nach Possenhofen zurück musste. Aber möglicherweise war er ein klein wenig voreilig gewesen, denn ausnahmsweise wurde Ludwig momentan von seiner Brillanz im Stich gelassen. Er hatte keine Idee, wie man den Mörder fangen konnte. Alles, was sie hatten, waren die Mordwaffe und eine Köchin, die nichts gesehen haben wollte, obwohl der Mörder sich wortwörtlich genau vor ihrer Nase befunden haben musste. Ludwig hatte zwar gestern erst weitere Erkundigungen eingezogen, aber bislang keinen passenden Einäugigen gefunden. Selbstredend würde er dennoch nicht aufgeben. Der König stoppte erneut, diesmal direkt vor Brunnhilde, die sich nicht beim Essen stören ließ, die Flügel auf dem Rücken dabei leicht abgespreizt. Die Flügel erinnerten Ludwig an den Schwan von Hagen heute Nacht. Das Gewehr in den gruseligen Federfingerchen. Die Waffe. Wie konnte er nur so vergesslich sein? Dieser Liederliche von Hagen hatte ihm nicht Bericht erstattet, obwohl er ihn dazu angewiesen hatte. Ludwig würde jetzt sofort zu Augusto gehen und sich die Ergebnisse vorlegen lassen. Dann kamen sie wenigstens aus kompetenter Quelle und nicht verwässert oder Sinn entstellt durch diesen Unglücklichen von Hagen. Es pochte dreimal lang, dreimal kurz an der Tür. Ludwigs Sekretär kam nach Aufforderung herein und blieb abwartend gleich hinter der von ihm geschlossenen Tür stehen. Diverse Papiere und eine Unterschriftenmappe in den Händen. Ludwig fragte sich langsam, ob er nur schwarze Anzüge besaß. Es musste sich ja nicht jedermann schmücken, aber bei seinem Sekretär gewann er langsam den Eindruck, dass der sich mit Absicht gesichtslos machte. Eure Majestät habt ihr wohl geruht? Der Major deutete eine Verbeugung an. Absolut nicht. Es juckte Ludwig in den Fingern seinem Sekretär zu zeigen, was er Brunnhilde heute Nacht stattdessen beigebracht hatte. Aber er war sich nicht sicher, ob der Soldat Interesse für solche Dinge aufbrachte. Er war eher ein ernsthafter Mensch. Das tut mir leid, darf ich dennoch berichten? Der Major zog ein einzelnes Blatt hervor und legte es oben auf die Mappe in seinem Arm. Wenn es nicht anders geht. Ludwig nahm seine Wanderung wieder auf. Es sind diverse Briefe und Depeschen gekommen. Eure Mutter hat zum zweiten Mal geschrieben. Sie würde sich über ein Lebenszeichen freuen. Der Architekt will wissen, welche Türklinken er für die neue Burg einkaufen soll. Und der Intendant in München hat einen, so schreibt er, großartigen neuen Tenor, den ihr kennenlernen müsst. Außerdem hat der Oberstallmeister eine Frage zur Bestallung und ... las Ludwigs Sekretär ab. Offenbar hatte er sich vorher alle offenen Punkte notiert. Stopp! Ludwig blieb stehen. Äh, ja? Der Major verharrte, das Blatt auf der Mappe vor sich ausgestreckt. Für diese Dinge habe ich keine Zeit. Kümmert ihr euch bitte darum, Major? Ich glaube nicht, dass die Herren meine Entscheidung wünschen, Eure Majestät, entgegnete Paul Lohmann etwas steif. Und eure Mutter? Aber das ist alles, was sie bekommen. Ich muss einen Mörder fangen. Ludwig stampfte leicht mit dem Fuß auf, was dazu führte, dass Siegfried ihn freudig ansprang. Sehr wohl. Und schreibt meiner Mutter, dass ihr geliebter Sohn Herr der Lage und am Leben ist. Wenn ich tot wäre, hätte sich schon jemand bei ihr gemeldet und ihr sein Beileid ausgedrückt. Ich werde das etwas freundlicher formulieren, wenn es recht ist. Der Major zog einen Bleistift aus der Hosentasche und malte im Stehen und etwas umständlich eine Notiz auf das obere Papier. Ja, ja, winkte Ludwig ab. Äh, was ist noch? fragte er, weil er an Paul Lohmanns Körpersprache erkannte, dass das noch nicht alles war. Siegfried knurrte leise Ludwigs Hosenbein an. Funken Berg ist im Salon und möchte mit euch sprechen, Majestät. Der Major steckte den Bleistift wieder in die Hosentasche. Wimmelt ihn ab. Ludwig bückte sich und gab Siegfried einen liebevollen Klaps auf den Po. Er sagt, es sei wichtig, Eure Majestät. Er will sich nur über Wagner oder die Kosten der Baustelle beschweren. Das kann beides warten. Wie ihr wünscht. Und nun zur letzten Sache. Noch etwas? Das hört ja nie auf, meine Güte. Von Pfistermeister hat ein paar Dokumente zum Unterschreiben vorbeigebracht. Außerdem soll ich seine ergebensten Grüße ausrichten. Er fahndet nach Einäugigen für euch? Der letzte Satz hatte eine gewisse fragende Qualität. Nicht doch. Ludwig meinte die Dokumente und ignorierte die implizite Frage seines Sekretärs wegen der Einäugigen. Es dauert nicht lange und ich soll ausrichten, dass sie wichtig und sehr, sehr eilig sein, sagte Lohmann, der sich das mit den Dokumenten offenbar gedacht hatte. Ludwig stöhnte. Wo? Im Büro. Auf dem Schreibtisch, Eure Majestät. Um Himmelswillen, ich muss aber auch wirklich alles alleine machen. Ludwig stampfte aus seinem Schlafzimmer. Vorbei an dem neuen Gardisten, der Ludwig heute auf Schritt und Tritt verfolgte, ins Büro, wo tatsächlich drei Aktenmappen auf dem Schreibtisch lagen. Das soll schnell gehen? Das sind Unmengen, sagte er unwirsch zu Lohmann, der ihm gefolgt war. Der erwiderte nichts, sodass Ludwig Reue wegen seines scharfen Tons empfand. Sein Sekretär konnte nichts für die Fülle der Aufgaben eines Königs. Er griff nach seiner Feder und arbeitete sich so schnell wie möglich durch die Dokumentenmappen. Nach der letzten Unterschrift warf er die Feder beiseite und rieb sich etwas Stempelfarbe vom Daumen, die er beim Unterschreiben abbekommen hatte. In Ordnung? fragte er in versöhnlichem Tonfeil. Ja, Eure Majestät. Der Major begann damit, die unterschriebenen Dokumente, die Ludwig auf den Schreibtisch hatte fallen lassen, zu sortieren. Ich gehe zu Augusto. Ludwig schritte in den Gang und winkte dem Gardisten, ihn zu begleiten. Dann fiel ihm noch etwas ein. Er ging zurück ins Büro, vorbei an seinem Sekretär und suchte aus dem Schrank sein schwarzes Notizbuch heraus, in dem er seine bisherigen kriminalistischen Erkenntnisse festgehalten hatte. Danach eilte er wieder zurück in den Flur. Auf zu neuen Taten. Nach einem schnellen Lauf durch die Flure des Schlosses betrat Ludwig Augustus Arbeitsräume, den Gardisten kurz hinter sich. Augustus' Zimmer war groß, Licht und eine, wie Ludwig fand, immer neue, inspirierende Mischung aus Atelier und Labor. An den Wänden war kein Stück Mauerwerk frei, weil jede Fläche mit Skizzen von mechanischen Geräten, dem brandneuen Periodensystem der Elemente, Architekturzeichnungen, Körperskizzen etc. zugehangen war. Augustus machte keinen Unterschied zwischen Kunst, Wissenschaft und Technik. Darin war er wie der große Da Vinci, dem er nacheiferte. Vor dem Fenster hatte Augustus eine Staffelei, auf der Skizzen von Sophies Porträt standen und daneben einen kleinen Tisch mit seinen Malutensilien. Halb links davon stand ein mannsgroßes Skelett, das aber, so hoffte Ludwig, nichts mit Augustus' Malerei zu tun hatte. In der Mitte des Raumes gab es einen weiteren, deutlich größeren Tisch, auf dem sich in Holzhalterungen Glasfeolen und Reagenzgläser mit diversen Flüssigkeiten und kristallinen Substanzen, Glasflaschen in unterschiedlichen Farben, Größen und Formen, Rundkolben, ein moderner Bunsenbrenner, sowie Säcke und Tiegel mit Ludwig nicht bekannten Ingredienzen drängten. Daneben lag Regnaud-Streckers kurzes Lehrbuch der Chemie. Etwas, was Ludwig an seine eigene kurze, aber schöne Zeit an der Universität in München erinnerte, wo er unter anderem bei dem berühmten Professor Liebig Chemie studiert hatte. Ach, Eure Majestät, was für eine Ehre! Augusto hockte hinter dem Tisch auf einem Schemel eine Brille mit dunkelbraunen, überdimensionierten Gläsern auf der Stirn, die dort mit einer Art dickem Band gehalten wurde. Er hatte etwas Metallisches auf den Knien, das ein erstaunlich kleiner Dampfkessel zu sein schien. Augusto setzte Ludwig an, während er auf ihn zuging. Stopp, nicht bewegen, mein König! Augusto legte den Kessel neben sich und sprang für sein alter erstaunlich bei Hände auf. Ludwig hatte früh die Erfahrung gemacht, dass es innerhalb dieses Raumes extrem ratsam war, Augustos Anweisungen zu folgen. Und so erstarrte er mitten in der Bewegung den linken Fuß noch in der Luft. Der Gardist hatte offenbar ebenfalls davon gehört, denn er blieb genauso reglos stehen, den Ausdruck verhaltener Beklemmung auf dem Gesicht. Augusto kam flink um den Tisch herum, bückte sich zu den Füßen des Gardisten und hob etwas auf, das wie eine Billardkugel aus Eisen aussah und in dessen Mitte ein roter Pfeil aufgezeichnet war, der nach oben zeigte. Was ist das? Ludwig bemühte sich, auf seinem Bein nicht zu wackeln. Eine dieser Sprenggranaten! Augusto steckte die Granate nachlässig in die Tasche des hellen Labormantels, den er über seinem Anzug trug. Welche dieser Sprenggranaten? Ludwig traute sich immer noch nicht, sich zu regen. Ach, eine von denen, die so fortschrittlich und sicher hätten sein sollen, gab Augusto fröhlich zurück. Hätten sein sollen? Ludwig spürte, wie sich ein Krampf in seinen erhobenen Unterschenkel schlich. Tja, wenn man nicht aufpasst, gehen Sie beim leisesten Windhauch in die Luft, erklärte Augusto. Oh, hauchte der Gardist. Nicht meine Entwicklung, wie ich betonen möchte, Eure Majestät. Und du? Augusto tippte dem Gardisten leicht auf den Metallhelm und zeigte in eine vergleichsweise freie Ecke des Raumes. Du kannst dort mit deinen großen Füßen stehen, Junge. Der Gardist zog die Schultern fast bis an die Ohren und stieg langsam und vorsichtig durch den Raum, als bewege er sich über einen Berg Glassplitter. Eure Majestät, bitte nehmt Platz. Augusto wies auf den Schemel, auf dem er zuvor selbst gesessen hatte. Ludwig bewegte sich nun ebenfalls, den Blick nach unten gerichtet, um keine weiteren Sprengfallen zu übersehen, und ließ sich vorsichtig auf dem Sitz nieder. Er schnupperte. Es roch nach etwas Scharfem, Stechendem. Ähm, wonach riecht es hier? Ach, nichts Schlimmes. Augusto stellte einen kleinen Hocker neben Ludwig und setzte sich darauf. Was genau? fragte Ludwig beharrlich weiter, weil seine und Augustus Definitionen von etwas Schlimmem meist beunruhigend weit auseinanderlagen. Ach, nur ausgelaufene Salpetersäure. Aber ich habe alles schon gereinigt. Augusto reichte dem König auf seinem Hocker eben bis zur Schulter. Ha, ausgezeichnet. Ludwig bemühte sich, nichts zu berühren. Er hatte einmal auf Augustus Zusicherung in Sachen Sauberkeit vertraut und es mit einer verätzten Fingerkuppe bezahlt. Er hielt die besagte Kuppe seines linken Ringfingers ans Licht. Die Haut war dort noch immer glatter und härter als das restliche Gewebe. Was führt euch zu mir, Eure Majestät? Die verbesserten Entwürfe für das Heizungssystem in der neuen Burg? fragte Augusto. Nein, heute nicht, winkte Ludwig ab, obwohl er die Entwürfe nur zu gern gesehen hätte. Ich komme wegen der Tatwaffe. Was ist damit? Von Hagen hat sie herbringen lassen, wie ich hörte. Ach, hat er? fragte Augusto nach einem Moment des Zögerns. Ja, beziehungsweise nicht von Hagen selbst, sondern zwei seiner Gardisten sollen sie gebracht haben. Ludwig wusste nicht, wohin mit seinen Beinen, die zu lang für den Schemel waren. Ach, richtig, die beiden waren völlig aufgeregt. Ich musste sie erst mal mit einem schönen heißen Tee beruhigen. Haha. Augusto nickte in Richtung einer großen, mit dampfender Flüssigkeit gefüllten Glaskaraffe, die zwischen den Kolben und Reagenzgläsern stand. Äh, leben sie noch? erkundigte sich Ludwig ernsthaft besorgt. Wer? Meine Gardisten. Denen geht es gut, Eure Majestät ist halb. Ähm, nur so, murmelte Ludwig. Also, was ist mit der Waffe? Die muss sich irgendwo untergebracht haben. Augusto spähte mit zusammengeknüpfenen Augen durch das Durcheinander. Ah, dort! Er stand auf und bahnte sich seinen Weg zu einer zarten Kommode, die er in ein Damenfrisierzimmer als in ein Labor gepasst hätte. Vor dieser bückte er sich. Die Granate fiel aus seiner Tasche und kam mit einem metallischen Klacken auf dem Boden auf. Der Gardist machte ein leises Geräusch und Ludwig hielt die Luft an, während sein Leben gedanklich an ihm vorüberzog. Nachdem ein paar Sekunden lang nichts in die Luft gegangen war, gestattete er sich einen vorsichtigen Atemzug. Dann tauschte er einen Blick mit dem Gardisten, der grün um die Nase wirkte. Ludwig wollte lieber nicht wissen, wie er selbst aussah. So! Augusto schien nicht zu bemerken, dass die Granate langsam von ihm wegrollte. Er öffnete den unteren Schrank und holte das Zündnadelgewehr hervor, kam mit der Waffe zu Ludwig zurück und legte diese auf den Tisch, nachdem er eine Reihe mit Flüssigkeit gefüllter Kolben achtlos beiseite geschoben hatte. Aus einem Kolben schwappte etwas farblose Flüssigkeit auf die Tischplatte, was Augusto zwar zur Kenntnis nahm, ihn aber nicht zu interessieren schien. Äh, habt ihr herausfinden können, woher sie stammt? Ludwig lehnte sich nach vorne, um die Tatwaffe genauer inspizieren zu können, achtete dabei aber eisam darauf, genügend Abstand zu der kleinen Pfütze auf dem Tisch zu halten. Die Waffe war ein Hinterlader mit elegantem Schaft und dem typischen Spanner obenauf. Sie rief bei Ludwig schreckliche Erinnerungen an den Krieg mit den verdammten Preußen hervor. »Aha, das war ziemlich einfach, mein König«, sagte Augusto. »Wieso?« Ludwig beugte sich noch dichter über die Waffe. »Der Hersteller steht auf dem Gewehr.« Augusto zeigte auf die Stelle, an der auf dem Lauf ein paar Buchstaben standen. »Schwer zu erkennen, die sind ziemlich abgeschliffen«, Ludwig blinzelte. »Das ist ein K, das ein P, das ein G und das ein S«, Augusto deutete auf den Lauf. »Wie könnt ihr das lesen?«, fragte Ludwig verständnislos, der sich etwas darauf einbildete, dass seine Augen überaus scharf waren. »Ich habe Vergrößerungsgläser eingebaut. Schutz und Sehhilfe in einem. Wie findet ihr sie, Majestät?« Augusto nahm die Brille von seinem Kopf und hielt sie Ludwig hin. Ludwig nahm sie und hielt sich die Gläser vor die Augen. Damit konnte er tatsächlich die einzelnen Buchstaben erkennen. »Heißt das, das Gewehr stammt aus der königlich-preußischen Gewehrfabrik Saren?«, fragte er, ausnahmsweise nicht empfänglich für Augustos geniale Erfindungen. »Korrekt, Eure Majestät.« Augusto wirkte ein wenig enttäuscht darüber, dass Ludwig sich nicht zu der Brille geäußert hatte. »Dann ist es ein älteres Fabrikat. Soweit ich weiß, ist die Gewehrfabrik seit ein paar Jahren geschlossen.« Ludwig reichte Augusto die Brille zurück. Er enttäuschte ihn nicht gern, aber das Gewehr war momentan wichtiger. »Ihr seid ausgezeichnet informiert.« Augusto setzte sich die Brille wieder auf die Stirn. »Hm, die haben es demnach nicht für nötig befunden, eine neue Waffe zu nehmen. Bin ich denen selbst das nicht wert?« murmelte Ludwig leise, mehr zu sich selbst als zu Augusto. »Wer, Eure Majestät?« »Die Preußen.« Ludwig verlor bei seinem Ärger ein wenig den Faden. Er hatte vergessen, dass Augusto nicht auf dem Laufenden war. »Die Preußen? Wieso die Preußen?« »Weil sie die Attentäter sind.« »Wieso das, Eure Majestät?« »Das Fabrikat«, erwiderte Ludwig ungeduldig. »Musste er das eigentlich jedem erklären? Selbst einem so brillanten Mann wie Augusto?« »Aber das kann man überall bekommen.« Augusto nahm die Brille ab und wischte etwas von der rechten Linse. »Wie das?« »Waffen gehen verloren.« Augusto legte die Brille beiseite und machte bei dem Wort »verloren« Anführungszeichen in der Luft. »Oder sie werden gestohlen.« »Das heißt, jeder kann sich ein solches Gewehr besorgen? Auch hier? In meinem Königreich Bayern?« »Wenn ihr ein Gewehr wünscht, kann ich es euch innerhalb zweier Tage heranschaffen, Eure Majestät. Ich brauche nur das Fabrikat, das ihr wünscht.« »Wie bitte? Das ist ja fürchterlich.« Ludwig sackte ein wenig in sich zusammen. »Wenn dem so war, wie sollte er dann nachweisen, dass die Preußen hinter dem Attentat steckten?« »Wer ist euer Kontakt und wie geht die Bestellung vor sich?« fragte er schließlich. »Ach, ich kenne ihre Namen nicht, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber man hinterlässt eine Botschaft in einem ausgehüllten Baum unten am Alpsee, zusammen mit dem Geld. Ein paar Tage später liegt die Waffe an eben jener Stelle.« »Und man weiß nicht, wer dahinter steckt?« »Nein. Und man will es auch nicht wissen. Mit diesem Wissen würde man sich keine Freunde bei Leuten machen, deren Feind man nicht sein will.« »Woher weißt du das alles?« fragte Ludwig misstrauisch. »Ich besorge mir auf diesem Weg des öfteren kleinere Hilfsmittel für meine Experimente. Explosivstoffe, Granaten und ähnliches. Aber ich setze all dies selbstredend ausschließlich im Dienste der Wissenschaft und Kunst ein,« fügte Augusto hastig an. »Hm«, machte Ludwig. Dass Augusto bei der Erlangung seiner Forschungsmittel nicht zimperlich vorging, war ihm nicht neu und wirklich einerlei. Aber vielleicht konnte man unten am See dem Verbrecher eine Falle stellen? Ludwig könnte eine Waffe ordern und dann den Ort bewachen lassen, bis der Austausch stattfand. Andererseits, was half das? Selbst wenn er einen der Heller fasste, wüsste der nicht, von wem die Tatwaffe geordert worden war. Nein, diese Spur war eine Sackgasse. »Märterloch«, rutschte es ihm heraus. »Wie meinen, Eure Majestät?« Augusto schien unbeeindruckt von dem Schimpfwort. »Und die benutzten Patronen?«, ließ Ludwig die Frage unbeantwortet. »Hat Dr. Stein euch diese zukommen lassen?« »Hat er, hat er, aber es sind nur Fragmente, die er aus dem Leib des Armen von Gersen bergen konnte. Da ist nichts mehr zu erkennen.« »Merde, merde«, schimpfte Ludwig erneut. »Das war also auch ein totes Gleis.« »Das war doch nicht möglich. Ein Schloss mit unzähligen potenziellen Zeugen, eine Mordwaffe und ein klares Motiv. Und trotzdem hatten sie nichts in der Hand.« Er gab dem Gewehr unbeherrscht einen kleinen Schubs, wodurch dessen Lauf das Handbuch der Chemie herunterfegte. Ludwig hob es auf, legte es wieder an seinen Platz und zog gleich darauf die Hand hastig zurück, weil er der Pfütze mit der farblosen Flüssigkeit auf der Tischplatte für seinen Geschmack viel zu nahe gekommen war. Bei dem Gedanken an seine letzte Begegnung mit einer von Augustus Substanzen brannte seine verätzte Fingerkuppe quasi in Memoriam. Ludwig lehnte sich zurück und betrachtete wieder die Unterseite seiner Fingerkuppen. Diesmal aber nicht die Verätzte, sondern die anderen, die alle noch diese charakteristischen Schleifen, Bögen und Wirbel aufwiesen, die der Verletzten fehlten. Und auf seinen Daumen, an dem die schwarze Stempelfarbe haftete. Die Bilder vereinten sich mit etwas, was er die Kriminalisten letztes Jahr hatte erzählen hören. Jetzt wusste er, was als nächstes zu tun war. Ah, da bist du. Ich habe dich gesucht, lieber Ludwig. Sophie versuchte, auf dem Weg durch Augustus Labor nichts Gefährliches mit ihrem sperrigen Reifrock umzureißen. Sie konnte gut darauf verzichten, wahlweise in Flammen aufzugehen oder durch Säure verflüssigt zu werden. Mich? Ludwig saß neben Augusto an dem übervollen Tisch in der Mitte des Labors. Beide hatten aus irgendeinem Grund schwarze Fingerkuppen. Ein blonder junger Gardist stand in der Ecke. Auch seine Fingerkuppen waren schwarz. Er verneigte sich vor Sophie, genau wie Augusto, der dafür kurz aufstand. Ja, ich müsste dringend mit dir reden. Ich habe Neuigkeiten. Sophie machte ihren Rock los, der sich an einem Skelett verfangen hatte, das mitten im Weg auf einem Ständer mit Rollen stand. Das war dann wahrscheinlich das zweite Loch im Kleid. Sie schob das Skelett beiseite, wobei sie unweigerlich die gelblich-weißen Knochen berühren musste. Hoffentlich war dies nur ein Abguss und nicht echt. Ich auch. Du wirst staunen. Ludwig hob entzückt seine schwarzen Finger in die Höhe. Was denn, Ludwig? Sophie kam näher und stellte sich hinter den König. Der überließ ihr ritterlich seinen Platz. Nun, was ist so interessant? fragte Sophie, nachdem sie auf dem Schemel Platz genommen hatte. Das hier. Ludwig nahm ein Blatt vom Tisch, auf dem mindestens 20 schwarze Fingerabdrücke von einem großen, einem mittelgroßen und einem kleinen Daumen in drei Reihen aufgebracht waren. Versucht es einmal, Principessa. Augusto hielt ihr ein Stempelkissen hin. Er trug eine dunkle Schutzbrille mit dicken Gläsern, obwohl Sophie nicht klar war, welche Gefahr von einem Stempelkissen ausgehen sollte. Was soll ich versuchen? Sie zuckte unwillkürlich vor der Farbe zurück. Drück bitte deinen Daumen in die Stempelfarbe, liebe Cousine. Wieso das, lieber Ludwig? Damit du deinen Fingerabdruck neben unsere pressen kannst, erklärte er. Und warum möchte ich meinen Abdruck dorthin pressen? fragte Sophie ein klein wenig irritiert. Bitte, tu mir den Gefallen. Meinetwegen. Sophie drückte zuerst ihren Daumen in die Stempelfarbe und dann ihren Daumenabdruck neben die anderen. Ihrer war der mit Abstand kleinste. Seht, Principessa, sie sind alle anders. Augustos Augen waren hinter den Gläsern der Schutzbrille erstaunlicherweise doppelt so groß wie in echt. Er zeigte auf Sophies Abdruck, dann auf einen anderen daneben. Die Schleifen sind anders gerundet. Sophie spähte auf die Abdrücke und bemühte sich zu erkennen, was Augusto erkannte. Aber für sie sahen die alle gleich aus. Außer einer. Der ist anders. Sie tippte auf einen, bei dem die Schleifen an einer Stelle fast gänzlich fehlten. Das ist meiner, sagte Ludwig. Das kommt von der Säure. Säure? echote Sophie und blickte Fragen zu ihm auf. Das erzähle ich dir ein anderes Mal, meine Liebe. Jedenfalls habe ich mich daran erinnert, dass mir ein Kriminalist aus München erzählt hat, dass kein Abdruck dem anderen gleicht. Das steht sogar in meinem Notizbuch. Ich habe es extra nachgeschlagen. Ludwig zeigte auf ein schwarzes Schreibheft, das neben dem Stempelkissen lag. Das war eindeutig eins von denen, die er immer benutzte. Und warum genau ist das wichtig? Sophie brannte es unter den Nägeln, Ludwig endlich all die Neuigkeiten zu erzählen, die sie von Karlchen erfahren hatte. Stattdessen musste sie hier sitzen und dieses Fragespiel spielen. Wenn man den Abdruck hat, weiß man, welcher Mensch dazugehört, erläuterte Augusto etwas kryptisch. Unsere Finger sondern ein Gemisch aus Fett und Schweiß ab, wenn wir Gegenstände anfassen. Damit hinterlassen wir Abdrücke, insbesondere auf glatten Gegenständen wie zum Beispiel einem Gewehrlauf. Diese Abdrücke kann man mit den geeigneten Mitteln sichtbar machen. Ah, Sophie konnte nicht verhindern, dass ihre Reaktion verhalten ausfiel. Du kommst genau richtig. Wir wollten just in diesem Moment schauen, ob auf dem Gewehrlauf Abdrücke des Täters sind. Meine Idee übrigens, sagte Ludwig stolz. Eine ausgezeichnete Idee seiner Majestät. Augusto neigte zum Zeichen seiner Anerkennung leicht das Haupt. Selbst der Gardist in der Ecke nickte zustimmend. Ist das nicht übermäßig grandios? Ludwig rieb sich begeistert die Hände. Absolut, mein Lieber, behauptete Sophie, obwohl sie das überhaupt nicht fand. Wie sollte das helfen? Selbst wenn jeder Mensch einen anderen Abdruck hatte, wusste man deshalb noch lange nicht, von wem welcher stammte. Es gab keine Kartei, in der derartiges festgehalten wurde. Anders zum Beispiel als die Kartei mit Porträtfotos von Verbrechern, die die preußische Polizei seit neuestem vierte. Das hatte sie in der Zeitung gelesen. Womit werdet ihr einen eventuellen Abdruck denn vergleichen? fragte sie zögerlich, weil sie einerseits keinen Ärger haben, aber andererseits nicht zulassen wollte, dass Ludwig seine kostbare Zeit verschwendete. Ludwig und Augusto sahen sie schweigend an. Der erstere mit zusammengezogenen braun, der zweite mit seinen enormen Fliegenaugen hinter der Brille. Tja, Ludwig räusperte sich nachdenklich. Wir könnten vom gesamten Hofstaat Fingerabdrücke nehmen und diese dann mit denen auf dem Gewehr vergleichen. Ein brillanter Vorschlag, Eure Majestät, rief Augusto enthusiastisch. Ludwig und er schauten Fragen zu Sophie. Das setzt voraus, dass der Täter vom Hof stammt. Wenn es ein Fremder war, hilft es wenig, wandte sie behutsam ein. Aber es ist immerhin eine Chance. Unsere anderen Optionen sind so gut wie ausgeschöpft. Ludwig erzählte Sophie, dass die Untersuchungen des Gewehrs und der Patronen zu nichts geführt hatten. Wegen weiterer Optionen wollte ich sowieso gern mit dir sprechen, Ludwig, begann Sophie, nachdem er geendet hatte. Ich denke, es gibt durchaus noch einige … Du hast immer mein Gehör, das weißt du, unterbrach Ludwig sie. Aber dies hier geht vor. Wann und wie wollt ihr denn mit der Untersuchung beginnen? Sophie unterdrückte ihre aufkeimende Ungeduld. Bei Ludwig kam man mit Druck nicht weiter, nur mit sanfter Überredungskunst. Wir haben vorher noch ein kleines Problem zu lösen. Ludwig setzte sich auf die Tischkante. Und zwar … Sophie schob vorsichtig ein Reagenzglas hinter ihm beiseite, dessen Flüssigkeit leicht schäumte. Wir wissen nicht, wie wir den Abdruck auf dem Gewehr sichtbar machen sollen. Ludwig stieß sich nervös wieder ab und stellte sich neben Sophie. Selbst flüssiges Wachs ist nicht fein genug und Grafitstaub habe ich nicht vorrätig. Augusto zeigte Sophie wie zum Beweis ein Papier mit geschmolzenem Wachs, das einen dicken Klumpen bildete. Warum probiert ihr nicht einfach alles durch, was vorrätig ist? Ihr habt eine Fülle von Materialien hier. Sophie machte eine vage Handbewegung in den Raum. Ich fürchte, wir haben nur eine Chance. Wenn ich das falsche Material wähle, dann ist der Abdruck verschmutzt oder sogar unwiederbringlich weggewischt. Augusto runzelte die Stirn. Aber wir sind so nah davor. Ludwig griff in seine Jackentasche und holte seine Zigaretten hervor. Äh, eure Majestät, machte Augusto warnend. Was? Ach so, natürlich. Ihr habt recht. Ludwig steckte die Zigaretten eilig wieder ein. Sophie schaute auf ihre zum Glück noch sauberen Kleiderärmel und anschließend zu Augustos Maltisch, vor dem sie in den letzten Wochen oft genug gesessen hatte. Sie stand auf, ging hinüber und griff ein Beutelchen mit fein gemahlenem Pigment, kam zurück zum Tisch und legte das Säckchen neben das Gewehr. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Zeit zum Malen ist, Principessa. Augusto spähte durch seine Schutzgläser in das Säckchen und pustete mit seinem Atem eine Reihe kleiner Partikel in die Luft. Das habe ich auch nicht vor. Sophie erläuterte, wie Erikas Hand- und Daumenabdrücke auf dem Tisch in den blauen Farbpigmenten sichtbar gewesen waren. Seid ihr sicher, dass auch zarte Strukturen abgebildet werden können? Augusto hatte Farbe im Bad, die beim Sprechen funkelte. Nicht hundertprozentig. Ihr habt da … Sophie signalisierte Augusto, dass er etwas unter dem Kinn hatte. Hier? Augusto fasste an die besagte Stelle. Sophie nickte. Was sagt ihr, Majestät? fragte Augusto und klopfte sich das Barthaar ab. Wir machen es. Ludwig strich sich mit seiner ausladenden Tristan-Geste das Haar aus der Stirn. Gut. Augusto nahm den Beutel und schüttete vorsichtig erst etwas Pigment auf den Abzug des Gewehres, dann auf den Lauf und pustete sanft über das Ganze, damit die überzähligen Pigmente entfernt wurden. Auf dem Abzug zeigte sich nichts. Dort! Dort ist ein Abdruck! Ludwig wies aufgeregt mit dem Finger auf den Lauf, auf eine Stelle relativ nahe am Schaft. Sieht aus wie ein Zeigefinger. Augusto beugte sich tief herunter. Seine Brillengläser machten ein klirrendes Geräusch, als sie mit dem Lauf kollidierten. Dort ist noch etwas, weiter vorne am Lauf. Er und Ludwig beugten sich auch über diese Stelle, während Sophie sich einen Augenblick zurücklehnte. Sie war erleichtert. Nicht auszudenken, wenn der Abdruck ihretwegen zerstört worden wäre. Dennoch hielt sie die Chance, dass der Täter aus dem Hofstaat kam, für minimal. Und was passiert nun? Sophies Ungeduld regte sich erneut. Sie wollte endlich mit Ludwig alleine reden. Ich werde den Abdruck abzeichnen. Augusto kramte nach irgendetwas in seiner Tasche. Was ist mit einer Fotografie? schlug Ludwig vor. Wäre das nicht einfacher? Ich fürchte, dafür wäre die Bildqualität nicht ausreichend. Augusto starrte nachdenklich auf einen Silberstift, den er hervorgeholt hatte. Wie schnell könnt ihr alles vorbereiten, Augusto? fragte Ludwig eifrig. Bis morgen Mittag sollte alles fertig sein, Eure Majestät. Ha, ganz ausgezeichnet. Dann haben wir ihn. Ludwig schlug sich mit der Faust in die Handfläche und wandte sich an den Gardisten in der Ecke. Kannst du bitte Kommandant von Hagen und meinen Privatsekretär holen? Und kein Wort zu niemandem sonst. Verstanden? Eure Majestät. Der Gardist trat von einem Bein auf das andere. Was ist? fragte Sophie sanft, bevor Ludwig böse auf den armen Jungen werden konnte. Kommandant von Hagen hat mir aufgetragen, seine Majestät nicht alleine zu lassen. Nicht eine Minute. Der Gardist war kaum hörbar. Was soll mir hier passieren? Ich bin nicht allein. Du kannst gehen, erwiderte Ludwig umso lauter. Der Gardist umklammerte seine Waffe derart fest, dass seine Fingerknöchel hervortraten. Da fällt mir etwas ein. Sophie betrachtete nachdenklich seine Finger. Was denn? Ludwig hob fragend die Augenbrauen. Vielleicht sollte man zuerst die Abdrücke der Gardisten nehmen, die das Gewehr gefunden haben. Nicht, dass es einer von denen ist, die die Abdrücke hinterlassen haben. Sophie versuchte es als reine Anregung zu formulieren, damit Ludwig sich nicht entmündigt fühlte. Das ist eine ausgezeichnete Überlegung. Ludwig nickte glücklicherweise. Weißt du, wer die Waffe gefunden hat, Gardist? Der Müller-Heini und der Maja Franzl. Und auch nur die haben es angefasst? Sicher? Hackte Ludwig nach. Ich war dabei, gab der Gardist eifrig Auskunft. Der Müller-Heini hat es neben dem Brunnen gefunden, aufgehoben und dem Maja Franzl und mir gezeigt und ... Schon gut, schon gut, unterbrach ihn Ludwig. Dann hole die beiden ebenfalls. Aber nenne ihnen nicht den Grund. Wir warten. Ja, Eure Majestät. Der Mann verschwand nach einem letzten Zögern. Als er weg war, wandte sich Sophie hastig an Ludwig. Können wir bitte unter vier Augen sprechen, während wir warten, Ludwig? Natürlich meine Beste. Ludwig hob wie selbstverständlich die Hände, als habe er nicht die ganze Zeit vorher ihr Ansinnen abgewiegelt. Ehrlich? Funkenberg hat eine Geliebte? Und auch noch eine Schauspielerin? Das ist schockierend. Und mir gegenüber tut er immer so, als sei er der heilige Franziskus der Finanzen. Aber keiner ermordet einen Mann, nur weil der eine Mätresse hat, Sophie. Wenn es danach ginge, würden zwei Drittel des Hofstaates nicht mehr unter den Lebenden weilen. Ludwig nahm die Verbeugung eines Sophie-nichtbekannten Beamten mit einem Nicken zur Kenntnis. Er und Sophie wanderten seit über einer Viertelstunde durch die belebten Flure des Schlosses, um sie herum Bedienstete, die ihren vielfältigen Aufgaben nachgingen. Sophie hatte Ludwig derweil alles über das Gespräch mit Karlchen berichtet. Hast du gehört, was ich dir sonst noch erzählt habe, abgesehen von Funkenbergs Geliebter? Sophie blieb direkt vor einer der Säulen im Foyer stehen. Du meinst, dass die Konservativen von der Pforten und so ziemlich jeder andere von Pfistermeister hassen? Erstaunlich. Ludwig hatte zumindest zugehört. Er lehnte sich näher zu ihr herüber, sodass sie den süßlichen Duft seines Parfüms Chypre riechen konnte. Das ist nichts Neues. Und wenn ich ehrlich bin, ist es mir recht so. Dann halten die Halunken sich wenigstens gegenseitig in Schach, anstatt sich gemeinsam gegen mich zu verbünden. Aber was ist, wenn ihn einer aus dem Weg räumen will, weil er zu viel Einfluss auf dich hat? Einer, der etwas zu verlieren hat? Der Einfluss, den von Pfistermeister auf mich hat, wird übertrieben. Ich bin kein Simpel, dem man seine Meinung aufdrängen kann. Wieso denken nur immer alle, dass ich ein unbegabter König bin, den man in jede Richtung drehen und wenden kann, die einem beliebt? Ludwig sprach gerade laut genug, dass sie seine Worte mit Mühe verstehen konnte. Offenbar hielt er das Thema nicht für eines, das sie in der Öffentlichkeit diskutieren sollten. Das denkt niemand. Sophie reckte sich in die Höhe und machte sich dadurch größer. Ihr tat der Nacken weh, weil sie bei Ludwig ständig nach oben schauen musste. Oh doch, und genau das denkst auch Du, wenn Du meinst, dass jemand morden würde, damit er von Pfistermeisters Einfluss auf mich beseitigt, flüsterte Ludwig aufgebracht. Das hätte ich nicht von Dir gedacht. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Mir ist vollkommen bewusst, dass Du Deine eigenen Entscheidungen triffst. Aber ich weiß auch, dass Dich manche politischen Entscheidungen nicht interessieren. Und in diesen Momenten macht von Pfistermeister seine Vorschläge. Sophie war jetzt ebenfalls empört. Wenn man vom Teufel spricht, raunte Ludwig, der von Pfistermeister mit einem seiner Mitarbeiter beim Vorbeigehen betrachtete, beide tief im Gespräch versunken und die Welt um sich herum nicht wahrnehmend. Auf den Armen trugen sie Akten. Der Kabinettssekretär schaute auf und bemerkte seinerseits Ludwig und Sophie, sagte etwas zu seinem Mitarbeiter und kam alleine herüber, während der Mitarbeiter, nach einem angemessenen Diener in Richtung Ludwig und Sophie, davon eilte. Eure Majestät? Eure Hoheit? Von Pfistermeister verbeugte sich einmal vor Ludwig, einmal vor Sophie. Was gibt es, lieber Freiherr? Ludwig schien die Unterbrechung zu Pass zu kommen, denn er ging allzu bereitwillig auf sie ein. Darf ich freisprechen, Eure Majestät? Von Pfistermeister wirkte erhitzt. Geht es um unser letztes Gespräch? Ludwig beugte sich zu von Pfistermeister herunter. Ja, Eure Majestät. Von Pfistermeister streckte sich ein wenig. Wahrscheinlich fühlte er sich neben Ludwig genau wie Sophie, wie ein Zwerg. Selbstverständlich. Ich habe keine Geheimnisse von meiner Cousine. Sehr wohl, Eure Majestät, sagte von Pfistermeister, als hätte er nichts anderes erwartet. Ich möchte berichten, dass ich zwei weitere Einäugige aufgetan habe, Eure Majestät. Tatsächlich? Gute Arbeit. Wer sind sie? Einer arbeitet beim Küchenpersonal, der andere in den Ställen. Ich war so frei, erreichte Ludwig eine dünne Mappe. Der öffnete sie kurz, warf einen Blick hinein und nickte. Ganz ausgezeichnet, bester von Pfistermeister. Legt sie bitte bei mir ins Büro. Ludwig klappte die Mappe zu und reichte sie dem Kabinettssekretär. Ursula, rief er plötzlich. Warte! Ursula, die mit einem Kopf vorbeigelaufen war, hielt inne, kam aber nicht heran. Sophie öffnete den Mund. Und? Ich schätze dich, liebe Cousine, sagte Ludwig schon im Weggehen. Aber du bist auf dem Holzweg. Lass es ruhen. Wir wissen, wer das Opfer sein sollte. Und auch, wer die Täter sind. Alles, was wir brauchen, sind Beweise. Und die werden wir uns morgen holen. Ludwig ließ Sophie mit von Pfistermeister stehen, ging zu Ursula und sprach mit ihr. Die Miene der Köchin hältte sich auf, also konnte es wohl nichts Schlechtes sein, was er zu ihr sagte. Ich enteile für den äußerst anspruchsvollen Preufen, eure Hoheit. Von Pfistermeister verneigte sich vor Sophie und ließ sie allein. Sophie seufzte. Das alles hatte sich keineswegs so entwickelt, wie sie gehofft hatte. Ihre Abdrücke sind es nicht, eure Majestät. Augusto nickte in Richtung von zwei Gardisten, die mit schwarzen Fingerspitzen vor seinem Tisch standen. Der eine war groß und alt, der andere klein und jung. Sie verbeugten sich vor Ludwig und Sophie, was diese beinahe synchron mit einem würdevollen Nicken quittierten. »Bestimmt nicht?« Ludwig ließ Sophie den Vortritt. Sie bahnte sich konzentriert ihren Weg durch das Chaos in Augustus' Labor, nachdem sie Major Lohmann und Kommandant von Hagen mit einem Nicken gegrüßt hatte. Letzterer stand neben Ludwigs Tagesgardisten in der Ecke. Seine Uniformjacke war zerknittert und er hatte den Riemen des Raupenhelms nicht ordentlich befestigt, sodass ihm die Enden lose unter dem Kinn baumelten. Er schaute wie der sprichwörtliche getretene Hund. Sophie nahm sich nochmals fest vor, bei der nächsten Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Vielleicht konnte sie ihn ein wenig aufmuntern und dabei gleichzeitig wichtige Informationen über seine Ermittlungsbemühungen erlangen. »Bestimmt nicht, eure Majestät.« Augusto hatte ein Papier mit Fingerabdrücken vor sich liegen und pendelte mit den Blicken zwischen diesem und dem Gewehr hin und her. »Ausgezeichnet!« Ludwig machte eine huldvolle Handbewegung. »Dann können Sie gehen!« Die beiden Gardisten salutierten und verließen den Raum. Ludwig ging zu seinem Sekretär, der an der zarten Kommode lehnte, während Sophie sich wieder auf den Schemel neben Augusto setzte. Sie wusste wahrlich nicht, wie sie Ludwig überzeugen sollte. Was konnte sie noch sagen oder tun, um ihn umzustimmen? »Hat Augusto euch informiert?« wandte sich der König an seinen Sekretär. »Ich spreche mit dem Kastellan über den Festsaal, eure Majestät, und lasse alles vorbereiten. Dann können wir dort die Abdrücke der Bediensteten nehmen.« Lohmann holte seinen Bleistift aus der Tasche und sah sich suchend um. Augusto reichte ihm schweigend ein Blatt Papier herüber. Ludwig wandte sich zu von Hagen, während sein Sekretär sich eine Notiz machte. »Das muss vollständig geheim bleiben. Sonst entflieht uns der Schurke eventuell vorher, klar?« Von Hagen deutete einen militärischen Salut an. »Außerdem darf morgen keiner von denen, deren Abdrücke wir bereits genommen haben, mit den anderen sprechen können, klar?« sagte Ludwig zum zweiten Mal. »Ich werde meinen Männern auftragen, dass sie die, mit denen wir fertig sind, im Hof warten lassen und bewachen sollen.« Von Hagen schien endlich einmal in seinem Element, das Gesicht lebhaft und wach. »Wann soll es losgehen, eure Majestät?« »Um eins am Mittag. Und da ist noch etwas. Ich lasse euch eine Mappe mit den Namen von zwei Einäugigen bringen. Sie stehen unter schwerstem Verdacht. »Lasst sie keine Sekunde aus den Augen. Es kann sein, dass ihre Abdrücke auf der Waffe gefunden werden.« Ludwig machte einen Schritt nach vorne und zog in letzter Sekunde seinen Fuß beiseite, bevor der auf dem Boden aufkam. Sophie bemerkte, dass vor ihm etwas Rundes, metallisch Glänzendes lag, auf das er beinahe getreten wäre. Sie war sich nicht sicher, aber es sah wie eine etwas ungewöhnliche Granate aus. Wieso lag so etwas einfach auf dem Boden herum? Gab es dafür keinen sichereren Ort? Sie bekam eine Gänsehaut und schaute sich in ihrer näheren Umgebung nervös nach weiteren explosiven Gefahrenquellen um. Doch es war schier unmöglich, das umliegende Chaos auf die Schnelle zu überblicken. Ludwig seinerseits atmete scharf durch die Nase ein. »Ich denke, es ist eine gute Idee, wenn die Waffe und die Abdrücke mit zu mir kommen, sobald ihr mit dem Abkopieren fertig seid, Augusto«, sagte er, »bevor sie hier in die Luft gehen.« Das war ein Vorschlag, dem Sophie nur Beifall spenden konnte. »Ich muss den Oberstallmeister suchen«, sagte Ludwig, nachdem Sophie und er aus Augustus Labor gekommen waren. »Kannst du vielleicht mit Siegfried Gassi gehen, meine Liebe? Er verbellt die Stuten immer derart, dass ich ihn nicht in die Stelle mitnehmen mag.« Ludwig knöpfte seinen Mantel zu. »Natürlich. Wo ist er? Bei dir im Schlafzimmer?« Sophie fegte etwas helles Puder unbekannten Ursprungs von Ludwigs Mantelkragen. »Ja, und er muss bestimmt schon recht dringend. Danke. Habe ich noch irgendwo was?« Ludwig suchte seinen Mantel nach weiteren Puderrückständen ab. »Ich hole ihn gleich. Und nein, alles sauber. Aber können wir vorher noch mal kurz reden?« Sophie wollte es nicht aufgeben, Ludwig auf eine andere Spur als die der Preußen zu führen. Und auch die Sache mit den Einäugigen machte ihr große Sorgen. Diese nur deswegen als verdächtig zu behandeln, weil sie ein Gebrechen hatten, schien ihr von Grund auf falsch. »Ich habe jetzt keine Zeit, meine Liebste«, sagte Ludwig hastig. »Ich muss in den Stall. Und dann werde ich mich hinlegen. Die Nacht war kurz.« »Morgen früh?« »Wir werden sehen. Komm einfach und klopfe. Wenn ich wach bin, reden wir.« Er klang schon jetzt so, als ob er absichtlich nicht wach sein würde. »Gern«, sagte Sophie trotzdem. »Dann viel Erfolg beim Oberstallmeister. Was willst du eigentlich dort?« Sie fand es seltsam, dass Ludwig sich während der Mordermittlungen Zeit nahm, zu den Pferden zu gehen. »Mit ihm über Brunhilde sprechen«, lautete Ludwigs rätselhafte Antwort. »Adieö, meine Beste!« Er eilte mit seinem Gardisten davon. Sophie schaute Ludwig hinterher, wie er mit seinen langen Beinen staxend den Flur entlang eilte. »Brunhilde? Was bitte hatte der Oberstallmeister mit dem Papagei zu tun? Und wieso beschäftigte Ludwig sich ausgerechnet jetzt mit Nebensächlichkeiten, anstatt gemeinsam mit ihr nach dem Mörder zu fahnden?« Kommandant von Hagen trat aus Augustus Labor und verabschiedete sich mit hängenden Schultern von ihr. Sie verstand, dass Ludwig kein Vertrauen in von Hagens Können hatte, denn bislang hatte er sich als nicht sonderlich fähig erwiesen. Aber wenn sie ehrlich war, hatte Ludwig ihm auch kaum eine Gelegenheit gegeben, sich zu beweisen. »Kommandant von Hagen?« rief sie, weil ihr einfiel, dass sie sich vorgenommen hatte, mit ihm zu reden. »Eure Hoheit?« Er blieb stehen und verlagerte sein Gewicht auf sein heiles, rechtes Bein. Seine Augen waren verschwollen. Entweder hatte er wenig geschlafen oder gestern Abend getrunken oder beides. »Ich habe eine Bitte an euch.« Sophie raffte ihren Rock so, dass man das Loch nicht bemerkte. »Was kann ich für euch tun, Hoheit?« Von Hagen salutierte. »Ich wollte euch fragen, wie es mit euren Ermittlungen vorangeht, vorausgesetzt, dass ihr darüber mit mir sprechen könnt. Eure Majestät vertraut euch voll und ganz. Das reicht für mich, eure Hoheit, um euch ebenfalls zu vertrauen.« »Das ehrt mich.« Sophie neigte das Haupt in einer nicht ganz aufrichtigen Geste der Demut. »Was bei den Befragungen des Hofstaates herausgekommen ist, das wisst ihr ja. Ansonsten habe ich die während des Attentats des Anwesenden mit Ausnahme seiner Majestät befragt,« berichtete von Hagen diensteifrig. Er wirkte dabei, als freue es ihn über alle Maßen, dass überhaupt jemand mit ihm redete. Sophie musste mit Ludwig sprechen und ihn unauffällig ermahnen, dass er den armen Mann bei den Ermittlungen nicht derart an den Rand drängen durfte. »Und? Was ist dabei herausgekommen?« Sophie war ganz ohr. »Anwesend waren der Herr Außenminister, der Herr Kabinettssekretär, der Herr Finanzminister und sein Assistent, sowie Herr Wagner«, begann von Hagen umständlich. »Der Assistent von Herrn Althofen hätte auch anwesend sein sollen, hatte sich aber krank gemeldet.« »Und was hat er für eine Krankheit?« »Eine Sommergrippe.« »Die scheint umzugehen,« erinnerte sich Sophie. »Ihr sagtet, der stellvertretende Kommandant der Gendarmerie in Füssen hat auch eine.« »Das ist richtig.« »Und habt ihr überprüft, ob der Assistent wirklich krank ist?« fragte Sophie vorsichtig. »Vielleicht hegte der Assistent gegen seinen Chef einen persönlichen Groll und hatte ihn deshalb ermordet.« »Bitte verzeiht, wenn ich das so offen frage. Ich maße mir nicht an, euch zu kontrollieren. Ich bin nur interessiert,« setzte sie hinzu, weil sie von Hagen nicht verärgern wollte. »Natürlich, eure Hoheit. Er ist unten im Dorf gemeinsam mit Minister Althofen im Hotel untergebracht. Er heißt übrigens Michael Franzen. Als ich gestern dort ankam, lag er im Bett und sah schrecklich aus. Rote Nase, verschwitzt, matt und müde. Frau Mittermeier, die Inhaberin des Hotels, hat mir versichert, dass er das Bett seit Tagen nicht verlassen hat. Von Hagen griff sich verstohlen ins Kreuz. Vielleicht bereitete ihm langes Stehen Rückenschmerzen. »Und was ist mit den anderen Herren? Was hatten die zu berichten?« Sophie hatte zwar keine Rückenschmerzen, aber sie war müde und ihr Rockgestell fühlte sich langsam so schwer wie Blei an. Der Herr Außenminister saß mit dem Rücken zum Innenhof, als das Attentat geschah. Er hat nichts gesehen, außer dass von Gersen nach dem ersten Schuss getroffen zu Boden ging. Der Herr Außenminister ist daraufhin zu von Gersen gestürzt, um ihm zu helfen. »Und von Pfistermeister und Funkenberg?« Der Herr Kabinettssekretär hat laut seiner Aussage den König unter dem Tisch in Deckung gebracht und ist dann aus dem Zimmer gelaufen, um die Wachen zu alarmieren. »Und ihr Schwiegersohn?«, fragte Sophie, weil sie es seltsam gefunden hätte, ihn gegenüber von Hagen als »Herr Finanzminister« zu betiteln. Er und sein Assistent waren nicht im Raum, als das Attentat passierte. Von Hagen schob sich seinen schweren Raupenhelm mit dem Pelzbesatz zurück, unter dem ihm heiß zu sein schien. »Nicht? Ich hatte den Eindruck.« Sophie fächelte sich etwas Luft zu. Es war wirklich schwül. »Nein. Beide waren auf den Flur getreten, weil sie sich unter vier Augen zu einem Vorschlag besprechen wollten, den von Gersen gemacht hatte.« Von Hagen räusperte sich. »Worüber im Einzelnen gesprochen wurde, darf ich nicht verraten. Der Herr Finanzminister hat mich zum Schweigen verpflichtet. Aber ich darf sagen, dass es um rein finanzielle Angelegenheiten ging, die mit dem Mord nicht im Zusammenhang stehen.« »Wie lange waren die beiden denn bereits auf dem Flur, als geschossen wurde?« »Sie schätzen zehn Minuten, vielleicht ein bisschen weniger.« Sie wollten dem Gespräch nicht zu lange fernbleiben. Seine Majestät war ungeduldig, es zum Abschluss zu bringen. »Zehn Minuten,« murmelte Sophie sinnend. Damit löste sich eine ihrer Theorien, nämlich, dass Funkenberg das beabsichtigte Opfer gewesen sein könnte, in Luft auf. Ludwig hatte recht. Zwischen seiner Affäre und dem Mord gab es keinen Zusammenhang. »Und was ist mit Wagner?«, fragte sie. »Er hat gesagt, er sei ebenfalls auf von Gersen zugestürzt.« Laut der Aussage des Herrn Kabinettssekretärs stand Herr Wagner direkt neben dem späteren Opfer, als die Schüsse fielen. Beide hatten gerade intensiv miteinander disputiert. Herr Wagner ist über den am Boden liegenden von Gersen gestolpert, als er sich in Sicherheit bringen wollte, und auf das Opfer gefallen. »Das ist schrecklich!« Sophie war nicht verwundert über diese neue Erkenntnis. Wagner war ihr noch nie als die Art Mensch erschien, der sich schützend auf andere warf. »Wie lange hat es denn gedauert, bis die Wachen im Raum waren?«, fragte sie weiter. »Vielleicht fünf Minuten.« »Und haben diese gleich den Innenhof überprüft?« Soweit man mir sagte, ist dies sofort erfolgt, nachdem sie die Lage erfasst hatten. Sie mussten sicherstellen, dass der Täter nicht noch dort lauerte. Ich weiß das allerdings nur aus den Aussagen meiner Gardisten. Ich selbst kam erst später dazu. Von Hagen schob den Helm noch weiter nach hinten, sodass er ihm in den Nacken rutschte. Dann hat der Täter höchstens fünf Minuten gehabt, um zu fliehen, dachte Sophie laut nach. Eine letzte Frage noch. War die Tür zum Innenhof verschlossen oder offen, als eure Leute dort nach dem Täter gefahndet haben? Sie war offen, und das, obwohl ich befohlen habe, dass sie grundsätzlich immer abgeschlossen wird, sobald man den Innenhof verlässt. Wenn ich den finde, der da geschlampt hat, hagelt es Ärger. Er seufzt er tief. »Bitte«, sagt seiner Majestät nichts davon. »Ich stehe sowieso schon ganz unten in seiner Gunst.« »Das kann ich leider nicht versprechen. Wenn es für seine Ermittlungen eine Rolle spielt, muss ich es ihm mitteilen«, sagte Sophie mitleidig. »Wieso sagt ihr es ihm nicht lieber selbst, wenn ihr ihm Bericht erstattet? »Das würde ich mit Freude. Ich würde ihm überhaupt gerne berichten, was ich bislang herausgefunden habe. Aber ich bekomme keine Audienz.« »Ich rede mit ihm«, versprach Sophie, »und gebe euch Bescheid, wenn er Zeit hat. »Danke, eure Hoheit«, von Hagen deutete einen Diener an. »Gerne«, antwortete Sophie, obwohl sie nicht wusste, wie sie Ludwig dazu überreden sollte. Er mochte von Hagen einfach nicht. Aber vielleicht würde ein bisschen frische Luft helfen, ihren Geist zu klären und die Müdigkeit zu vertreiben. Erika lümmelte beuchlings mit einem dicken Schmöker auf dem Sofa herum, als Sophie nach ihrem Spaziergang ins Wohnzimmer kam. »Wo warst du so lange?« Erika schaute von den Seiten auf, den Daumen als Lesezeichen benutzend. »Es ist fast Zeit fürs Abendessen.« »Ich war in Augustus Labor, und dann habe ich mit Siegfried einen langen Spaziergang gemacht.« »Allein?« »Ich bin in der Nähe geblieben.« »Wie beruhigend, dass der Mörder dich dann in der Nähe umgebracht hätte und nicht etwa weit entfernt,« entgegnete Erika sarkastisch. Sophie schwieg und sog die Luft ein. »Hast du geraucht? Ich dachte, du wolltest es aufgeben.« »Ich habe es noch einmal probiert,« erklärte Erika. »Du hattest meine Zigaretten unten im Salon vergessen. Das habe ich als Zeichen gewertet, dass man den Dingen eine zweite Chance geben muss.« »Na, ich hoffe, die zweite war besser als die erste.« »Ist bei Augustu etwas in die Luft geflogen?« »Ursula geht nicht mehr zu ihm rein,« wechselte Erika das Thema. »Bei meinem letzten Besuch bei ihm war alles in Ordnung.« Sophie betrachtete Erikas Buch. »Wie ist es?« »Der Comte de la Grange ist ein arroganter Kerl. Das arme Dienstmädchen hat keine Freude an ihm.« »Ich bin sicher, das wird sich ändern.« Sophie marschierte in ihr Schlafzimmer. Sie war erschöpft, und die frische Luft und Bewegung hatten ihr den Rest gegeben. Vielleicht würde sie das Abendessen ausfallen lassen und sich gleich hinlegen. Allerdings verspürte sie Hunger. »Deine Briefe liegen auf dem Bett,« rief Erika ihr hinterher. »Danke, ich sehe Sie schon.« Sophie ging zu ihrem Himmelbett, dessen schweres Stoffdach ganz in Ludwigs Lieblingsfarben gold und blau gewirkt war. Sie nahm sich die Briefe von der ebenfalls goldblauen Tagesdecke, setzte sich mit ihnen auf den Frisierstuhl ans offene Fenster und genoss einen Moment lang den Anblick der atemberaubenden Berg- und Seekulisse, bevor sie sich den Briefen zuwandte. Einer war von ihrer Schwester Marie, einer von ihrer besten Freundin Charlotte, die zurzeit mit ihrer Familie in Italien auf Rundreise war und ihr von dort eifrig schrieb. Der letzte war von Johann. Sie holte tief Luft, schmeckte die reine Luft aber nicht, weil ihre Welt plötzlich auf die Größe des Umschlags zusammengeschrumpft war. Er war aus schwerem Büttenpapier und mit dem Wasserzeichen von Johanns Familie versehen. Sie riss sich mit Mühe von dem Gefühl der Bedrohung und Wutlos, das in ihr aufkeimte. Sie war weit entfernt von Johann. Hier konnte er ihr nichts tun. Sie sah in die Ferne zu den Bergen, über denen noch einige dunkle Wolken hingen. Es würde sicher wieder regnen. Sie gab sich einen Ruck, zerriss den ungelesenen Brief in viele kleine Schnipsel und warf ihn in den Papierkorb. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten Brunhilde wird mit jedem Tag besser. Was für eine Kunstfertigkeit, welche Finesse und Eleganz. Sie ist die Königin der Psittachiformes. Notiz. Wo steckt nur der vermaledeite Oberstallmeister? Wegen Unauffindbarkeit kündigen und neuen einstellen? Am nächsten Morgen war Ludwig nach einer fast schlaflosen Nacht wieder früh auf. Er setzte sich auf die Bettkante und versuchte ernsthaft wach zu werden. Es wurde langsam zur Gewohnheit, dass er nicht zur Ruhe kam. Wie er Sophie angekündigt hatte, hatte er sich gestern zwar früh ins Bett begeben, sich dann aber die ganze Nacht umhergeworfen. Er hatte wilde Träume gehabt, war gegen Mitternacht nach einem besonders scheußlichen Traum aufgestanden und hatte stundenlang mit Brunhilde trainiert, bis er schließlich noch einmal Schlaf gesucht und gefunden hatte. Der Schwan hatte ihn kurz vor dem erneuten Aufwachen wieder heimgesucht. Diesmal hatte er einen übergroßen Gardistenhelm nach ihm geworfen und ihn an der Schläfe getroffen. Ludwig tastete unwillkürlich nach der Stelle, aber dort war alles in Ordnung. Vielleicht war es die Mordwaffe, die Augusto gestern Abend gebracht hatte, die Ludwig so unruhig machte und die nun sicher verwahrt gemeinsam mit Augustus Zeichnungen im Schrank eingeschlossen war. Oder vielleicht war es auch die Tatsache, dass sie heute endlich Beweise finden würden. Er spürte es mit jeder Faser seines Königlichen selbst. Ludwig angelte nach seinen Pantoffeln und fuhr mit den bloßen Füßen hinein. Er stand auf und wäre beinahe über Siegfried gefallen, der zusammengerollt vor dem Bett lag und im Schlaf leise jaulte. Seine Pfoten zuckten. Wahrscheinlich war er im Traum auf der Jagd. Wie der Vater, so der Sohn. Ludwig ging zum Nachttisch, griff sich das Rubin-Armband, das Sophie von ihrem beinahe Verlobten bekommen hatte, und hielt es in die Höhe. Brunhilde hatte heute Nacht erneut gezeigt, was in ihr steckte. Es war einfach zu schön. Fang, rief Ludwig und schmiss das Armband in die Luft. Brunhilde warf sich wie erwartet voller Eifer in die Luft und schnappte sich das Schmuckstück im Fluge. Sie machte damit eine Runde durchs Zimmer und brachte es zu Ludwig zurück, indem sie auf dem Nachttisch landete und es dort sanft aus dem Schnabel gleiten ließ. Dann schaute sie ihn nach Lob heischend an. Oder vielleicht spitzte sie auch nur auf die Sonnenblumenkerne. Ausgezeichnet, lobte Ludwig sie vorsorglich trotzdem. Gute, beste Brunhilde. Er langte nach der Tüte mit den Sonnenblumenkernen und streute ihr ein paar hin. Beste, krächtste Brunhilde, die mit allem ohne M immer besser zurechtkam. Sie stolzierte einmal um ihren Käfig herum und flatterte mit den Flügeln. Ludwig hatte den Verdacht, dass sie genau wusste, wie beeindruckend ihre Leistung war. Es klopfte zweimal lang, zweimal kurz. Das war Karlchens Klopfzeichen. Ludwig verdrehte die Augen. Wenn er um diese Uhrzeit gestört wurde, handelte es sich immer um eine Katastrophe. Entweder eine echte oder eine ministerial gefühlte. Aber zumindest konnte es nicht die Botschaft sein, dass Augusto das Gewehr samt Zeichnungen in die Luft gejagt hatte, denn beides ruhte sicher in Ludwigs Schrank. Wenigstens etwas. »Was ist?« rief Ludwig und nahm sich eine Praline. Frühstück war wichtig. Karlchen steckte den Kopf zur Tür herein. Er war neben Sophie der Einzige, der das durfte, ohne ausdrücklich hereingebeten worden zu sein. »Guten Morgen, Eure Majestät!« Wie schaffte er es nur, um diese frühe Uhrzeit gut gelaunt und frisch auszuschauen? »Was ist abgebrannt?« Ludwig verkniff sich die nächste Praline. Er wollte zukünftig besser auf seine Figur achten, die tadellos bleiben musste, wenn die Mode noch taillierter wurde. »Wieso sollte etwas abgebrannt sein, Eure Majestät?« Karl kam mit ein paar energischen Schritten ins Zimmer und zog mit einem Ruck den Vorhang beiseite. Der Himmel war wolkenverhangen und wie gestern regnete es in Strömen. »Wenn du um diese Uhrzeit kommst, muss etwas abgebrannt sein«, äußerte Ludwig seine Befürchtungen. Karlchen ging vom Fenster zum Schrank. »Nein, gar nichts, Eure Majestät, ich schwöre. Was wollt ihr heute anziehen?« »Zivil«, entschied Ludwig. »Weshalb sonst bist du schon hier?« »Dann weißes Seidenhemd, euren schönen schwarzen Binder und den dunkelgrauen Gehrock.« Karlchen schaute versonnen in den Schrank. »Das steht euch und ist elegant, aber nicht übertrieben.« Er holte ein weißes Hemd hervor. Ludwig liebäugelte mit den Pralinen. Eine weitere konnte kaum schaden, oder? »Funkenberg ist da und sagt, wenn er jetzt nicht sofort die versprochene Audienz bekommt, wird er das nächste Geld für den königlichen Privathaushalt nicht auszahlen lassen.« Karlchen legte die Kleidung auf dem Bett zurecht. »Das ist Erpressung. Sehr wohl, mein König. Und du machst mit ihm gemeinsame Sache?« »Ich denke nur an eure Schatulle, Majestät.« »Wieso das?« Ludwig nahm sich eine zweite Praline. Nun musste es aber gut sein. »Weil daraus zufällig die Gehälter der Diener gezahlt werden,« erwiderte Karlchen fröhlich. »Ach, er will nur über Wagner schimpfen und mir erzählen, dass die neue Burg zu viel kostet. Auf beides habe ich keine Lust.« »Dann solltet ihr das vielleicht als Gelegenheit nutzen, dass zumindest die beiden Herren sich einmal offen miteinander aussprechen können, eure Majestät. An den Kosten der Baustelle kann man wohl nicht viel ändern.« »Ah, du meinst?« »Keine schlechte Idee, Karlchen.« Ludwig gab Brunhilde noch ein paar Sonnenblumenkerne aus der Tüte. »Wieso sollen es nicht die beiden miteinander austragen, die das Ganze schließlich angezettelt haben? Und außerdem wird das Funkenberg von der neuen Burg ablenken.« Ludwig klopfte Karlchen auf die Schulter, als dieser jetzt vor ihm stand. »Sehr gut. Und schick bitte jemanden, der Wagner holt und mir außerdem ein Kännchen starken Kaffee bringt.« »Sehr wohl.« Karlchen verschwand kurz nach draußen. Ludwig konnte ihn dort mit jemandem sprechen hören. Er spürte, wie seine Stimmung sich hob. Vielleicht konnte er heute sogar zweileidige Themen auf einmal erledigen. Den Mörder überführen und Frieden zwischen seinem Finanzminister und Wagner herbeiführen. Eine Stunde später saß Ludwig gewaschen, frisch onduliert und mit Kaffee gestärkt in seinem Büro. Finanzminister Funkenberg, den heiligen Funkenberg, sich gegenüber. Ein Diener schenkte beiden bereits den zweiten Kaffee ein, da Wagner sich verspätete und verschwand wie ein stummer Schatten. Ludwig zupfte an der Manschette seines Hemdes und schaute zu seinem Minister, der mit geneigtem Kopf in einem dicken Ordner blätterte, den er auf seinen Knien balancierte. Funkenberg war optisch völlig nichtssagend. Mittelgroß, mittelschwer, mit mausbraunen Haaren und einem Gesicht gesegnet, das man sofort wieder vergaß. Einzig zwei tiefe Falten um die Mundwinkel gaben ihm den Ausdruck, als er ständig gekränkt. Etwas, was nach Ludwigs Meinung nicht weit von der Wahrheit lag. Funkenberg war eine Diva unter den Finanzministern und Ludwig fühlte sich in seiner Gegenwart immer unwohl, weil er das Gefühl hatte, er könne Funkenbergs kritischem Urteil nicht standhalten. Aber heute vergnügte ihn das eher, seitdem er wusste, dass Funkenberg nicht ganz so heilig war, wie er tat. Wann wird der große Meister zu uns stoßen, Eure Majestät? Funkenberg hob den Kopf und blickte den König aus wässrig-blauen Augen an. Nein, attraktiv war er wahrlich nicht. Die Schauspielerin musste auf andere Werte achten. Und welche das waren, konnte Ludwig sich vorstellen. Geld und Einfluss. Sicher bald, versicherte Ludwig. Wie schmeckt der Kaffee? Ausgezeichnet, Eure Majestät, sagte Funkenberg, dem Ludwig diese Frage nun schon zum dritten Mal stellte. Der Minister räusperte sich. Solange der Meister fehlt, kann ich, dieser Kaffee ist eine ganz eigene, hervorragende Sorte, redete Ludwig aufs Gerate wohl los, obwohl er keine Ahnung hatte, woher der Kaffee stammte und welche Sorte es war. Selbstverständlich, Eure Majestät. Funkenberg klappte den Ordner zu. Vielleicht, weil er merkte, dass er sowieso keine Chance bekam, die Kosten anzusprechen. Darf ich dennoch die Gelegenheit nutzen, um seiner Majestät zu versichern, dass ich ein treuer Diener der Krone bin? Das weiß ich lieber, Herr Minister Funkenberg. Ludwig stöhnte innerlich. Jetzt kam es. Der es, bei allem Respekt vor der Weisheit Eurer Majestät, nicht verdient hat, wegen eines Richard Wagners abberufen zu werden, sagte Funkenberg da auch schon. Denn wenn ich die Auszahlung weiterer Gelder an ihn verweigert habe, dann nur, weil dies einen Schaden der Krone bedeutet hätte. Er faltete die Hände in einer seltsam klerikal anmutenden Geste vor der Brust. Eine Gebärde, die er sich bei von Pfistermeister abgeschaut haben musste oder umgekehrt. Ob Funkenberg mit seiner Geliebten auch so fromm war? Ludwig bekam eine Gänsehaut bei der Vorstellung, wie Funkenberg fleischlichen Gelüsten nachging. Ich bin mir sicher, ihr wollt nur das Beste, beschwichtigte Ludwig ihn und verdrängte mit Macht alles aus seinen Gedanken, was mit Amuren und seinem Finanzminister zu tun hatte. Seid ihr das? Funkenberg maß Ludwig mit einem Ausdruck, der den König froh sein ließ, dass draußen vor der Tür sein persönlicher Gardist stand. Funkenberg war offenbar sogar noch gekränkter, als Ludwig angenommen hatte. Wenn das so weiterging, würde er nicht das Opfer eines feigen Meuchlers, sondern seines äußerst verstimmten Finanzministers. Wann kam endlich Wagen? Er brauchte drängend Unterstützung. Was willst du beim König? Erika eilte keuchend hinter Sophie den Gang entlang, den Abdruck ihres Kopfkissens auf der linken Wange. Ich muss mit ihm reden. Sophie wünschte sich, die Diener hätten den Flur nicht derart gründlich gewienert. Der Boden war spiegelglatt. Renn doch nicht so! Ich komme ja gar nicht mit. Deine kurzen Beine schaffen viel mehr Schritte als meine langen, japste Erika. Es eilt und meine Beine sind nicht kurz. Oh doch, das sind sie! Außerdem dachte ich, du hättest schon gestern mit dem König über Kailchens Informationen gesprochen. Erika schlitterte versehentlich ein paar Schritte. Ich habe es versucht, aber ich bin nicht nicht im Ansatz zu ihm durchgedrungen. Sophie verlangsamte ihr Tempo etwas, weil sie ebenfalls ins Rutschen geriet. Warum hast du gestern Abend nicht nochmal mit ihm gesprochen? Dann hätte ich jetzt nicht den aller Herrgottsfrühe aus den Federn gemusst, krummelte Erika. Es ist gleich zehn Uhr und nicht den aller Herrgottsfrühe, entgegnete Sophie. Und Ludwig hat sich gestern zum Oberstallmeister absentiert, um über Brunhilde zu sprechen. Was hat der Oberstallmeister mit Brunhilde zu tun? Wenn ich das wüsste! Ist er böse auf dich? Wer? Der Oberstallmeister? Ludwig! Wieso fragst du? Das ist dir doch sonst egal, versetzte Sophie. Erika zuckte im Laufen mit den Schultern. Nur so! Sophie hielt vor Ludwigs Schlafgemach und hob die Hand zum Anklopfen. Hinter ihr räusperte sich jemand. Sie drehte sich zu einem Gardisten um, der neben der Bürotür stand. Fragend wies sie auf das Büro. Ist er dort? Jawohl! Und der Herr Finanzminister auch! Der Gardist hob die Hand an den Helm. Hoher Besuch! Du kannst da nicht rein! Erika band sich ihre Schürze im Rücken fester. Das ist wahr! Gab Sophie ein wenig enttäuscht zu. Was nun? Erika linste hoffnungsvoll einem Diener hinterher, der ein Tablett mit Kaffee und Brot vorbeitrug. Ich warte. Sophie blieb stehen, wo sie war. Und dafür musste ich so früh aus den Federn, um hier herumzustehen? Hättest du nicht so lange gelesen, wärst du jetzt nicht so müde. Mag sein, aber ich musste wissen, ob der Comte de la Grange das Dienstmädchen zur Frau nimmt. Erika lehnte sich an die Wand zu Ludwigs Büro. Und? Hat er? Erika gähnte und nickte. Geh nach oben und leg dich hin. Ich komme ohne dich zurecht, sagte Sophie. Später. Erst will ich wissen, ob der König böse auf dich ist. Sophie verdrehte die Augen und machte sich seufzend auf eine längere Wartezeit gefasst. Schon zehn Minuten später ging die Bürotür auf und Ludwig schaute heraus. Wo bleibt Wagner? sagte er zum Gardisten, bevor er Sophie und Erika bemerkte. Sophie, meine Liebe, wartest du auf mich? Er strahlte sie an, nickte Erika zu, die sich artig verneigte und trat direkt neben Sophie, sodass sie Schulter an Schulter standen. Ja. Sophie legte den Kopf in den Nacken, um ihm ins Gesicht schauen zu können. Er hatte Schatten unter den Augen. Ich möchte noch einmal mit dir sprechen. Gerne, stimmte Ludwig sofort zu, was Sophie nach seinem Verhalten gestern überraschte. Er sah den Gang hinunter. Ah, da ist ja der Meister, rief er laut und flüsterte leise. Endlich. Wagner kam mit wehenden Jackenschößen den Flur heruntergeeilt. Bester Freund, rief Ludwig ihm entgegen. Ordentlich Zeit hat er sich gelassen, flüsterte er Sophie zu. Erika schnalzte mit der Zunge. Sie mochte Wagner nicht, seitdem er sich einmal zu viele Freiheiten ihr gegenüber erlaubt hatte. Eure Majestät, eure Hoheit. Wagner verbeugte sich vor Ludwig und Sophie, ignorierte Erika und wurde von Ludwig sofort ins Büro komplementiert. Nachdem Wagner hineingegangen war, senkte Ludwig die Stimme wieder. Ich sitze hier fest, sagte er leise zu Sophie. Ich kann warten. Dann gehe am besten in mein Zimmer und warte dort. Das ist bequemer, als hier auf dem Gang zu stehen. Und während du da bist, könntest du vielleicht Brunhilde einfangen. Ich hatte vorhin keine Zeit mehr, sie wieder in den Käfig zu sperren. Gerne, Ludwig. Ich muss dir übrigens nachher unbedingt zeigen, wozu ich sie abgerichtet habe. Es ist ein kleines Wunder. Da bin ich aber gespannt. Sophie fand es üblicherweise amüsant, sich mit Brunhilde zu beschäftigen. Nur den Zeitpunkt empfand sie momentan als etwas unglücklich gewählt. Hatten sie nichts Wichtigeres zu tun? Erika wirkte, als ob sie ein Lachen unterdrücken müsste. Der Gardist untersuchte hochkonzentriert sein Gewehr und hielt den Blick gesenkt. Ach so, und dein Armband liegt auf dem Nachttisch. Nimm es dir, falls du es benötigst, sagte Ludwig, dem die Minen der beiden anderen zum Glück entgingen. Danke. Sophie verzog leicht den Mund. Sie wollte es bei Leibe nicht wiederhaben, aber sie musste. Wenn ihre Mutter auf dem Rückweg aus Salzburg vorbeikam und danach fragte, würde ihre Lügengeschichte nicht ein zweites Mal herhalten können. Kannst du mir bitte vorher noch einen Gefallen tun? flüsterte Ludwig nach seinem Blick in Richtung Büro. Sag es nur, flüsterte Sophie zurück. Gehe bitte zum Major. Er soll in einer Stunde herkommen und vorspiegeln, dass ich eine weitere Audienz habe. Das mache ich gern. Sophie lächelte, auch wenn sie keine Lust hatte, mit Major Lohmann zu sprechen. Sie war noch ein wenig verstimmt, weil er es abgelehnt hatte, sie zu unterstützen. Aber natürlich wollte sie Ludwig den Gefallen tun. Bestens. Ludwig tätschelte Sophie zum Dank etwas unbeholfen die Schulter. Danach komme ich gleich zu dir herüber. Drück mir die Daumen, dass das Unmögliche gelingt und ich die beiden Unversöhnlichen versöhne. Er eilte zurück ins Büro und schloss die Tür. Na, dann komm, Erika. Sophie nickte dem Gardisten zum Abschied zu und zögerte kurz. Wo war noch mal Paul Lohmanns Büro? Ach, richtig. Im Versorgungstrakt. Nicht weit vom Tatort. Zu Major Lohmann? Dem schönsten Privatsekretär aller Zeiten? Erika stieß sich grinsend von der Wand ab. Woher weißt du denn, wie die anderen waren? Sophie wandte sich zum Gehen. Es gab so viele Vorgänger, ich kann mich mit viel Mühe noch an die letzten drei erinnern. Zofenbültin, wir behalten den Überblick. Und du findest ihn wirklich ansprechend? Sophie schritt energisch aus, erinnerte sich an die Glätte des Bodens und verlangsamte das Tempo. Du nicht? Erika hielt diesmal spielend Schritt. Ich finde ihn von seiner ganzen Art zu spröde, um schön zu sein, sagte Sophie unbedacht. Er lacht nie und ich habe Zweifel, ob er überhaupt weiß, was Humor ist. Außerdem, sie unterbrach sich. Es gehörte sich nicht, über einen Mann zu tratschen wie ein Küchenmädchen. Wofür braucht ein Mann Humor, wenn er so gut aussehend und auch noch des Königs Privatsekretär ist? Er ist einer der wichtigsten Männer am Hof. Erika stibitzte sich im Vorbeigehen einen polierten Apfel aus der Schale eines Dieners. Sophie bog schweigend in den Flur zum Versorgungstrakt. Jetzt sei nicht so herzoginnenhaft. Erika biss in den Apfel. Ich verrate es keinem. Heiliges Ehrenwort. Sie hob den kleinen Finger zum Schwur, weil der Rest ihrer Finger den Apfel umfasste. Wie heilig ist dein kleines Finger-Ehrenwort, fragte Sophie spöttisch. Ganz heilig. Lass dir als Beweis dienen, dass ich deiner Mutter gegenüber nichts über den gestrigen Tag habe verlauten lassen, sagte Erika kauend. Hast du ihr überhaupt geschrieben? Durchaus. Was denn, bitteschön? Dass du dich eifrig deinen Studien widmest. Erika schob sich den kompletten Rest Apfel einschließlich des Kerngehäuses in den Mund und kaute darauf herum. So, sagte sie, nachdem sie wieder einen leeren Mund hatte. Jetzt, wo das geklärt ist, was gefällt dir außerdem nicht an Paul Lohmann? Das ist einerlei. Ich werde den Herzog heiraten und meine Mutter würde ohnmächtig werden, wenn sie wüsste, dass ich mir über einen bürgerlichen Gedanken mache. Sophie blieb vor einer unauffälligen hellen Holztür stehen. Und wehe, du schreibst meiner Mutter ein Sterbenswörtchen von unserem Gespräch. Nicht ein Wort, raunte Erika und hob diesmal drei Finger zum Schwur. Ludwigs Sekretär saß in Hemdsärmeln hinter einem vollen Schreibtisch, die Jacke auf die Stuhllehne gehängt. Seine Haare waren ein wenig durcheinander, als ob er sich beim Nachdenken mehrfach hindurchgefahren wäre, was bei ihm erstaunlich dekorativ wirkte. Sophie bemerkte, wie Erika neben ihr erstarrte, als er aufstand und sich seine Jacke überwarf. Eure Hoheit? Erika? Bitte, nehmt Platz. Er bot ihnen zwei Stühle an, die er schnell vor den Schreibtisch zog. Danke. Sophie setzte sich umständlich, weil ihr Rockgestell kaum in den schmalen Zwischenraum zwischen den Stühlen und dem Schreibtisch passte. Erika hatte es mit ihrem schlichteren Kleid leichter. Was kann ich für euch tun? Der Major ging um den Schreibtisch herum und nahm seinen Sitz wieder ein, während er die Jacke zuknöpfte. Vor ihm lagen diverse Akten, Briefe, Depeschen und ein festgebundener schwarzer Ausstattungskatalog, dessen aufgedrücktes Firmensiegel Sophie erkannte. Sie berichtete dem Sekretär kurz von Ludwigs Bitte. Sehr wohl. Ich werde dort sein. Major Lohmann machte etwas wie eine kurze Hab-Acht-Geste im Sitzen, indem er ruckartig den Oberkörper und die Schultern straffte. Ausgezeichnet. Dann wollen wir euch nicht länger lästig fallen. Erika? Sophie griff ihren Rock und erhob sich halb. Nach der letzten Begegnung hatte sie keine große Lust mit Major Lohmann mehr als das Nötigste zu sprechen. Erika rührte sich nicht. Einen Augenblick bitte, eure Hoheit. Ludwigs Sekretär erhob sich ebenfalls halb, weil es sich für ihn nicht gehörte, zu sitzen, wenn Sophie es nicht hat. Ja, bitte? Sophie ließ sich wieder auf ihrem Stuhl nieder. Karl hat mich gebeten, euch etwas auszurichten. Er sagte, ihr wartet auf die Informationen. Der Sekretär nahm ebenfalls wieder Platz und warf Sophie einen fragenden Blick zu, vermutlich, um zu erkunden, ob er vor Erika frei sprechen konnte. Erika war bei meinem Gespräch mit Karlchen anwesend, beantwortete Sophie seine stumme Frage. Sie ist über alles im Bilde. Erika verfolgte jede von Paul Lohmanns Bewegungen mit fast religiösem Eifer. Sophie war überrascht und auch ein bisschen belustigt über die Wirkung, die Ludwigs Mann auf ihrer Zofa ausübte. Der stutzte, als er Erikas Hingabe bemerkte und fingerte nervös an seinem Kragen. Was gibt es zu berichten? Sophie gab Erika einen kleinen Tritt gegen den Fuß, ohne dass ihr gegenüber es sehen konnte. Autsch, machte diese, obwohl es nicht wehgetan haben konnte und nahm ihre Augen nicht vom Sekretär. Karl lässt übermitteln, dass es über Außenminister Althofen vielversprechende Neuigkeiten gibt, sagte Lohmann etwas zu hastig. Entweder hatte er die stumme Interaktion zwischen Sophie und Erika doch bemerkt, oder letztere wurde ihm langsam unheimlich. Und welche? Sophie schaute demonstrativ zu Erika. Was ist? fragte die, als sie aus ihrer Verzückung für einen Augenblick auftauchte. Du, Sophie fehlten plötzlich die Worte. Wie sagte man dezent, höre auf, den Mann anzustarren, der arme Kerl wird bereits ganz hektisch. Darauf hatten keine höfische Etikette und Erziehung sie vorbereitet. Sie gab auf. Erika war erwachsen und hatte wie jeder Mensch das Recht, sich zum Narren zu machen, wenn sie es wünschte. Und Major Lohmann konnte für sich selbst sorgen. Es gibt Ärger zwischen Althofen und seinem Assistenten, brachte der Major Sophie abrupt wieder zum Thema zurück. Worum geht es dabei? Sophie konzentrierte sich auf den Ausstattungskatalog. Sie wollte Ludwigs Sekretär nicht anstarren. Eine, die das tat, reichte. Althofen ist mit seiner Arbeit nicht zufrieden und hat ihm mehrfach mit der Kündigung gedroht. Der Assistent, ein Michael Franzen, wiederum soll gegenüber Freunden geäußert haben, dass er seinen Chef umbringt, wenn der ihn kündigt. Und jetzt kommt es, Hoheit. Der Assistent hat im letzten Krieg ein Auge verloren. Ist nicht wahr, rutschte es Sophie heraus. Ihr Blick flackerte vor Überraschung nun doch für einen Moment zu Ludwigs Sekretär. Ich war auch verblüfft. Major Lohmann erwiderte den Blick für eine Sekunde. Wusstet ihr, dass er sich am Tag des Attentats krank gemeldet hat? Er hätte eigentlich an dem unglücklichen Treffen teilnehmen sollen. Sophie fasste zusammen, was von Hagen ihr berichtet hatte. Der Major fixierte die Akten vor sich, hörte aber aufmerksam zu. Aber wenn er krank ist, kann er nicht der Täter sein. Mit Fieber trifft man keinen Scheunenpfosten, meldete Erika sich zu Wort, nachdem Sophie fertig war. Er könnte die Krankheit vorgetäuscht haben, sagte Sophie. Das geht leicht. Oder das Fieber ist der Grund, warum er vorbeigeschossen hat, als er Althofen treffen wollte, ergänzte Ludwigs Sekretär. Ich werde mit Ludwig darüber reden. Der kann von Hagen noch einmal zu ihm schicken. Oder noch besser, wir gehen selbst ins Dorf und befragen den Assistenten, entschied Sophie. Krank ist krank, brummte Erika. Der war es bestimmt nicht. Außerdem, wer bringt schon seinen Chef um, nur weil der sperrig ist? Sophie versuchte, sich nicht angesprochen zu fühlen. Oder war sie etwas sperrig? Wir werden sehen, ignorierte sie Erikas Einwand. Das bedeutet jedenfalls, wir haben inzwischen sowohl Motive für einen Mord am Außenminister als auch an von Pfistermeister, resümierte sie nachdenklich. Und an von Gersen, setzte Lohmann hinzu. »Warum sollte den jemand töten wollen?« fragte Sophie. »Vielleicht, weil jemandem die Verhandlungen mit den Preußen nicht genehm sind. Es gibt genug Menschen hier, die die Preußen hassen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich selbst kein großer Freund von ihnen. Major Lohmann klappte den Ausstattungskatalog auf. »Warum nicht?« Sophie konnte sich die Antwort denken, wollte aber nichts unterstellen. »Weil viele gute Freunde von mir im Krieg gegen die Preußen gefallen sind. Und « er blätterte im Katalog herum, ohne ihm seine Aufmerksamkeit zu schenken. »Das tut mir sehr leid«, sagte Sophie leise. Auch sie kannte Familien, die Söhne und Ehemänner verloren hatten. »Vielen Dank, Eure Hoheit.« Lohmann schob den Katalog beiseite und schien damit gleichzeitig die Erinnerungen wegzuschieben. Seine Mine, die einen Augenblick menschlich gewirkt hatte, verschloss sich wieder und wurde zu der glatten Maske, die er immer zur Schau trug. »Aber wenn von Gersen das beabsichtigte Opfer war, lenkte Sophie ab, warum dann der zweite und der dritte Schuss? Von Gersen war ja schon getroffen. Vielleicht wollte der Täter sicher gehen, dass er ihn gänzlich Paul-Lohmann induzierten Entzücken gänzlich aufzutauchen. Aber von Gersen war am Boden. Der Täter konnte ihn vom Innenhof aus nicht mehr sehen und daher auch nicht mehr ins Visier nehmen. Und mit jeder Sekunde, die der Täter im Innenhof blieb, erhöhten sich die Chancen, dass er entdeckt wurde. Er hatte nach den Schüssen nur fünf Minuten, um zu entkommen. Das ist äußerst knapp, entgegnete Sophie. Mag sein, aber vielleicht wollte er einen möglichst grandiosen Abgang hinlegen und schlicht Angst und Schrecken verbreiten, schlug Erika vor und zog den offenen Ausstattungskatalog zu sich herüber. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, eure Hoheit, sagte der Major zu Sophie, während Erika eine Doppelseite betrachtete, die Reihen von Fotografien mit unterschiedlichen Türklinken zeigte. Ich habe vorgestern nicht gründlich genug erklärt, warum ich euch bei euren Nachforschungen nicht unterstützen wollte. Ich war müde, aber dennoch war es ein Versäumnis, daher möchte ich das nachholen. Bitte. Sophie machte eine hoffentlich elegante Handbewegung. Ich habe gesagt, ich würde euch nicht helfen, weil ich nicht hinter dem Rücken des Königs agieren will. Ich bin ihm zur Loyalität verpflichtet und nur ihm. Das ist selbstverständlich, das bin ich ebenso, aber ich glaube, auch ein Monarch kann ein wenig Eigeninitiative seiner Mitarbeiter gebrauchen, wohl dosiert meinetwegen, aber nichts desto trotz, entgegnete Sophie. Die ist schön, Erika zeigte auf eine Türklinke, die wie eine kleine dicke Putte gestaltet war. Du magst dicke Engel an Tür griffen? Sophie reckte den Hals, um das hässliche Ding besser ausmachen zu können. Die Fotografien waren recht klein. Warum nicht? Welche gefallen euch denn? Erika hielt erst Sophie, dann Paul Lohmann den Katalog hin und lächelte ihn dabei mit ihren gesunden weißen Zähnen an. Wenn ich das nur wüsste, für mich sehen die alle wenig überzeugend aus, antwortete er ernst. Welche findet ihr denn angemessen, eure Hoheit? Wofür? Für die neue Burg Hohenschwangau. Der König möchte, dass ich ihm Vorschläge für Türklinken unterbreite. Und ihr meint, ich weiß, welche er bevorzugt? Vermutlich besser als Unverständnis darauf. Ich meine, wieso reicht ein normaler Knauf nicht aus? Und wer sucht sich bitte schön Blitze als Türklinken aus? Niemand, dem etwas an seinen Handflächen liegt, entgegnete Sophie. Major Lohmann runzelte die Stirn. Richtig, Humor war nicht seine Sache. Mir gefallen sonst noch die Blumen, erklärte Erika. Zu wenig ritterlich, sagte Sophie automatisch. Innerlich verdrehte sie die Augen. Sie konnte nicht fassen, dass sie hier saß und über Türklinken redete. Eine Viertelstunde später war Sophie zurück vor Ludwigs Gemächern. Sie war alleine. Erika hatte sich nach oben ins Bett getrollt, was Sophie die Muße gab, ihre Überlegungen im Mordfall einmal systematisch zu ordnen und das anstehende Gespräch mit Ludwig zu durchdenken. Sie war aufgeregt wegen der Neuigkeiten zu Althofens Assistenten, aber auch verunsichert. Erstens wollte sie verhindern, dass Ludwig den Mann gleich festnehmen ließ, nur weil ihm ein Auge fehlte, und zweitens waren insgesamt so viele Facetten zu bedenken. Sie hatte sich von Major Lohmann Papier und Feder geben lassen und plante in Ludwigs Zimmer in Ruhe alles aufzuschreiben, was sie bislang wusste. Diese Vorgehensweise half ihr in anderen Lebenslagen häufig weiter. Ach ja, und Brunhilde sollte sie ja auch noch einfangen, hatte Ludwig sie gebeten. Sie stutzte kurz an der Tür. Der Gardist von vorhin war nicht mehr an seinem Platz. Sollte er Ludwig nicht beschützen? Jeder Zeit? Sophie ging zum Büro und Ludwigs Stimmen hören, ohne einzelne Worte ausmachen zu können. Dort schien alles in Ordnung zu sein. Sie kehrte auf die andere Seite des Flores zurück. Vermutlich musste auch ein Gardist ab und zu einem persönlichen Bedürfnis nachgehen. Hauptsache er beeilte sich. Sonst gab es Ärger mit von Hagen, wenn der herausfand, dass die Wache nicht auf ihrem Posten war. Sie drückte die Tür zu Ludwigs Gemächern auf und schloss sie sanft wieder hinter sich. Plötzlich schlich sie das unbestimmte Gefühl, nicht alleine zu sein. Eine Bewegung ließ sie nach links sehen. Dort stand an Ludwigs Schrank, nach vorne gebeugt und in voller Uniform, aber ohne seinen Helm, von Hagen. Er bemerkte Sophie und straffte die Schultern. Aus irgendeinem Grund hatte er seine weißen Gala-Handschuhe an. War heute ein Feiertag, den sie vergessen hatte? Eure Hoheit? Von Hagen machte einen Schritt nach vorne und gab den Blick auf das Gewehr frei, das hinter ihm auf dem Boden lag, daneben ein einfaches Tuch aus Baumwolle. Ich wusste nicht, dass ihr hier auf Ludwig wartet. Sophie brach ab. Irgendetwas stimmte nicht. Ludwig hätte es von Hagen nie erlaubt, hier alleine zu verweilen. Das war nur Sophie und Karlchen gestattet. Alle anderen ließ Ludwig im Ankleidezimmer, im Büro oder sonst wo auf ihn warten, aber nicht hier in seinem privaten Refugium. Außerdem hatte Sophie von Hagen versprochen, ihm Bescheid zu geben, wenn Ludwig sich für ihn Zeit nahm, und das hatte sie noch nicht getan. Was tut ihr hier, Kommandant? fragte sie und kam sich gleichzeitig dumm vor. Aber sie hatte das Gefühl, etwas sagen zu müssen. Von Hagen holte statt einer Antwort eine schwarze, schrecklich aussehende Pistole aus seiner Jackentasche hervor und legte auf Sophie an. Blatt und Feder glitten ihr aus den Fingern. Wie alle Adeligen war sie von Kindesbeinen an auf der Jagd gewesen und konnte auch selbst eine Jagdwaffe führen. Aber nie hatte jemand einen Lauf auf sie gerichtet, schon gar nicht in der Absicht, ihr zu schaden oder sie zu töten. Sie öffnete den Mund. Ludwig war gleich nebenan, wenn er sie hörte, würde er kommen. Wenn ihr schreit, schieße ich, sagte von Hagen, der ihre Absicht erkannte. Seine Stimme klang anders, energischer, nicht so unsicher und abwesend wie sonst. Auch seine Mimik war ungewohnt, zielgerichtet und fokussiert. Sophies Herz begann zu rasen. Das hier war nicht der harmlose von Hagen, den sie seit Jahren kannte. Das war ein anderer Mann. Einer, der gefährlich war. Und um das zu erkennen, hätte sie die Waffe gebraucht, deren Lauf direkt auf ihr Herz zielte. Hier herüber, von Hagen zeigte zum Bett. Sophies Glieder waren plötzlich schwer wie Blei. Macht schon, Hoheit, herrschte von Hagen sie an und winkte mit dem Lauf der Waffe. Wenn ihr schießt, sind sofort alle hier. Ludwig und Wagner sind gleich nebenan. Sophie bewegte sich nicht. Selbst wenn sie es gewollt hätte sie es nicht gekonnt. Das hilft euch dann nur bedauerlicherweise nicht mehr. Von Hagen kam langsam näher, die Pistole weiter im Anschlag. Selbst sein Humpeln war nicht so ausgeprägt wie sonst. Die Furcht brachte nun doch Leben in Sophie und sie wich zurück, bis sie mit dem Rücken gegen die Tür prallte. Wenn ihr mir gehorcht, lasse ich euch leben. Ich hege keinen Groll gegen euch, sagte von Hagen, dessen Augen keine Emotionen zeigten. Ich glaube euch kein Wort, flüsterte Sophie. Wenn er sie leben ließ, musste er sich auf eine lebenslange Flucht begeben. Wenn er sie tötete, konnte er unentdeckt und in Freiheit bleiben. Er musste nur behaupten, dass der Attentäter wieder zugeschlagen hatte. Das würde keiner infrage stellen. Dann glaubt mir eben nicht, es ist einerlei. Von Hagen machte einen weiteren Schritt auf sie zu. Eine Bewegung über Sophie ließ sie aufmerken. Brunhilde schaukelte auf der Kronleuchterkette und schaute fast philosophisch gelassen auf von Hagen hinunter. Aber der Papagei würde sie nicht retten können. Das Einzige, was Sophie retten konnte, war sie selbst. Sie musste Zeit gewinnen, um nachzudenken und einen Plan zu entwickeln, wie sie von Hagen überwältigen konnte, ohne ihm dabei zum Opfer zu fallen. Warum tut ihr das? fragte sie und versuchte gleichzeitig eine Waffe zu finden. Doch es gab nichts außer dem offenen Vogelkäfig auf dem Tisch neben dem Bett, daneben die Tüte mit den Sonnenblumenkernen, die fast leere Pralinen Schale und ihr Rubin Armband. Glaubt ihr, das werde ich euch sagen? Euch, der Favoritin des Königs? Von Hagen stand jetzt unmittelbar vor ihr. Sophie wollte ihm ausweichen, aber von Hagen presste sie mit unerwarteter Geschwindigkeit roh gegen das Holz der Tür, sodass sie sich nicht rühren konnte. Er drückte ihr den Lauf der Pistole an die Schläfe und dirigierte sie damit zu Ludwigs Schlafplatz. Dort nahm er mit der freien Hand ein Kissen vom Bett. Sophies Schultern sackten herunter. Sie war verloren. Die Kirchturmuhr schlug elf. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten Gros Malheur Wagner und Funkenberg zerren aufs Ärgste an meinen geschundenen königlichen Nerven. Notiz Festungshaft für beide möglich? Gleich neben den Preußen? Ludwig hatte es satt. Seine Friedensbemühungen waren auf ganzer Linie gescheitert. Er riss sich unwillkürlich an seinen formidablen Stirnlocken. Dann ließ er die Hand sinken. Wieso sollte er sich verunstalten? Besser wäre es Funkenberg und Wagner die Haare auszureißen. Die beiden waren das Problem, nicht er. Der Meister wäre sogar in Reichweite. Er stand nur einen halben Meter entfernt am Fenster neben Ludwigs Schreibtisch, die Arme vor der Brust verschränkt. Den erzohnten Funkenberg hingegen hätte Ludwig nur vors Knie treten können. Der saß ihm immer noch gegenüber, unbeweglich wie eine Statue und bleich vor Wut, im Gegensatz zu Wagner, der bis gerade wie eine Aufziehfigur durch das Büro gewandert und knallrot vor Zorn war. Ludwig hatte mehrfach versucht, die beiden Kontrahenten zu einem friedlichen Austausch zu bringen, doch er hatte bei beiden auf Granit gebissen. Just in diesem Moment betrachtete Funkenberg Wagner mit einem Gesichtsausdruck, der Wasser innerhalb von Sekunden hätte gefrieren lassen können. Ihr habt versucht, meine Karriere zu zerstören. Seine Stimme war genauso eisig wie seine Miene. Nicht ich habe damit angefangen. Wagner war entweder unbeeindruckt von den menschlich frostigen Temperaturen oder er bemerkte sie schlicht nicht. Ludwig tippte auf Letzteres. Ihm war schon bei anderen Gelegenheiten aufgefallen, dass sein Freund nicht empfänglich für die emotionalen Schwingungen anderer Menschen war. Das war bei Ludwig zum Glück anders. Der König hatte ein ausgezeichnetes Gespür für diese Dinge. Ludwig nahm eine frische Zigarette zwischen die Finger und er ließ es aber sie anzuzünden. Sein Hals kratzte bereits von »Ihr habt behauptet, ich würde zu viel Geld für das Orchester in München ausgeben. Dabei versteht ihr nichts von Kunstwerter, Herr Minister. Nichts!« fauchte Wagner, ehe Ludwig zu Wort kommen konnte. Funkenberg machte Anstalten darauf, etwas Hitziges zu erwidern. »So kommen wir nicht weiter. Ich bin mir sicher, das war ein Missverständnis. Minister Funkenberg hat nur seine Aufgaben wahrnehmen wollen. Es ist seine Pflicht, die Ausgaben gering zu halten, nicht wahr?« warf Ludwig eilig ein. Er kam sich gänzlich verlogen vor. Schließlich war er es, der sonst mit diesem knauserigen Funkenberg darüber stritt, dass Ludwig angeblich zu viel Geld ausgab. »Ganz richtig, Eure Majestät, genau das ist meine Aufgabe.« Der Finanzminister betonte das Wort Aufgabe und maß Ludwig mit einem Blick, der fast genauso schlimm war wie der, mit dem er Wagner eben bedacht hatte. Ludwig spannte den Oberkörper an. Es gehörte sich nicht für einen Untergebenen seinen König so anzusehen. Es klopfte. Gott sei Dank, das musste der Major sein. Ludwig legte die Zigarette ab, stand auf und eilte zur Tür. »Major Lohmann«, sagte er hoch erfreut zu seinem Sekretär, der wie erwartet im Flur stand, einen dicken Ordner als Alibi unter dem Arm. »Ihr habt euren Termin um elf Uhr, Eure Majestät«, sagte Ludwigs Mann laut und deutlich, vermutlich, damit Funkenberg und Wagner es gut hören konnten. »Hach, natürlich«, antwortete Ludwig genauso laut und deutlich, »der Termin um elf, dass es schon so spät ist, war mir nicht bewusst. Er drehte sich zu Wagner und Funkenberg, die sich beide böse anstarrten. »Ach, ich denke, wir müssen unseren weiteren Austausch leider verschieben, meine Herren, die Pflicht ruft. Aber ihr habt die Unterlagen noch nicht gesehen, die ich mitgebracht habe, Eure Majestät. Und ich verlange eine Entschuldigung von Herrn Wagner«, begehrte Funkenberg auf. »Und ich habe kein ausreichendes Budget fürs Orchester. Außerdem gibt es keinen Grund, mich zu entschuldigen«, gab Wagner zurück. »Wie ignorant ihr seid«, zischte Funkenberg. »Bitte lasst die Unterlagen wie immer vom Pfistermeister zukommen«, wies Ludwig Funkenberg an, »und wegen des Budgets und der anderen Themen werden wir noch einmal sprechen müssen. »Sehr wohl, Eure Majestät«, Funkenberg neigte den Kopf. »Ja, Eure Majestät«, Wagner schob kämpferisch das Kinn nach vorne. »Nun denn«, Ludwig verharrte abwartend am Ausgang, doch weder Wagner noch Funkenberg machten Anstalten zu gehen. Wo war nur der bedingungslose Gehorsam dem Souverän gegenüber geblieben? Das wäre Ludwig XIV. sicher nicht passiert. »Meine Herren«, ertönte Lohmanns Stimme aus dem Flur, »Ich darf Sie bitten, Seine Majestät jetzt zu verlassen. Er muss sich auf den neuen Termin vorbereiten.« Funkenberg hatte ein Einsehen, denn er stand auf, nahm seine Unterlagen, verbeugte sich und schritt zur Tür. Wagner eilte augenblicklich hinterher. Leider kamen beide zur selben Zeit am Ausgang an. Jetzt stand Funkenberg rechts, Wagner links, der König in der Mitte. Ludwig hatte sofort das Gefühl, in ein Kriegsgebiet geraten zu sein. in dem Blicke wie Geschosse über die königliche Armee, also ihn, fegten. Schnell, aber angemessen majestätisch, trat er zu Paul in den Korridor und und wartete darauf, dass Funkenberg und Wagner ihm nachfolgten. Doch keiner von beiden wollte dem anderen den Vortritt lassen, sodass sie beide vor der Tür in einem Patt verharrten. Ludwig rollte innerlich mit den Augen, schenkte ihnen ein huldvolles Nicken und schritt zu seinem Schlafgemach. Sollten die beiden sich alleine die Köpfe einschlagen, er hatte alles versucht, was in seiner Macht stand. Er hoffte nur, sein Büro bliebe unversehrt. Ludwigs Sekretär öffnete die Tür zu Ludwigs Schlafzimmer und ließ ihn als Ersten eintreten, wie es sich schickte. Der trat vor Scherein, froh, endlich den beiden Widersachern entgangen zu sein. Die Kirchturmuhr schlug elf. Sophie starrte von Hagen an, der mit dem Rücken zum Bett vor ihr stand und mit der Pistole aus einem Abstand von ungefähr anderthalb Metern direkt auf ihr Herz zielte, das Kissen unter den Arm geklemmt, grässliche Entschlossenheit im Blick. In Sophies Ohren rauschte es. Wie durch Watte hörte sie, wie die Zimmertür links hinter ihr geöffnet wurde. Bitte nach euch, Eure Majestät, erklang Major Lohmanns Stimme, und Der Duft von seinem Parfüm wehte zu ihr herüber. Sie ließ von Hagen nicht aus den Augen, der die beiden Männer natürlich ebenfalls bemerkt hatte. Er schwenkte den Lauf ein wenig in Richtung von Ludwig und seinem Sekretär, so dass Sophie sich traute, für einen Moment vorsichtig aus dem Augenwinkel über die Schulter zu spähen. Ludwig befand sich noch in der Nähe der Tür und offenbar fiel es ihm schwer, von Hagen mit der Waffe in der Hand und Sophie zu einem sinnvollen Bild zu verschmelzen. Major Lohmann, der gleich hinter Ludwig stand und die Finger noch an der Türklinke hatte, schien sich schneller zu fangen, denn sein Blick wanderte zu Sophie und wieder zurück zu von Hagen. Schließ die Tür, sagte von Hagen. Sofort! Der Sekretär zögerte. Von draußen auf dem Gang drangen Stimmen herein. Eine davon war eindeutig Wagners durchdringendes Organ. Der Meister ereiferte sich offenbar immer noch über irgendetwas. Die Tür! Sonst erschieße ich die Herzogin! Von Hagen richtete die Waffe wieder auf Sophie, die hinter sich tastete, um sich abzustützen. Sie hatte das Gefühl, sich nicht länger aufrechthalten zu können. Aber hinter ihr war nichts außer Luft. Der Major schloss vorsichtig die Tür. Ich verlange zu wissen, was hier vor sich geht, herrschte Ludwig von Hagen an. Und nehmt sofort die Pistole von meiner Cousine, ihr grober Mensch. Empört stemmte er die Hände in die Hüften. Schweigt, bellte von Hagen. Wie bitte? Schweigt? Und das zu eurem König? rief Ludwig konsterniert. Was geht hier vor, von Hagen? Lohmann kam langsam näher. Keine Bewegung, nicht einen Schritt, sonst stirbt sie. Von Hagen atmete flach und schnell. Nicht schießen. Ludwigs Sekretär blieb stehen. Er streckte seine Arme aus und zeigte seine Handflächen, wahrscheinlich um von Hagen zu beruhigen und ihm zu signalisieren, dass er keine Absicht hatte, ihn anzugreifen. Was ist das für ein Benehmen? Unerhört! Ich sagte, leg die Waffe weg von Hagen, donnerte Ludwig dazwischen. An von Hagens Schläfen liefen Schweißperlen herunter und die Pistole, deren Lauf jetzt auf Ludwig zeigte, zitterte deutlich. Er wirkte wie ein Mann, der kurz davor stand, die Kontrolle zu verlieren. Und wenn er das tat, würde zumindest einer von ihnen sterben. Macht keine Dummheiten, Kommandant, mahnte Lohmann, der das ebenso zu sehen schien. Wir sind zu viele für dich. Gib auf, du Schurke, rief Ludwig. Sophie stöhnte innerlich. Sie liebte Ludwig, aber Zurückhaltung war nicht seine Stärke. Wenn ihr nicht tut, was ich sage, dann werdet ihr alle nicht lebend rauskommen, zischte von Hagen. Was willst du? Lohmanns erhobene Hände zitterten kein bisschen. Das war unheimlich. Niemand konnte in so einer Situation gelassen bleiben. Ihr bleibt, wo ihr seid. Und ihr, von Hagen wies mit dem Lauf wieder auf Sophie, ihr bindet den beiden die Handgelenke. Was? Sophie konnte nicht verhindern, dass ihre Stimme bebte. Sie wäre gern mutig und furchtlos gewesen, aber die Wahrheit war, sie hatte schreckliche Angst. Um sich und ihr Leben, aber auch um das von Ludwig und Major Lohmann. Im Schrank ist eine Leibbinde, von Hagen deutete mit dem Kinn auf das Möbelstück. Die Silberne, na los! Er trat neben sie, stieß ihr die Waffe in den Rücken und schob sie damit vorwärts. Sophie ging zögerlich an Lohmann und Ludwig vorbei zum Schrank. Vom Schrankboden schaute ihr Siegfried entgegen, den von Hagen mit einem von Ludwigs Seidenhemden wie eine kleine Mumie eingewickelt und verknotet hatte, sodass nur seine Nase und die hervorstehenden Augen hervorschauten. Er vermittelte den Eindruck extremer Kränkung ob dieser Behandlung. Sophie schaute suchend an ihm vorbei in den Rest des Schrankes. Im mittleren Fach lag neben Ludwigs Hemden eine Art silberne Scherpe oder Bauchbinde, wie Herren sie zum Frack trugen. Sie nahm sie heraus, drehte sich zu von Hagen um und hielt sie fragend in die Höhe. Der bedeutete ihr, damit zu Ludwig und Major Lohmann zu gehen. Ihn zuerst! Er zeigte auf den Sekretär. Sophie trat an Lohmann heran und hob die Scherpe. Ihn zuerst! Der Verräter von Hagen zeigte mit seinem mehrschüssigen Perkussionsrevolver auf Major Lohmann. Der Revolver war brandneu und ein Teil von Ludwig hätte gern einmal ausprobiert, wie es sich mit der neuen Trommel schoss. Ein anderer Teil von ihm war gekränkt, weil von Hagen Ludwig offenbar für weniger gefährlich hielt als dem Major. Wie konnte das sein? Er war der König und wenn hier jemand gefährlich war, dann er. Nicht sein Sekretär, auch wenn der noch so heldenhaft gebaut war. Ludwig wurde so wütend, dass er sich an seiner eigenen Spucke verschluckte und hustete. Von Hagen hielt den Revolver in die Höhe und zielte auf Ludwigs Brust. Oh, machte Ludwig unwillkürlich und vergaß zu husten. Von Hagen starrte ihn mit Mord in den Augen an und Ludwig bekam eine Gänsehaut. Von Hagen war also der Attentäter? Wie hatte der seine wahre bösartige Natur und schändlichen Pläne nur so lange verbergen können? Und was hatte er nun mit ihnen vor? Er wollte sie selbstverständlich erledigen, beantwortete Ludwig sich seine Frage sofort selbst. Ansonsten wären des Mörders Tage auf Erden gezählt. Sophie begann die silberne Leibbinde um Lomans Handgelenke zu wickeln. Sie tat dies langsam und umständlich. Wahrscheinlich wollte sie ihnen Zeit verschaffen. Aber um was zu tun. Wenn Ludwig schrie, schoss von Hagen. Das war klar. Sich auf ihn zu stürzen war nicht möglich. Er war zu weit entfernt. Außerdem hatte Ludwig kein gesteigertes Interesse daran, von Kugeln durchsiebt zu werden. Also was tun? Was? Der Major und Sophie waren nur eine Körperlänge von ihm entfernt, so nah, dass Ludwig die Anspannung in Sophies Gesicht erkennen konnte. Er musste sie retten. Erstens, weil sie ihm lieb und teuer war, aber auch, weil Ludowika ihn, König hin oder her, umbringen würde, wenn ihrer Tochter in seiner Obhut etwas zustieß. Und seinen Sekretär musste Ludwig ebenfalls retten. Der sollte möglichst auch nicht sterben. Von Hagen bewegte sich mit der Waffe im Anschlag weg vom Bett in die hintere Ecke des Raumes ans Fenster, wobei er abwechselnd Sophie und Lohmann sowie Ludwig fixierte. Noch immer hielt er das Kissen unter dem Arm. Vermutlich wollte er es als Schalldämpfer vorstellen, was von Hagen mit den Preußen gemeinsame Sache hatte machen lassen. Schließlich hatte er seine Beinverletzung eben diesen Preußen zu verdanken. Aber was auch immer der Grund dafür war, es würde für ihn ein leichtes sein, sie alle nacheinander zu ermorden, sobald sie erst mal gefesselt wären. Deshalb durften sie sich nicht fesseln lassen. Auf keinen Fall. Das musste unter Aufbietung aller Kräfte verhindert werden. Ludwig schaute sich nach einer Waffe um, entdeckte aber nichts. Dann erregte eine Bewegung über ihm seine Aufmerksamkeit. Es war Brunhilde, die auf der Kette vor sich hinschaukelte, den Kopf geneigt, als ob sie auf etwas wartete. Ludwig spähte zum Nachttisch, wo das Rubin Armband lag. Unauffällig spähte er weiter zu von Hagen, der jetzt am Fenster stand, ein paar Meter von Sophie und dem Major entfernt. Erster ließ das lange Gewebe fallen, entschuldigte sich bei von Hagen und hob es auf. Ludwig nutzte die Gelegenheit und schob sich geräuschlos zum Nachttisch, der zum Glück nicht weit weg war. Er griff sich langsam und vorsichtig das Armband. Es fühlte sich kalt an, als er die Faust herumschloss, Sophie hatte die lange Stoffbahn nun mehrmals um Lohmanns Handgelenke gewickelt und war dabei, den Stoff festzuziehen. Ludwig spürte, wie sein Herz heftig klopfte. Er musste handeln, jetzt oder nie. Fang! brüllte er und warf das Armband in von Hagens Richtung. Der zuckte zusammen, vermutlich, weil er dachte, er würde angegriffen. Seine Pistole schwenkte einen Augenblick beiseite, während Brunhilde wie ein Falke im Sturzflug auf das Armband hinunterstieß und von Hagens Sicht für einen kurzen, kostbaren Augenblick versperrte. Sophie duckte sich geistesgegenwärtig zur Seite weg. Der Major warf sich mit seinen gefesselten Händen und seinem ganzen Körper gegen von Hagen und brachte diesen mit dem Ansturm aus dem Gleichgewicht. Beide gingen zu Boden und ein Donnerschlag hallte plötzlich durch das Zimmer. Aus der Waffe hatte sich an Schuss gelöst. Sophie sprang beiseite, als sie Ludwig rufen hörte. Weg von der Waffe, weg vom Kommandanten. Sie reagierte aus reiner Intuition und hatte keine Idee, was Ludwig vorhatte. Brunhilde flatterte wild und begeistert gackernd hinter etwas glitzerndem her, das vor von Hagens Füßen landete. Sie stieß wie ein Adler darauf herab. Von Hagen wich einen Schritt zurück und zielte auf Brunhilde, offenbar nicht sicher, ob das ein Angriff war und wenn ja, von wem. Lohmann nutzte die Gelegenheit und stürmte mit gesenktem Kopf an Sophie vorbei. Er warf sich gegen von Hagen. Sie gingen in einem Gewühl aus Armen und Beinen zu Boden. Ein krachender Schuss löste sich aus der Waffe. Sophie duckte sich instinktiv neben den Schrank, obwohl das unlogisch war. Einem Schuss konnte man nicht ausweichen. War jemand getroffen? Sie schaute mit zitternden Knien an sich herunter. Kein Blut, kein Schmerz. Sie schien unverletzt. Sie wandte sich zu Ludwig, der zur Tür eilte, diese aufriss und nach der Wache schrie. Dann blickte sie zu von Hagen und Lohmann, die auf dem Hagen hatte die Waffe nicht losgelassen. Er hielt sie mit ausgestrecktem Arm weit von sich über seinen Kopf. Lohmann versuchte seinerseits an die Pistole zu gelangen, aber die Leibbinde, die sich immer noch um seine Handgelenke wand, beschränkte ihn in seinen Bewegungen. Von Hagen schaffte es, die Waffe millimeterweise und unter großen Anstrengungen nach unten auf Lohmanns Gesicht zu richten. Sophie keuchte vor Angst. Ludwig war aus dem Zimmer verschwunden und rief draußen auf dem Flur weiter nach der Wache. Sie war hier auf sich allein gestellt. Brunhilde flatterte einmal mehr durch die Luft, landete auf dem Nachttisch und machte Anstalten in ihren Käfig zu klettern, Sophies Armband im Schnabel. Der Käfig, der war aus Messing und schwer genug. Sie stürzte zum Nachttisch, griff sich den Vogelkäfig, rannte damit zu den beiden Kontrahenten, hob den Vogelkäfig mit aller Kraft in die Höhe und betete, dass sie den richtigen Mann treffen würde. Dann ließ sie das schwere Metallgestell hinuntersausen. Ein Moment schien gar nichts zu geschehen, doch dann machte von Hagen einen laut, der eine Mischung aus Stöhnen und Schluck auf war und sagte schlaff in sich zusammen, war. Die Waffe! Lohmann stützte sich mit den gefesselten Händen auf von Hagens Brust ab. Sophie ließ den Käfig fallen, griff sich das monströse Mordwerkzeug und warf es weit von sich. Der Revolver schlitterte unter das Bett. Im selben Augenblick kamen zwei bewaffnete Wachen hereingestürmt, gefolgt von einem wutschnaubenden Ludwig sowie Funkenberg und Wagner, die weniger besorgt Ludwig zeigte auf von Hagen, der mit ausgestreckten Armen und Beinen auf dem Boden lag. Die beiden Wachen machten kurzen Prozess. Wenn es sie wunderte, dass sie den Chef ihrer eigenen Wache festnahm, dann zeigten sie es zumindest nicht. Sie griffen von Hagen unter den Achseln und zogen ihn mit einem Ruck in die Höhe, sodass er zwischen ihnen beiden zum Stehen kam, noch halb betäubt von dem Schlag mit dem Käfig. Sophie beugte sich zu Paul Lohmann herunter, der auf dem Boden kniete und löste den Stoff von seinen Armen. Seid ihr unverletzt, Hoheit? Paul Lohmann rieb sich die Handgelenke. Er hatte eine blutende Wunde auf der Stirn. Ja, sagte sie, obwohl sie das Gefühl hatte, alles wie durch Watte zu ihnen zu helfen. Ich denke, ja. Er nahm ihre Hand, kam in die Höhe und gab sie augenblicklich wieder frei, sobald er stand. Hier. Sophie reichte ihm ihr neues Seidentuch, das sie heute Morgen in ihren Ärmel auf Schlag gesteckt hatte. Danke, eure Hoheit. Der Major nahm es entgegen und tupfte sich damit über die blutende Stirn. Ich denke, der Dank gebührt euch. sagte Sophie, was selbst für sie seltsam formell klang. Aber wie bedankte man sich dafür, dass jemand einem das Leben gerettet hatte? Wofür? Major Lohmann schaute sie skeptisch an. Dafür, dass ihr euch mit gefesselten Händen auf einen bewaffneten Mörder geworfen habt. Sophie versuchte es nicht wie einen Vorwurf klingen zu lassen. Es war mutig, aber auch ziemlich tollkühn gewesen. Wenn ihr es so sagt, klingt es irgendwie überragend dumm, entgegnete der Major, der die stumme Botschaft offenbar verstanden hatte. Das könnte man wohl sagen, Sophie lächelte ihn vorsichtig an. Ich denke, auch ich schulde euch meinen Dank, Hoheit. Ohne euren beherzten Einsatz mit dem Käfig, er lächelte zurück. Ein kleines, kaum wahrnehmbares Lächeln, aber immerhin. Sophie nickte und wandte sich ab. Sie klaubte Siegfried aus dem Schrank, wickelte ihn aus Ludwigs Hemd und setzte den Mops behutsam ab. Offensichtlich erleichtert darüber, endlich befreit zu sein, drehte der kleine Hund schwanzwedelnd ein paar Pirouetten um sie herum. Dann nahm sie den Käfig, der eine deutliche Delle aufwies, wo er mit von Hagens Stirn kollidiert war, stellte ihn ordentlich auf den Nachttisch und öffnete die Tür, damit Brunhilde hinein konnte. Plötzlich gaben Sophies Beine unter ihr nach und obwohl es sich nicht schickte, ließ sie sich erschöpft auf das Bett des Königs sinken. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten Puh. Sophie, meine Liebe, alles in Ordnung? fragte Ludwig seine Cousine, die mit großen Augen auf seinem Bett saß. Ja, behauptete sie matt, obwohl sie leichenblass war. Bei euch auch? Ludwig schaute seinen heldenhaften Privatsekretär prüfend an. Ja, eure Majestät. Der Major presste sich ein Taschentuch an die Stirn. Siegfried Ludwig schaute auf den Mops zu seinen Füßen herab. Der bellte und sprang auf und ab. Allerdings wirkte er nicht ganz so enthusiastisch wie sonst. Kein Wunder, der Arme war in Gefangenschaft gewesen. Neben allem anderen würde von Hagen auch dafür büßen. Niemand fesselte den königlichen Mops. Brunhilde? Ludwig blickte suchend umher. Sie ist gesund und munter, kam es schwach von Sophie, die in Richtung des Käfigs zeigte, auf dem Brunhilde umherturnte und der eine heftige Delle aufwies. Unter, stimmte Brunhilde die Heldin der Lüfte zu. Ludwig würde ihr einen ganzen Sack Sonnenblumenkerne für ihre Tat spendieren müssen. Und bei Sophie und seinem Sekretär musste er sich ebenso bedanken. Auch wenn Ludwig nicht ganz klar war, was eigentlich vorgefallen war, während er die Wachen geholt hatte. Aber das konnte er später erfahren. Zunächst musste er sich dem Unhold widmen, der all das Unheil angerichtet hatte. Ludwig trat zu den Wachen und von Hagen. Du verdammter Verräter! Erkläre dich! Von Hagen hob nicht einmal den Kopf. Ludwig packte seine Haare, zog sein perfides treuloses Haupt nach oben und gab ihm links und rechts ein paar leichte Watschen, damit er wach wurde. Von Hagens Blick wurde aufmerksamer und verschlagener, aber er schwieg weiter. Ludwigs Brust war voller Feuer. Wie konnte dieser Unmensches Wagen ihn mit Schweigen zu strafen? Zum ersten Mal wünschte er sich, dass die Folter in Bayern nicht vor mehr als 50 Jahren abgeschafft worden wäre. Dann hätte er jetzt... Er riss sich mühsam zusammen. Zumindest hatte von Hagen eine dicke Schwellung auf der Stirn, was Ludwig mit Genugtuung erfüllte. Was hast du nur getan? Brust du von Sinnen? Willst du unsere Familie ruinieren? Funkenberg, den Ludwig völlig vergessen hatte, drängelte sich am König vorbei und rüttelte seinen Schwiegervater an den Schultern. Das hast du bereits getan, erwiderte von Hagen spöttisch, dessen Wächter Funkenberg gewähren ließen. Ich? Wieso ich? Funkenberg stellte das Schütteln ein. Weil du ein Feigling bist. Du hast meine Tochter nicht verdient. Was hat Lilly damit zu tun? fragte Funkenberg verständnislos. Da ging es ihm wie Ludwig. Der verstand auch kein Wort von den treulosen Lippen von Hagens. Er hat das Attentator von Gersen begangen, kam es aus Sophies Richtung. Da sind wir uns einig, oder? Natürlich, Ludwig nickte. Und er wollte seine Abdrücke von der Tatwaffe wischen. Sophie wies auf das Tuch, das auf der Erde neben der Tatwaffe lag. Aber was hätte das dem Verräter geholfen? Augusto hat Zeichnungen von den Abdrücken gemacht, sagte Ludwig. Ich vermute, die Zeichnungen werden wir in seiner Jackentasche finden, erwiderte Sophie. Von Hagens gepeinigter Gesichtsausdruck zeigte, dass sie damit ins Schwarze getroffen hatte. Und wir sind ihm bei alledem in die Quere gekommen. Deshalb wollte er uns beseitigen. Major Lohmann hatte etwas Blut an der Braue, das am Taschentuch vorbeigelaufen war. Das ist offenkundig, er hat die Waffe oft genug auf mich gerichtet, sagte Ludwig finster. Den König, stöhnte Funkenberg, den Ludwig nur von hinten sah. Du wolltest den König erschießen. Ach, den auch, kommentierte der Major mit einem Funken Humor. Warum denn? Warum? Funkenberg schüttelte fassungslos den Kopf. Ja, Ludwig schob Funkenberg beiseite und bohrte seinen Zeigefinger in von Hagens Brust. Warum wolltest du mich erschießen? Mich? Was denkst du dir dabei? Er wollte euch nicht erschießen, Eure Majestät, sondern wirklich von Gersen. Ludwigs Sekretär kam langsam herüber. Wie meinen? Ludwig hob erstaunt die Augenbrauen. Von Hagen hatte eindeutig die Waffe auf ihn gerichtet gehabt. Nicht jetzt, griff Sophie ein, deren Gesichtsfarbe sich langsam wieder belebte. Major Lohmann meint im Verhandlungszimmer. Bitte? Ludwig runzelte die Stirn. Ich vermute, er wollte die Verhandlungen mit den Preußen sabotieren, erläuterte der Major und stellte sich neben Ludwig. Und wie geht sowas besser, als wenn der Sondergesandte während der Verhandlungen ermordet wird, nahm Sophie den Vaten auf. Was denkst du, was Lilly dazu sagen wird? Funkenberg wich ein Stück von seinem Schwiegervater zurück, den die Wachen immer noch an den Armen festhielten. Sie wird sagen, dass ihr Vater ein Mann ist, der einsteht für das, woran er glaubt, ergriff von Hagen das Wort. Anders als ihr Gatte. Und woran glaubst du, Wahnsinniger? Daran, dass ein Attentat auf die Preußen deine Freunde oder deinen Sohn wieder auferstehen lässt? Oder dein Bein heilt? schnaufte Funkenberg, der jetzt etwas abseits von Ludwig stand. Daran, dass wir gestorben sind, um die Preußen zu besiegen. Aber ihr verhandelt mit ihnen. Ihr händigt ihnen unsere Leben auf dem Silbertablett aus, ihr Feiglinge, fauchte von Hagen. Warum dann der zweite Schuss und der dritte? Die waren doch für mich. Ludwig griff sich eins von von Hagens Abzeichen und Dresses von der Uniform. Die waren für den da, weil mein lieber Schwiegersohn zu schwach ist, seine Probleme allein zu lösen. Von Hagen sah um Ludwig herum zu Richard Wagner, der das Ganze entspannt aus der Nähe der Tür betrachtet hatte. Der Komponist wirkte zufrieden, wahrscheinlich, weil sein Erzfeind Funkenberg sich nach diesem Vorfall endgültig von seiner Karriere verabschieden konnte. Ich? Wagner schreckte auf. Was? Ihr wolltet den Meister töten? Ludwigs Unterkiefer klappte gänzlich unköniglich nach unten. Das auch noch? Von Hagen schwieg. Verdient hat er es. Mit all seinen Lügen und Intrigen hat er Lilly krank gemacht. Sie hat nur noch geweint, weil sie fürchtete, ich werde meinen Posten verlieren, brach es böse aus Funkenberg hervor. Wagner kniff die Augen zusammen, stürzte plötzlich nach vorn zu Funkenberg und schubste ihn. Du hast versucht, mich umzubringen. Das habe ich nicht. Funkenberg schubste zurück. Doch, du hast gemeinsame Sache mit ihm hier gemacht und heute hast du den König abgelenkt, damit dein Schwiegervater hier ungestört seinen bösen Taten nachgehen konnte. Wagner schubste Funkenberg erneut. Das ist nicht wahr. Er hat mich unter Druck gesetzt. Ich solle mit dem König sprechen und eine Entschuldigung verlangen. Für Lilly. Mehr nicht. Funkenberg versuchte Wagner vors Knie zu treten, aber der wich rechtzeitig zurück. Und wirst du nicht über von Gersen gestolpert, lägest du jetzt dort, wo du hingehörst, sagte von Hagen spöttisch zu Wagner. Im Leichenhaus. Deine Musik ist wie dafür gemacht. Du Schuft, meine Musik ist für die Ewigkeit. Wagner stürzte sich voller Rage und wie ein rachsüchtiger Engel auf den Schurken von Hagen. Siegfried sprang bellend hinzu und umrundete die beiden. Ludwigs Hirn taumelte. Von Gersen war das richtige Opfer gewesen? Nicht er? Wie das? Und Wagner? Von Hagen hatte den großen Meister töten wollen. Das war unglaublich. Dafür wirst du hängen, verkündete Ludwig. Aber keiner hörte ihm zu. Wagner gab von Hagen eine schallende Ohrfeige. Der wollte sich auf ihn stürzen, aber die beiden Wachen hielten ihn zurück. Ihr schlagt meine Familie nicht, ihr widerlicher Intrigant. Das hier ist alles eure Schuld. Funkenberg kam von hinten herangeeilt und gab Wagner einen Tritt in den Allerwertesten. Ludwig hatte nicht geahnt, dass Funkenberg so beweglich war. Wagner fiel durch die Wucht des Trittes gegen von Hagen, stützte sich an dessen Brust ab und drehte sich zu Funkenberg um. Was kann ich dafür, dass euer Schwiegervater verrückt ist? Naja, das scheint wohl in der Familie zu liegen, sagte er spöttisch. Die beiden Wachen sahen von Wagner und Funkenberg zu Ludwig und wieder zurück. Oh mei, sagte einer von beiden. Funkenberg verpasste Wagner einen Kinnhaken. Offenbar hatte der Schlag gesessen, denn der Meister taumelte gegen eine der Wachen und rieb sich stöhnend das Kinn. Danach gab er einen unartikulierten Schrei von sich und boxte Funkenberg vor die Brust, wodurch der nach hinten stolperte. Der Minister fing sich aber schnell, attackierte Wagner und legte ihm beide Hände an die Gurgel. Wagner wurde dunkelrot, machte erstickte Laute und versuchte vergeblich sich zu befreien. Sollen wir, Eure Majestät? Der Major verfolgte das ganze reglos, das blutige Seitentuch in der Hand. Einen Moment noch. Ludwig wartete, bis seinem Sekretär zu. Bitte! Der steckte das Tuch ein, umrundete den aufgedrehten Siegfried und löste vorsichtig aber kraftvoll Funkenbergs Finger von Wagners Hals, indem er sie nacheinander auseinander bog. Funkenberg ließ sich auf den Boden fallen und schlug die Hände vors Gesicht. Seine Schultern zuckten. Ich bring dich um, du verdammter Finanzfeugling, brüllte Wagner, der sich den Hals trieb und offenbar wieder mehr als genügend Luft bekam. Führt von Hagen ab und überstellt ihn nach München ins Gefängnis, befahl Ludwig den Wachen. Funkenberg steht unter Hausarrest, bis ich weiß, ob er mit seinem Schwiegervater gemeinsame Sache gemacht hat. Sophie tupfte Farbe auf die fast jungfräuliche Leinwand. Sie hatte das alte Bild aufgegeben und sich entschlossen, es mit einem neuen zu versuchen. Diesmal sollte es ein Schwan werden. Ihr Spaziergang unten am See am Tag des Attentates und Ludwigs Träume hatten sie dazu inspiriert. Seitdem war viel passiert. Ludwig und Major Lohmann hatten einiges zu tun. Nachdem klar gewesen war, dass nicht die Preußen hinter dem Attentat steckten, hatte Ludwig doch den Ermittler aus München angefordert, der die Beweise gesichert und Zeugen befragt hatte. Von Hagen war ins Gefängnis gebracht worden und wartete dort auf seine Verhandlung. Außerdem hatte von Pfistermeister Ludwig überredet, dabei zu helfen, die Preußen zu besänftigen, die außer sich waren. Sie hatten einen neuen Sondergesandten geschickt, der laut Ludwig deutlich schlimmer als von Gersen war. Genau mit diesem tagte Ludwig gerade, sehr zu seinem Leidwesen. Draußen schien die allerschönste Sonne und der König hatte sich bitter beklagt, dass er schon wieder ans Schloss gefesselt war. Erika spazierte herein, einen dicken Wälzer unter dem Arm. Gibt es etwas Neues aus München? Sophie schaute nur flüchtig auf. Major Lohmann hat mir eine Nachricht zukommen lassen. Und, was schreibt er? Erika bekam rosige Wangen bei der Erwähnung von Ludwigs Sekretär. Kommandant von Hagen hat offiziell gestanden. Sophie malte dem Schwan einen rechten Flügel. Nach allem, was war, hätte Bestreiten wohl auch nicht mehr viel geändert, sagte Erika und schlenderte zum Tisch. Das stimmt. Und es kommt noch hinzu, dass Ursula ihn vom Tatort hat kommen sehen. Gleich nach den Schüssen. Sie hat sich nur nichts dabei gedacht, weil sie glaubte, er wäre auf dem Weg, um die Ursache der Schüsse zu erforschen. Ludwig hatte also doch recht damit, dass sie mehr wusste, als sie zuerst ausgesagt hat, auch wenn sie es nicht mit böser Intention verschwiegen hat. Sie ist aber trotzdem außer sich und macht sich Vorwürfe. Genau wie Lilly von Hagens arme Tochter. Die ist nicht mehr und sieht aus wie ein Geist, heißt es. Erika legte das Buch ab und begann die Pigmentsäckchen auf dem Tisch nach ihren Farben zu ordnen. Weißt du, was mit ihrem Mann geschehen ist? Steht er noch unter Hausarrest? Dazu hat Major Lohmann nichts geschrieben. Sophie malte den zweiten Flügel, der fast doppelt so groß wie der andere geriet. Erika stellte zwei rote Säckchen nebeneinander. Das Zofenbüter sagt ja, aber er behauptet nach wie vor steif und fest, dass er mit der Sache nichts zu tun hatte. Was sagt denn von Hagen dazu? Der sagt, dass sein Schwiegersohn an seinem bösen Vorhaben nicht beteiligt war. Er will alles alleine geplant haben. Er wollte von Gersen töten, damit die Verhandlungen mit den Preußen abgebrochen werden. Wagner hat er wegen dessen Fede mit seinem Schwiegersohn ins Visier genommen. Aber auch, weil er wusste, dass das den Verdacht davon ablenken würde, dass durch das Attentat die Verhandlungen mit den Preußen sabotiert werden sollten. Und hat er gestanden, woher das preußische Gewehr stammt? Das hat er vor einiger Zeit einem preußischen Soldaten gestohlen, der zu einer Delegation in München gehörte. Der hat den Diebstahl zwar seinem Vorgesetzten gemeldet, aber der hat es nicht weitergegeben, weil er keinen Ärger wollte und sich nicht sicher war, ob sein Soldat das Gewehr nicht nur verloren hatte. Das bedeutet, von Hagen hat alles von langer Hand geplant? So scheint es. Und offenbar hielt er die Gelegenheit während des Treffens für günstig, weil Wagner zufällig mit anwesend war. hatte jetzt alle Farbsäckchen sortiert. Wenn es keine Beweise gibt, müssten sie ihn aus dem Hausarrest entlassen. Aber seinen Status und sein Amt kann er vergessen, stellte Erika fest. Weshalb sagst du das? Er könnte doch wirklich unschuldig sein. Es geht das Gerücht um, dass seine Majestät ihm nicht glaubt. Er hat aus dem Vernehmen nach von Pfistermeister in einer Audienz mitgeteilt. Woher stammt diese Information? Von Pfistermeister hat doch sicher nicht getratscht, oder? Karlchen hat bei der Audienz Getränke serviert. Der arme Funkenberg. Sophie legte den Pinsel weg und rieb sich die Farbe mit einem Lappen von den Fingern. Vielleicht sollte man ihm unter die Arme greifen und mit Ludwig sprechen. Sie dachte an ihre letzten Erfahrungen. Nein, das würde sie den Gendarmen überlassen. Bis auf weiteres hatte sie genug von Abenteuern. Nicht auszudenken, was diesmal passieren würde, wenn sie sich einmischte. Weißt du übrigens, dass du unter den Sofen Heldenstatus genießt? Erika grinste. Weshalb das? Sophie unterbrach das Reinigen ihrer Finger für einen Moment. Erika schaute Sophie anerkennend an. Weil du von Hagen mit dem Vogelkäfig erledigt hast. Danke für das Kompliment, sagte Sophie Leichtin. Aber so heldenhaft kam ich mir dabei nicht vor. Und noch immer wachte sie Nacht für Nacht schweißgebadet auf, weil sie in ihren Träumen immer wieder von Hagen mit seiner Waffe vor sich sah. Ludwig kam die Treppe hochgepoltert, seinen Sekretär im Schlepptau, der den Ausstattungskatalog dabei hatte. Major Lohmanns Schramme war nur noch ein rosafarbener Streifen auf der Stirn. Beide Männer kamen zu Sophie und Erika herüber. Ich brauche eine Pause, stöhnte Ludwig. Der neue Sondergesandte verlangt Reparationen. Er droht mir mit allerlei innovativem Ungemach, wenn wir nicht zahlen. Aber wir haben kein Geld und ich keinen vertrauenswürdigen Finanzminister, der welches auftreiben könnte. Ich habe von Pfistermeister unten gelassen. Jetzt kann er sich beweisen. Das ist ausnahmsweise ein echtes Desaster mit einem großen D, kommentierte Sophie und wischte sich mit dem Tuch Farbe vom Handrücken. Bitte? Ludwig betrachtete abwesend Sophies Leinwand. War nichts Wichtiges, mein Lieber. Sie schaute sich um. Einer fehlte in der Runde. Was macht denn der große Meister Wagner? Ihn habe ich seit seinem Gerangel mit Funkenberg nicht mehr gesehen. Er hat sich zum Schmollen in seine Villa nach München zurückgezogen. Er sagt, er könne nie wieder Musik komponieren. Er sei ein gebrochener Mann, erwiderte Ludwig ungewohnt pointiert. Und? Ist er das? fragte Sophie skeptisch. Gebrochen? Ich denke, er ist eher beleidigt. Und der wahre Grund, warum er in München ist, und nicht hier, ist der, dass er eine Geliebte hat. Ludwig runzelte die Stirn, den Blick auf Sophies Bild gerichtet. Ob wegen der Geliebten oder des Schwans, war für Sophie nicht deutlich. Eine Geliebte? warf der Major fragend vom Tisch ein, wo er die Mahlutensilien betrachtete. Jawohl, die Frau eines seiner besten Freunde. Und das, obwohl er mir Stein und Bein geschworen hat, dass er mit dieser Cosima nichts hat. Ludwig schüttelte den Kopf. Ich bin zutiefst enttäuscht von ihm. List? hakte Sophie überrascht nach. Was List? Von dem bin ich nicht enttäuscht, nein, von Wagner, sagte Ludwig. Cosima von Bülow, geborene List, insistierte Sophie. Ist sie die Affäre? Eine Tochter des großen Komponisten und Pianisten List? fragte Ludwigs Sekretär. Sophie hatte nicht gedacht, dass er sich für Musik interessierte. Ja, genau die. Ludwig begutachtete das Bild eingehend. Was soll das sein, meine liebe Sophie? Ein Schwan? Sieht man das nicht? Sophie hängte ihr Putztuch oben an die Staffelei. Vielleicht willst du dich im Schwansaal inspirieren lassen und nochmal nachschauen, wie die Echten aussehen? Ludwig spielte auf die Bilder von der Schwanenrittersage an, die sich an den Wänden im Gästzimmer befanden. Oder ich suche mir ein anderes Hobby, entgegnete Sophie niedergeschlagen. Nicht doch, dein Schwan ist zu schön, neckte Erika sie aus dem Hintergrund. Zumindest ist er ziemlich ungewöhnlich. Major Lohmann schaute über Erikas Schulter auf den Schwan. Die Mine des Privatsekretärs war so betont ernst, dass Sophie den Verdacht nicht unterdrücken konnte, dass er sie hochnahm. Wie kamst du darauf, einen Schwan zu malen? fragte Ludwig. Unter anderem wegen deiner Träume, erklärte Sophie. Gute Idee. Und noch besser ist, dass du das Gewehr und den Helm weggelassen hast. Ludwig griff sich an die Schläfe. Dann räusperte er sich. Ich wollte dich übrigens fragen, welche Türklinken du für die neue Burg bestellen würdest. Mein bester Sekretär kann sich nicht entscheiden. Vielleicht Schwäne? machte Sophie einen gut gemeinten Versuch, weil das Bild sie darauf brachte. Die gibt es nicht, warf Paul Lohmann ein. Ich habe nachgesehen. Blitze, Blumen und normale Vögel, aber keine Schwäne. Der Major klang immer noch völlig verständnislos ob der Tatsache, dass jemand sich derart die Türgriffe verunstaltete. Alles zu wenig ritterlich, sagte Ludwig, aber Schwäne an sich gefallen mir. Der Schwanenritter war schon immer mein Liebster. Karlchen kam herein und schnaufte wegen der Treppen. Herzogin Sophie, eure Mutter hat sich angekündigt. Sie weiß von der Sache mit dem Käfig und ist außer sich. Ich war es nicht. Ich habe nichts verraten. Erika hob abwehrend die Hände. Oh nein. Sophie machte reflexartig eine Bewegung, stolperte über ihren eigenen Rocksaum und musste von Ludwig aufgefangen werden. Das hat mir gerade noch gefehlt. Auszug aus dem Tagebuch Ludwigs des Zweiten Mörder gefasst. Ich bin genial. Notiz Die Türklinken sind alle nichts. Aber Schwäne und die neue Burg. Ritter Schwanburg? Heiligen Schwanburg? Schwanberg? Ach, mir fällt schon etwas ein. Ende Das war König Ludwig und der tote Preuße. von Kirstin Kaiser. Gelesen von Franziska Grün und Michael Che Koch. Eine Produktion von Lübbe Audio 2022.